So, da bin ich. Entschuldigung, falls ich sehr viel lauter als die Musik war und manche von euch sich jetzt sehr erschreckt haben. Das war nicht meine Absicht. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr. Eine Minute zu spät bin ich. Eieieiei, das gibt eine Abmahnung von euch. Hallo, Matt Clyde und Fire Dragon und Christoph, Franky Tanky, Wempergirl, Gromdorn, Thompson, Razor, Dasknuddel und Pachansen, Piansen, Pansen, Piansen. Hi. Grüß Gott. Schön, dass ihr da seid. Und hi, David. Hey, der Multistream-Chat funktioniert bei mir. Ich sehe jetzt, das macht es mir so viel leichter. Das hat immer nicht funktioniert, das Feature. Oh, verdammt. Wartet mal, ich habe noch was falsch eingestellt. Aber das... David, vielen, 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 vielen Dank für deinen Sub im dritten Monat. Das freut mich sehr. Genau, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe ein bisschen technische Probleme mit meiner Kamera. Ich habe die jetzt vorher nicht zum Laufen gekriegt. Trotz mehrfach neu starten und neu anstecken und was weiß ich was. Vielleicht ist sie einfach kaputt. Dieses komische blaue LED-Lichtchen, wenn sie angesteckt ist, leuchtet. Also das funktioniert zumindest. An der Stromversorgung liegt scheinbar nicht. Aber sie zeigt kein Bild. Und zwar nicht nur nicht in der Streaming-App hier Dingens bei Streamlab, sondern auch, wenn ich einfach die Cam-App von Windows öffne. Man sieht einfach nichts. Insofern wird kein Bild übertragen und ich kann jetzt einfach... Ich habe keine andere Cam da. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Deswegen machen wir heute ohne Facecam. Ich werde mich bemühen, umso mehr zu reden, damit ihr nicht vergesst, dass ich da bin. Aber sehen könnt ihr mich nicht. Aber ich bin omnipräsent. Ich bin da. Und ich lese euch. Und bis zum nächsten Mal werden wir das technisch schon wieder hingekriegt haben. Dass das alles klappt. Hallo, äh... Schillett... Schillettking? Ich sage einfach Schillettking. Keine Ahnung. Und Teilzeitgott. Hi. Ja, okay. Cool, 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 cool. Ja, ich freue mich total, dass dieses Streamlabs-Multistream-Feature wieder funktioniert. Das war irgendwie leider irgendwie kaputt oder so. Keine Ahnung. Das hat einen Tag genau funktioniert. Und seitdem nicht mehr. Aber jetzt geht's. Und jetzt sehe ich euch alle in einem Chat mit kleinen Symbolchen. Uuuuuh. Holocop 123 ist jetzt ein Bird Rider. Moin. Holocop 123. Auch dir ein herzliches Moin. Und auch dir vielen Dank für dein Sub im dritten Monat. Dankeschön. Hypetrain ist gestartet, Leute. Wenn ihr sowieso noch Subs hier loswerden wollt auf Twitch, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Dann kriegen wir den Sub-Train voll und kriegen lustige Emojis. Benutzt ihr Emojis eigentlich hier auf Twitch? Ich finde die ehrlich gesagt verwirrend. Ohohoho. Dankeschön. Das Knuddel, Dankeschön für die fünf Sip-Gafts. Sub-Gifts. Hype. Der Hypetrain ist auf Stufe 1 angekommen. Ich mach mir mal ne Cola-Dose auf währenddessen. Hey, vielen Dank. Gleich auf Stufe 3 geschossen dadurch. Nice. Pieper Paulemann ist jetzt ein Bird Rider. 070.019 ist jetzt ein Bird Rider. Holocop, vielen, vielen Dank für deine, wie viel sind's? Fünf Sub-Gifts auch. Dankeschön. Ihr seid die Besten. Yikadi 92 ist jetzt ein Bird Rider. Ihr seid die absolut Besten. Ohne Witz. Das freut mich riesig. Ihr seid großartig. David 22, auch dir vielen, vielen Dank für fünf Sub-Gifts. Meine Güte, ihr seid ja heute spendabel. Das freut mich riesig. Und Aquax, Aquax Chenin, auch dir vielen, vielen Dank. Hey, ist jetzt ein Bird Rider. Vielen Dank für dein Prime Sub. Hey, ich hatte ohne Witz ein bisschen Angst, dass weil die Cam nicht funktioniert, dass vielleicht nicht so viel Interaktion stattfindet und so weiter. Aber ihr belehrt mich gleich mal eines Besseren. Dankeschön. Aquax 89 ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön. Das ist ganz großartig. Vielleicht sollte ich öfter die Cam ausmachen. Vielleicht schrecke ich euch ab, wenn ihr mich seht. Endlich ist er weg, genau. Wahrscheinlich. N0 Maden 0 Land ist jetzt ein Bird Rider. Werden die Notifications jemals enden? Ja, drei haben wir nur noch. Nein, stimmt gar nicht. Weil das Knuddel... ... ist jetzt ein Bird Rider. Abonniert auch nochmal rein. Und Xen... 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 Xenofire oder so. Na? Danke Xenofire für dein Prime Sub und auch dir das Knuddel. Danke für dein Prime Sub im dritten Monat. Hype Train Stufe 5. Twitch hat das einfach drauf, ne? So ein... Die telebrieren das so richtig. Die machen da ein Event draus. Das ist schon... Das ist schon... Das macht schon Spaß. Chris, auch dir vielen, vielen Dank für dein... Für dein Prime Abo. Super nett. Xenofire ist jetzt ein Bird Rider. So, ich hoffe, ich habe... ... niemanden vergessen. Danke euch, Leute. Das Knuddel ist jetzt ein Bird Rider. Fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Das finde ich auch. Chris, 14.121.987 ist jetzt ein Bird Rider. Finde ich super lustig, wie... ... die Stimme deinen Namen gerade vorgelesen hat, Chris. Mit 14.121.000. Weil man könnte sich vorstellen... Weißt du, ich habe sofort das Bild da im Kopf gehabt. Wie du vor dem Rechner sitzt und irgendwie Chris eingibst. Ne, gibt es schon. Okay, Chris 1. Gibt es auch schon. Chris 2. Gibt es auch schon. Chris 3. Bis du dann irgendwann bei 14.121.987 warst. Und der war es dann. Der ist noch nicht vergeben. Ja, Coolio. Dankeschön, Leute. Ihr seid die aller, allerbesten. Hypetrain steht auf 90% auf Level 5. Ähm, das ist ziemlich viel. Und, äh, vielen Dank dafür. Schau gern deine YouTube-Videos. Das freut mich. Dankeschön. Hallo, Angel. Ja, es ist wieder Streamstag viel zu alt für. Hurra, ich freue mich auch. Ich habe mir übrigens heute gedacht, weil wir jetzt schon bei Chris sind, weil wir jetzt schon über die Hälfte wahrscheinlich durchgespielt haben, dass ich heute versuchen werde, dass wir Code Veronica durchziehen, auch wenn wir dann mehr als drei Stunden Code Veronica spielen. Na, der ursprüngliche Plan war ja drei Stunden Hauptspiel, drei Stunden Bonusspiel. Aber ich würde heute Code Veronica gern überziehen. Also das ist zumindest der Plan, gucken wir mal. Und dafür gibt es dann aber beim nächsten Mal mehr Silent Hill, was sehr gut passt, weil nach Code Veronica kommt Survivor 2. Und das ist, glaube ich, in einer Stunde oder so durchgespielt. Insofern würde das perfekt passen, zeitlich. Dann haben wir den ganzen nächsten Stream im Grunde für Silent Hill Zeit. Ich hatte übrigens voll den Silent Hill Albtraum. Ohne Witz, ohne Witz. Das Spiel begleitet mich bis in den Schlaf. Das hatte ich schon lang nicht mehr. Ich hatte voll den bizarren Traum. Ich war ein FBI-Agent. Oh, okay. Wow, das war direkt gleichzeitig. Greitel, vielen, vielen Dank für dein Abo und das Knuddel. Vielen Dank nochmals für fünf geschenktes Gifts-Ups. Warum kann ich es denn heute nicht sagen? Schaffen wir Level 6? Wir sind auf Level 6, 72%. Ich glaube, es gibt, glaube ich, irgendwie ein Limit, das man erreichen kann. Das ist aber, glaube ich, das ist, aber ich glaube, dann kriegt man irgendwie so ein goldenes Kapper. Das ist, glaube ich, das krasseste Emote überall. Äh, überhaupt. Genau, das wollte ich vorher sagen, ne? Die Twitch-Emotes sind so ein ganz eigener Kosmos irgendwie. Die muss man irgendwie kennen, die muss man verstehen, weil sonst weiß man nicht, was los ist. Wenn ich jetzt hier in den Twitch-Chat irgendwie so ein Kapper mache, das versteht man auch nur auf Twitch, oder? Also mittlerweile, Kapper kennt man mittlerweile, glaube ich, über Twitch hinaus. Dass das hier, auf Twitch könnt ihr es jetzt sehen, auf YouTube nicht, dass das hier quasi im Chat das Symbol für Ironie ist, ne? Das weiß man, aber auch nur auf Twitch irgendwie. Naja. Oh nein, beim Einkaufen gestolpert, oder wie? Oh, gute Besserung an deinem Fuß und dich. Ja, total, und man kann sich das immer wieder geben. Achso, das bezieht ja was anderes. Hast du eigentlich eine Liste der Tracks, die du für deine Lore-Videos benutzt? Finde ich nämlich toll. Ähm, kann ich euch sagen, das sind zum einen Safe-Room-Musik, also die Safe-Room-Melodien aus verschiedenen Resident-Evil-Teilen. Meistens vom vierten Teil, vom vierten Teil Remake, vom ersten Teil und vom achten Teil, die Safe-Room-Themes einfach. Und ansonsten könnt ihr einfach in der YouTube-Audio-Bibliothek gucken, oder ihr findet die Videos auch auf YouTube, wenn ihr sie sucht auf YouTube, die Tracks. Die heißen Mission to Mars, ist eins davon. Und das andere heißt Strange Stuff. Ich weiß, die interpreten nicht. Aber ich glaube, wenn ihr das sucht, werdet ihr das finden. Ich such's mal selber schnell. Warte mal. Musik Mission Mission to Mars Ah, das gibt's leider öfter. Ist es das? Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Ich glaube, das ist es. Das ist es nicht. Weil wir kaufen ein Auto.de So ist die Werbung. Wartet mal. Ich überprüfe das kurz, ob man das so leicht findet. Oh ja. Nee, Mist, das ist was anderes. YouTube-Mediathek vielleicht dazu eingeben. Nee, das findet man auf YouTube tatsächlich nicht so einfach, weil es ein anderes, bekannteres Lied anscheinend gibt, das genauso heißt. Ich werd das mal raussuchen und euch verlinken. Ich werd das mal raussuchen. Aber, ich würd sagen, jetzt fangen wir mal an, oder? Ich wusste noch nicht, was dieser komische Kopf bedeuten soll. Jetzt weiß ich's endlich. Ja, ja, Twitch ist ein eigener. Das muss man echt irgendwie einfach auf Twitch lernen, ne? Hey, Marius. Das ist wirklich so. Bleibt die Streamszeit so, oder können wir zukünftig vielleicht früher anfangen? Habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob wir mal versuchen, früher anzufangen, damit's nicht ganz so spät wird. Da werden wir die nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen rum experimentieren. Gucken wir mal. Ähm. Ja, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ah ja, genau. Ich kann euch übrigens jetzt schon mal sagen, ich möchte versuchen, dass... Yay! Hype Train ist auf Level 5 eingefahren. Und ich hab einen kleinen Weihnachtsmann bekommen. Der Hype Center. Na, warum denn nicht? Wenn man am Rechner sitzt oder so, kann man mit der Maus auf die Emotes gehen. Und anhand der Namen kann man manchmal so ein bisschen ableiten, was die bedeuten, wenn man's selber nicht weiß. Das hilft ein bisschen auf Twitch. Naja. Okay. Ähm. Was wollte ich sagen? Achso, genau. Ich möchte versuchen, weil's dringend notwendig ist, dass ich Mitte Februar mal zwei Wochen, äh, mir ne YouTube und Twitch Auszeit nehme. Ähm. Mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, ob... Habe ich noch Pistolenmunition? Tatsächlich nicht mehr. Krass. Aber ich glaube, jetzt kommen eh fast nur noch Hunter an der Stelle mit Chris. Äh. Ich möchte wirklich versuchen, dass ich mir wirklich ne Auszeit nehme, dass ich auch nix anderes mache. Weil ich hab jetzt einfach seit im Grunde zwei Jahren keinen freien Tag mehr, außer ab und zu mal einen Sonntag oder so. Da werde ich versuchen, mindestens zwei Wochen ne Auszeit zu nehmen. Ich werde aber dafür sorgen, dass Videotechnisch auf dem Hauptkanal, Podcast-technisch und auch Let's Play-technisch, äh, Content am Fließen bleibt, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre ich großartig weg. Aber zumindest Livestreams wird es dann für, äh, für zwei Wochen vielleicht ein bisschen länger nicht geben. Äh, nur schon mal, damit ihr es wisst. Aber, wie gesagt, durch Let's Plays werde ich auf dem Let's Play-Kanal versuchen, das auszugleichen. So. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Aha. Die Karte existiert nicht. Was war denn das? Die hat jetzt ein bisschen lang gebraucht. Zum Reinladen. Ähm, wir müssen... Yo. Aha. Ich glaube, ich muss noch mal in den Keller, ne? Wir brauchen noch das Pistolen-Upgrade für Chris und ich meine, da ist auch die zweite Chemikalie, die wir brauchen. Genau. Strange Stuff hätte ich über Google gefunden. Ja, das glaube ich, dass man das leichter findet. Das ist so ein bisschen eine Parodie von Stranger Things. Äh, der, der Track Strange Stuff erinnert auch stark an das Intro von Stranger Things. Äh, den finde ich auch super. Aber ich glaube, das andere heißt Mission to Mars. Wisst ihr was? Ich kann von mir aus noch mal ganz kurz nachgucken, ob es wirklich so heißt. Ich habe es nämlich eh hier lokal auf meinem Rechner gespeichert, weil ich das eben sehr oft benutze. Das erkennt ihr auch gleich, wenn ihr es hört. Warte mal. Das kann ich euch auch gleich anmachen. Das habe ich hier unter... Wo habe ich es denn? Jingles. Ja, genau. Bei Jingles ist es, glaube ich. Ach, Quatsch. Doch. Hä? Ah, hier. Genau. Mission to Mars heißt es. Das ist das. Das benutze ich seit ein paar Monaten auch regelmäßig. Aber ich finde leider auch in den Metadaten von der Datei nichts über... Über... Den Interpreten oder... Äh, Inter... Ja, Interpreten oder so. Interpret. Das heißt so, oder? Interpret. Ja, ich glaube schon. Naja. That's that. Kann ich es nicht mehr ausmachen. Hilfe. So. Okay. Haben wir das auch. Also das Lied heißt so. Ne? Auf jeden Fall. Und das andere, das wahrscheinlich auch Bekanntere, das viele immer wieder meinen, das ist eben das Strange Stuff. Stimmt, auf Discord. Das ist eine gute Idee, Vampire Girl. Das ist eine gute Idee. Die packen wir auf Discord, die Tracks, die Links dazu. Dann, ähm... Das mache ich wahrscheinlich gleich morgen. Erinnert mich gern auf Discord auch nochmal dran. Also schaut gern auf meinem Discord vorbei. Dort, ähm... Poste ich dann die Links. Das ist eine gute Idee. Oder, genau, wenn ihr sie findet, dann... packt sie gerne für mich hin. Ist noch besser. Also für mich zumindest. Spare ich mir Arbeit. So. Nein, ich wollte nicht nach oben fahren. Ich will in den Keller fahren. Verdammt nochmal. Gemeinheit. Das ist ganz cool. Also, weil Urlaub ist bei mir echt überfällig. Eigentlich schon seit November letzten Jahres bin ich wirklich ziemlich ausgebrannt. Und ich brauche einfach mal ein bisschen Auszeit. Von allem. Aber ich habe ja auch Mitte Februar Geburtstag. Den nehmen wir noch mit, würde ich sagen. Da streamen wir noch oder so. Ja, ich glaube schon. Und dann nehme ich mir ein bisschen Auszeit. Aber keine Sorge. Wie gesagt. Für ausreichend Content ist gesorgt. Und werde ich noch sorgen. Und... Ihr werdet gar nicht merken, dass ich weg bin. Das war... Das war... Und ich habe die falsche Taste gedrückt. Au. In die Knöchel gehauen einfach. Das war... Das war... Das war Aua. Gestern... Ist meine Xbox überhitzt plötzlich. Hier. Äh... Jan schreibt gerade in YouTube Chat. Audioherz Mission to Mars. Audioherz. Genau. Das ist es. Audioherz Mission to Mars. Der YouTube Kanal... Ah ja. Gut zu wissen. Der YouTube Kanal heißt No Copyright Music. Deswegen benutze ich die auch. Regelmäßig. Ja genau. Vielen Dank Jan fürs Raussuchen. Super cool. Die jüngste Tochter hat auch Mitte Februar Geburtstag. Cool. Ich habe gehört, das sind die coolsten Personen, die Mitte Februar Geburtstag haben. Okay. Wartet mal ganz kurz. Ich muss schnell gucken, wo ich hin will. Ich glaube, da wollen wir rein. Ich muss mal kurz ein bisschen lauter machen. Das Spiel ist bei mir ganz schön leise. Wie ist es denn bei euch vom Sound her? Weil ich höre Gegner sonst nicht. Das ist bei so klassischen Survival-Horror-Spielen schon. Nicht unwichtig. Ah, ich bin so dumm. Wie kann man eigentlich so dumm sein? Wie kann man eigentlich immer so verplant sein, ey? Das gibt es doch wohl überhaupt nicht. Ich habe komplett einfach die Pistole in die Kiste gepackt. Ich trottel. Ohne Witz. Und genau deswegen bin ich hier runtergegangen. Schon auch wegen der Chemikalie, okay. Aber ich wollte natürlich auch die Pistole upgraden. Und jetzt gehe ich halt einfach ohne Pistole hier runter. Ich meine, die könnten auch nett sein und einem die Upgrade-Parts mitgeben im Inventar. Aber ist halt nicht so. Ah, Chris. Ich gebe Chris einfach die Schuld. Chris, ey. Typisch Chris. Kann keine Schlösser knacken. Kann keine Chemikalien mischen. In dem Teil, er hat dazugelernt, ne? In der Villa hat er noch Rebecca gebraucht zum Chemikalien mischen. Jetzt kann er es selber. Er hat wahrscheinlich ein Chemikalien-Misch-Seminar genommen nach dem ersten Teil. Good for him. Naja. Aber seine Spezialisierung ist immer noch Felsen klopfen. Offensichtlich. Aber das kann er. Hä? Ich bin ins falsche Stockwerk gefahren. Ich muss nach ganz oben. Dieser Chris. Hey, mir ist es zugegebenermaßen fast ein bisschen peinlich. Aber privat bin ich gerade wieder voll im Fortnite-Fieber. Weil die ganz neue Modis eingeführt haben. Und ich finde es großartig. Wisst ihr, was man jetzt im Fortnite machen kann? Abgesehen vom Battle-Royale-Kampf, den ich sowieso nie so gern mochte. Aber ich fand halt immer die Crossovers und die Figuren lustig. Kann man jetzt nämlich Rennen fahren. Die haben quasi Rocket League und Fortnite mehr oder weniger zusammengewurschtelt jetzt. Und es gibt jetzt quasi, das ist super weird, aber im Grunde gibt es jetzt einen Rocket League Rennmodus. Aber nicht in Rocket League, sondern in Fortnite. Also okay, aber keine Ahnung. Aber der ist richtig gut. Also das ist ein richtig guter Fundraiser. Ich bin positiv überrascht. Der macht mir riesig Spaß. Ich bin da voll am Grinden bei diesem Rennspiel. Super lustig. Und dann haben sie noch das... Also genau, genau, genau. Dann haben sie noch eine Lego. Ein Lego-Crossover. Und zwar haben die so eine Art Minecraft. Oder am besten trifft es, glaube ich, so Dragon Quest-Bilder vom Gameplay her. Mit Lego gemacht. Es ist eine riesige Map, die man erkunden kann mit Höhlen, mit Ressourcen. Und man kann eben mit Lego-Klötzchen, also vorgefertigten Teilen, seine Häuser bauen. Und dann kommen Leute und ziehen bei dir ein. Und du kannst denen Befehle geben oder sie als Begleiter mitnehmen. Ein richtig gutes Survival-Spiel. Einfach so. Also mit Lego. Aber in Fortnite ist es super weird. Und dann haben sie noch das Festival eingebaut. Da kann man quasi in einem Modus so Guitar Hero spielen. Also so Musikstücke im Takt, die richtigen Knöpfchen drücken. Ist ganz nett. Die haben schon angekündigt, dass das bald auch Gitarren-Controller unterstützt. Ab dann wird es, finde ich, richtig interessant. Mit dem Controller. Es fühlt es sich halt nicht so cool an. Aber es gibt, und das finde ich richtig nice, den sogenannten Jam-Modus. Festival-Jam oder so heißt das, glaube ich. Und da kann man, also... Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Wenn ihr Songs freispielt oder freikauft im Shop oder sowas, dann kriegt ihr von diesem Song vier Audiospuren. Und zwar den Basslauf, den Gitarrenlauf, den Gesangstext und das Schlagzeug. Und das könnt ihr einzeln abspielen. Und dann können sich andere Leute dazustellen, bis zu vier Leute gleichzeitig, und andere Spuren von anderen Songs spielen. Und das alles immer im gleichen Takt und in der gleichen Tonart, sodass es harmoniert. Und zwar teilweise perfekt. Und man kann da so geile Mash-Up-Songs machen in diesem Modus. Das ist richtig cool. Ich habe zum Beispiel witzigerweise herausgefunden, dass der Gesang von Gundam-Style und von Zombie von den Cranberries, dieses Zombie, Zombie, passt so perfekt zusammen. Gundam-Style und Zombie von den Cranberries passt perfekt als Duett. Großartig. Und wenn dann noch irgendjemand dazukommt und Bass spielt und Gitarre und Schlagzeug, dann werden da Mördersongs drauf. Ich liebe diesen Modus. Es ist komplett geil einfach. Man stellt sich einfach hin und fängt an, hier die, weiß ich nicht, die Drumline von irgendeinem Lady Gaga-Song zu spielen, in das Schlagzeug und dann kommt wer und macht dieses Seven Nation Army. Und dann kommt noch irgendein Gesang dazu. Und es entstehen supergeile Mash-Up-Songs. Ich liebe diesen Modus. Ohne Witz. Großartig. Und durch den Rennmodus in Fortnite, durch den Rocket League Rennmodus, habe ich jetzt auch angefangen Rocket League zu spielen und mag das auch sehr gerne. Also gerade bin ich da voll drin. Naja. So ist das eben. Habe übrigens neulich gesehen, dass es für das Original von Resident Evil 1 einen Randomizer gibt. Ja, Randomizer finde ich grundsätzlich immer cool. Wäre das nicht was für dich? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist schon eher was für Leute, die vor allem im Speedrun und im Gameplay so richtig, richtig deep drin sind. Es ist schon cool, aber für mich ist ja das Original eh fast randomized, weil ich kenne es ja eh nicht auswendig. Deswegen weiß ich nicht. Ich merke wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Das Lego Fortnite würde ich tatsächlich vielleicht mal ausprobieren. Ja. Also kann man machen. Ich finde, es ist nicht das beste Survival-Aufbauspiel, das es da draußen gibt. Das auf keinen Fall. Aber es ist überraschend gut und macht Spaß und ist quasi eben einfach kostenlos, was ziemlich crazy ist. Chris hat ein Chemie, äh, auch ein Buch Chemie für Dumme mit. Ja, vielleicht. Ich meine, weißt du, im Endeffekt findet er einen Zettel, auf dem steht hier Mischstie Alpha und Omega Chemikalien und das macht er halt dann in seinem Inventar. Ist jetzt auch nicht. Aber für Chris-Verhältnisse, doch, ja. Es ist nicht selbstverständlich. So, jetzt passt mal auf. Wo laufe ich denn eigentlich hin? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ich wollte jetzt, glaube ich, mal schnell die Pistole nochmal zurück in die Kiste legen, weil die brauchen wir gerade nicht. Und dann geht's, glaube ich, schon. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir sind hier schon, wir fliegen bald in die Antarktis. Lang dauert's nicht mehr. Ich glaube, Landskrid will uns missionieren. Ich bin einfach echt, wie soll ich das sagen? Ich bin sehr, ich bin nicht schnell, das stimmt nicht. Ich bin nicht schnell von was begeistert, aber ich habe immer so Phasen, wo ich mich wirklich intensiv mit was beschäftige, wenn mich was wirklich abholen kann. Ich meine, immer die Kiste steht auf der anderen Seite. Und wo ich mich dann auch richtig reingrabe und dann bin ich echt begeisterungsfähig und habe da auch echt Spaß damit. Aber das vergeht dann auch wieder. Jetzt bin ich eben gerade im Fortnite-Hype tatsächlich durch die neuen Modis, die finde ich ganz gut. Aber in einem Monat oder zwei rede ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr drüber und sage, ja, Fortnite, keine Ahnung, langweilig. Und in einem halben Jahr spiele ich dann plötzlich wieder einen Monat total intensiv. Ich wechsle meine Interessen wie andere Leute unter Hosen. Und dann bin ich für eine gewisse Zeit sehr begeisterungsfähig, aber das vergeht dann auch wieder. Okili-dokili, jetzt passt mal auf. Müssen wir nochmal da runter gehen? Ich Ja. Ja, 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 ja. Ich hätte gar nicht zurückkommen sollen, glaube ich. Aber okay, wartet mal. Ich hole mir jetzt schnell ein kleines Kraut. Weil ich will jetzt kein Heilspray verschwenden. Wir haben es ja. Trotzdem. Ich habe auch ADHS. Ja, ja, ich habe auch ADHS. Absolut. A manhole. Ah, das müssen wir erst von der anderen Seite öffnen. Okay. Das hatten wir schon mal das Thema. Es haben irgendwie sehr viele Leute hier ADHS. Als wir, als wir irgendwann mal, habe ich mal im Chat gefragt, da war die Quote sehr hoch. Aber gleich und gleich gesellt sich gern. Oder so. Ich meine, das kann man natürlich nicht verallgemeinern und so weiter und so fort. Das ist ja eh ganz logisch. Das wäre Quatsch zu sagen. Alle Leute, die irgendeine Eigenschaft haben, haben ADHS oder andersrum. Aber Videospiele an sich und so eine Faszination für Videospiele und so eine Liebe für Videospiele kann ja auch mit ADHS zusammenhängen. Menschen mit ADHS haben oft einen starken Bezug zu Videospielen. Weil Videospiele endlich mal unser fucking Hirn, das einfach nicht still sein kann, so ein bisschen, na so ein bisschen besänftigen zumindest. Deswegen, ähm, ja. Ist, glaube ich, gerade so im Videospiel-Fandom ADHS auch wirklich weit verbreitet. ADHS habe ich auch und mein Sohn hat es von mir. Ja. Ist ja auch, auch eine erbliche Komponente auf jeden Fall. Ich habe ADHS, bin auch ganz froh drum. Ach, ich habe nur ADS. Ach so, habe ich verlesen. Was ist ADS? Was ist der Unterschied? Ich bin auch tatsächlich im Autismus-Spektrum, ne? Das ADHS und Autismus geht ja oft, da gibt es ja oft Überschneidungen und da bin ich auch, äh, auf jeden Fall drin. Aber das geht ja oft so ein bisschen Hand in Hand zumindest. Ja, man sagt ja, weil das ist, das finde ich echt ganz interessant, weil sowohl Autismus als auch ADHS hat ja genetische Komponenten. Und so rein evolutionsbiologisch sagt man ja, okay, wenn es so was gibt, das einen Menschen so stark verändert und so stark beeinträchtigt, dann muss das einen evolutionären Sinn haben, weil sonst wäre es ausgestorben. Wenn das nicht einen Vorteil hätte, dann gäbe es das nicht mehr, ne? Und deswegen geht man davon aus, dass Menschen mit ADHS im Grunde früher die Entdecker waren. Weil normale Leute sehen echt keinen Grund, irgendwo über ein Gebirge zu wandern und sich möglicherweise umzubringen, obwohl sie eigentlich ein ganz gutes Leben hier führen können mit ihrem Vieh. Aber Menschen mit ADHS können nicht, die können nicht den ganzen Tag einfach nur Landwirt spielen und auf Kühe aufpassen. Die müssen ihre Koffer packen und raus in die Welt und Abenteuer erleben. Und wir haben heute eben glücklicherweise Videospiele. Aber wahrscheinlich so große Entdecker und Siedler und, ne? Möglicherweise Menschen mit ADHS würde zumindest erklären, warum es die noch gibt und warum das eine evolutionäre, erfolgreiche Strategie anscheinend war, damit das bis heute überlebt hat. ADHS ist halt eher verträumt und schweift mit dem Gedanken gern mal ab. Wenn jemand zu lange redet, war in der Schule immer blöd. Dafür bin ich nicht hyperaktiv. Ich bin hyperaktiv. Aha. Aber Asperger habe ich auch. Einmal alles bitte. Ja, wie gesagt, das geht ja oft, das geht ja oft teilweise so Hand in Hand. Das ist auch keine Beeinträchtigung, das ist eine Fähigkeit, die wichtig für die Gesellschaft ist. Ich würde das gar nicht so pauschal sagen. Ich hatte ehrlich gesagt, ich meine, natürlich gibt es Nachteile und, ne? Die habe ich schon auch gemerkt. Aber ich hatte ehrlich gesagt auch nie ein Problem mit meinem ADHS. Im Gegenteil. Ich komme damit gut klar und hatte eben auch Vorteile, die ich gar nicht missen will. Aber für viele Menschen ist es eine Belastung und viele Menschen nehmen das negativ wahr. Und ich könnte zum Beispiel nicht in einem normalen Angestelltenverhältnis irgendwie arbeiten. Also so eine, ich sage jetzt mal, ein bisschen wertend, so eine stumpfe Arbeit ausführen, das wäre halt für mich unmöglich. Das wäre die Hölle. Und das hat mich zumindest schon auch zum Beispiel während meiner Studienzeit, wo ich halt so Jobs machen musste, um mir das zu finanzieren, hat mich das schon belastet. Aber allgemein für mich persönlich muss ich auch sagen, ist es keine Belastung und keine Beeinträchtigung. Ähm, ich sehe es auch eher als was Positives. Aber ich möchte das Menschen auch nicht absprechen, wenn die sagen, dass sie darunter leiden. Deswegen will ich das nicht so generell jetzt irgendwie weder schönreden, noch irgendwie, äh, hier schlechtreden, dämonisieren. Für mich ist es auch, ne, ich bin ein Fan von Neurodiversität. Für mich ist es auch keine Beeinträchtigung oder keine Behinderung, sondern einfach nur eine andere, ein bisschen andere Funktionsweise, des Gehirns und fertig. Und mehr auch nicht so. Aber für manche Menschen ist es eben eine Behinderung. Und dann ist das ja auch okay. Hallo Pollux, was geht? Hab mich damals im Videospiele geflüchtet, weil ich damals noch keine Freunde hatte und in Spielen ist man ja immer der Held und wird von allen gemocht. Ich glaub, das ist auch in der Jugend, wahrscheinlich vor allem in der Pubertät, auch bei vielen Menschen so. Nicht nur bei Spielen, das funktioniert ja mit Büchern und Filmen und sowas genauso zur Realitätsflucht. Ist ja auch was, das sehr negativ besetzt ist, Realitätsflucht, ne? Aber habe ich nie verstanden. Ist vollkommen okay. Ist, finde ich, vollkommen okay und vollkommen legitim, wenn man mal Realitätsflucht braucht. Und gerade in der Jugend. Fluch und Segen zugleich, ja. Es ist halt wirklich, ich hab halt echt so Arbeitstage halt einfach auch, wo ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, zwölf Stunden lang und ich krieg nicht mal ansatzweise ein halbes Video geschissen, weil ich dauernd abgelenkt bin und dauernd wieder irgendwelche blöden Videos gucke oder meine E-Mails die ganze Zeit Dauer checke und so weiter und so fort, ne? So typisches ADHS-Verhalten. Super nervig. Aber dann habe ich wieder Tage, wo ich so richtig gut in meinen Hyperfokus reinkomme und dann hau ich Sachen raus und bin super effektiv und sitze am Abend da und schaue mir an, was ich alles geschafft habe und denke mir, holy shit, ich bin ein Gott, ey. Aber ja, das ist halt ADHS. ist halt immer so ein bisschen tagesabhängig. Wie wird sowas diagnostiziert? Ich finde mich in dem Thema wieder, aber eine ADHS-Diagnose gibt's nicht. Also geh am besten zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin, die darauf spezialisiert ist. Da gibt's viele, du kannst auch zu jeder anderen oder jedem anderen gehen. Das kann im Grunde jeder, mehr oder weniger, aber am besten geben wir dazu Spezialisten. Die können das dann wirklich zuverlässig und die können auch diese Feineinordnung vornehmen. Ich schätze mal, der erste Weg ist tatsächlich zum Hausarzt. Ich muss mal gucken. Wenn Merlin heimkommt, frage ich die mal. Es gibt nämlich auch im Internet anerkannte Tests, also nicht irgendwelche blöden Internet-Testchen, sondern quasi Tests, die so wissenschaftlich sind, wie halt so ein Internet-Test sein kann. Und damit kann man das sehr gut selber testen. Und der Test sagt dir dann auch sowas wie, okay, bei dir besteht eine Tendenz, die Wahrscheinlichkeit ist da, kann man mal zu einem Therapeuten schauen oder eben auch, nee, Quatsch, du hast überhaupt nichts. Das kann so ein Internet-Test eben auch gut machen, so eine Voreinschätzung. Okay. Ich glaube, das haben sehr, gerade ADHS, glaube ich, es gibt es ja auch in sehr vielen unterschiedlichen Ausprägungen und so weiter und nicht jeder hat alle Symptome, aber ich glaube, gerade ADHS sind in sehr vielen Menschen verankert und ohne, dass sie es wissen. Ich überlege gerade, wo ich jetzt zur Hölle hin muss. Ah, ich muss eh wieder darunter, vor lauter Reden, vor lauter Reden und ADHS habe ich es mal wieder verplant, aber ich war schon richtig, ich bin noch falsch abgewogen. Du brauchst wirklich jemanden, der für studiert hat, sonst kannst du alles vergessen. Es waren drei Fragen, bei mir war auch die Frage dabei, hast du jemals an Selbstmord gedacht? Was meinst du jetzt, wenn man wirklich eine Diagnose will, muss man natürlich zu jemandem, also zu einem Psychologen, zu einer Psychologin oder ich weiß gar nicht, ob Therapeuten, also wie ist das gleich noch mal, Psychiater und Psychologe ist ja ein Unterschied. Ich kenne mich nicht gut genug aus, ihr merkt schon. Ich kenne mich nicht gut genug aus, deswegen will ich jetzt gar nichts Blödes sagen, aber ich schätze mal ein Gang zum Hausarzt ist für den Anfang gut, der kann euch nämlich sagen, wo ihr hin müsst. Darum geht's. Das ist auf jeden Fall immer gut, das Knuddel. Finde ich immer gut. In psychologischer Behandlung sein ist immer gut und würde viel mehr Menschen gut tun, als sie selber wahrhaben wollen, aber das ist halt auch mit so einem Stigma verbunden. Ich bin aktuell nicht in Behandlung, aber ich hätte gern wieder einen Therapeuten, eine Therapeutin. Ich muss mich da mal wieder kümmern. Seit ich quasi schon zum vorletzten Mal umgezogen bin, bin ich nicht mehr in Behandlung und es wäre schon gut. Hast du auch manchmal Schwierigkeiten live zu gehen? Ich bin zum Beispiel hochsensibel und äußere Einflüsse sorgen für Reizüberflutung, bei der mein Kopf dann gerne mal blockiert. Das kenne ich zwar auch, aber nicht so schlimm beziehungsweise habe ich da auch Strategien, wie ich damit gut umgehen kann und das passiert eigentlich nur, wenn ich grundsätzlich eh schon vorbelastet bin. Also wenn, also ich, ich kenne die frühen Anzeichen und kann das abwenden. Aber es ist schon so, dass Livestreamen für mich an manchen Tagen tatsächlich ein bisschen, also schon auch eine Belastung darstellt. Das ist wirklich so. Aber dann, ne, denke ich mir halt, okay, komm, passt schon, YOLO. Und wenn ich dann mal drin bin, ist eh alles gut. Aber es gibt halt einfach Tage und es gibt andere Tage. So ist es halt. Und mit ARCHS noch mehr, als das sowieso schon wahrscheinlich bei allen Leuten so ist. es gibt solche und solche bezogen auf Tage und Menschen und alles. Ah, ich drücke mal den falschen Schussknopf. Und wisst ihr warum? Wegen das blöd Silent Hill. Ach ja genau, übrigens, wegen dem Albtraum. Es war ein super weirder Albtraum. Ich war irgendwie gemeinsam mit Merlin, wir waren FBI-Agenten und wir waren in einer Wohnung untergebracht, wo wir inkognito waren. Aber so eine gruselige, geisterhafte Hillbilly-Familie, die wir eigentlich observieren sollten, wusste genau, wer wir sind. Und dann ist es losgegangen, dass übernatürlicher Shit passiert. Und die Wohnung war sehr dunkel und war sehr neblig und war so hufeisenförmig aufgebaut. Während das eine Hufeisen relativ kurz war und da ging es nach draußen, war das andere Hufeisen in die Wohnung rein, sehr tief. Und da ging es durch die Küche, durch ein Extrazimmer, hinten in so einen Lagerraum. Und je tiefer ich da reingegangen bin, desto dunkler und unheimlicher wurde es. Und dieser Gang hat sich auch ständig verändert. Der war super weird. Und dann habe ich irgendwann meine Dienstwaffe nicht mehr gefunden. Ich war FBI-Agent und habe die gesucht, weil diese komischen Hillbillys gekommen sind. Und dann wurde ich in dem dunklen Lagerraum da hinten, der super weird war und sich super verändert hat, von irgendeinem großen, hundespinnenartigen Wesen angegriffen, das ich da mit einer Schobflinte erschießen konnte. Aber dann hatte ich Halluzinationen und es wurde ein super weirder Traum. Ich habe unschuldige Menschen erschossen, versehentlich, weil mich die geisterhaften Hillbilly-Monster geplagt haben, in den Wahnsinn getrieben haben. Und dann habe ich drei Monate auf Bewährung bekommen vor Gericht und habe mir gedacht, ach, dafür, dass ich nur Menschen erschossen habe, ist das echt wenig. Und dann bin ich aufgewacht. War ein witziger Traum und ganz, ganz deutlich von Silent Hill eben beeinflusst. Wann ich schon sehr lustig. Oh Gott, oh Gott. Ich kann dir das nur empfehlen, also mir hilft es wirklich, damit zurechtzukommen. Vor allem, wenn mir mal wieder alles zu viel wird und alles schief geht, ist das echt eine große Hilfe und um wieder in die Spur zu kommen und nicht auf dumme Ideen zu kommen. Also ja, ich komme tatsächlich mittlerweile echt gut damit klar, weil ich ja eben auch in Therapiestrategien und so weiter gelernt habe, wie ich damit umgehen kann und so. Aber ja, es ist immer eine gute Idee. Definitiv. Jetzt hätte ich gerne meine Dienstwaffe dabei. Verdammt, meine abgegradete. Mit was erschieße ich die denn jetzt wirklich? Alles, was ich dabei habe, ist voll die Verschwendung, aber hilft dir nichts. Ich habe gerade versehentlich super passend zur Musik geschossen. Finde ich gut. Muss ich überhaupt da nach hinten? Ja, ein bisschen Schubfländen-Munition. Na gut, okay. Das hat sich nicht gelohnt. Ich dachte, ich muss hier vielleicht noch einen Knopf drücken. Also ich wäre einfach gegangen, wenn ich das gewusst hätte. Munitionsverschwendung, sein Vater war das gerade, verdammt. Naja, so viel war es gar nicht. Okay, Chris, das haben wir gut gemacht. Das Rätsel konnte ich mich noch erinnern, weil das aus Lethal Weapon geklaut ist. Nicht ganz, die haben es ein bisschen abgeändert, aber schon sehr stark Lethal Weapon. Ich glaube, es ist, ist es, ja, es ist, glaube ich, ein Lethal Weapon-Film, oder? Mit dem Rätsel, das die lösen müssen, ansonsten sprengt irgendwer irgendwas in die Luft oder so. Und da müssen die so ein Rätsel lösen mit einem 5-Liter-Eimer und einem 3-Liter-Eimer, aber die brauchen nur 7 Liter, oder? So ähnlich. Stirb langsam, stirb langsam. Ah ja, danke schön. Dann was, stirb langsam. Verwechsel ich immer wieder. Träume können schon krass sein. Habe auch schon alle möglichen Albträume gehabt, auch mal wegen Tomb Raider 3, wo ich dann in einer Tempelruine vor den Kali-Statuen mich verstecken musste. Ich finde das so lustig, weil die Merlin hat immer super langweilige Träume. Es ist so lustig irgendwie, weil ich träume komplett bizar und wird ein Scheiß. Also das mit der Wohnung, die sich verändert und den Hillbilly-Geistern und so. Und das war noch, das ist noch relativ normal. Ein relativ normaler Traum für meine Verhältnisse. Und Merlin träumt immer irgendwie, dass sie irgendwelche Anträge ausfüllt und dann sucht die Polizei nach ihr. Das sind so, das sind so ihre Träume. Ah! Oh, warum nicht? Ich erinnere mich leider fast nie an meine Träume. Das geht mir tatsächlich auch so. Ich habe mal eine Zeit lang ein Traumtagebuch geführt. Und das klingt zwar mega weird, aber das hat den coolen Effekt, dass man sich tatsächlich mehr an seine Träume erinnert. Also durch das Schreiben des Traumtagebuchs lernt man, dass man sich an seine Träume erinnert. Und das funktioniert auch tatsächlich gut. Weil man irgendwie dann bewusster zu träumen lernt. Und ich habe es dann auch mal eine Zeit lang trainiert. Da gibt es auch ein paar Tutorials, wie das am besten funktioniert. Warum haben die so leuchtende Augen? Die haben Nachtsichtgeräte, ne? Weird. Ich habe mal eine Zeit lang Luzidträume trainiert. Und auch das hat relativ gut funktioniert. Aber das war mir dann irgendwie, weiß ich nicht, das war mir den Aufwand ehrlich gesagt nicht wert. Ich habe dann wieder aufgehört. Kannst du jetzt aufhören, mich zu hauen? Verdammt. Aber das hat funktioniert. Ich habe so, das war irgendwie so super komisch, ne? Weil Luzidträume heißt ja, dass man lernt, seine Träume zu kontrollieren. Und dann kann man in seinen Träumen alles mögliche machen, was man so machen will. Und witzigerweise hat das in meinen Träumen funktioniert, dass ich meine Träume beeinflussen konnte. Und ich war mir bewusst, dass ich träume, ohne aufzuwachen. Das sind so die ersten wichtigen Schritte. Aber ich hatte keine volle Kontrolle. Ich habe versucht zu fliegen, aber ich konnte nur so halkmäßig sehr hoch springen. Und ich habe versucht, durch Wände zu gehen, aber die Wände waren sehr sehr flüssig und schwierig war es, da durchzukommen. Und fand ich super interessant irgendwie. Fand ich super interessant, dass ich da scheinbar gerade in so einem Zwischenzustand war. Zwischen mir ist klar, dass ich träume und ich kann die Träume beeinflussen, aber ich kann sie noch nicht so hundertprozentig kontrollieren. Das war schon spannend, aber ich habe dann halt doch trotzdem auch wieder das Interesse verloren. meine Freundin kann das gut. Luzid träumen? Ich glaube, wenn man das wirklich trainiert, aber das ist halt wirklich eine Sache über Monate und wenn man das dann wirklich gut kann, ist das schon sehr cool. Lame. Ich hätte echt gedacht, dass die wenigstens ein bisschen was einem hierhin noch nur ein bisschen Loot oder so, dass die einfach nur sagen, nee, da ist der Deckel zu, du kannst jetzt nicht ins U-Boot. Das finde ich ein bisschen lame jetzt von dem Spiel. Hi, Mr. Zett. Was geht? Genau, immer noch Copperonica. Ich habe alle drei Medaillen mitgenommen, oder? Ich schaue mal lieber in mein Inventar. Wenn ich so am Erzählen bin, dann vergesse ich oft, was ich hier eigentlich mache. Äh, okay. Ich glaube, ich speichere mal. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Das habe ich dann irgendwie vergessen. Meine Xbox ist irgendwie komisch überhitzt. Ich habe eine Anzeige bekommen und das jetzt schon zweimal passiert, von wegen so, oh, stell mal deine Xbox irgendwo hin, wo es anständig belüftet wird. und die haben das Spiel einfach zugemacht mir und ich konnte nicht mehr weiterspielen und das fand ich ziemlich uncool und deswegen will ich jetzt auch ein bisschen öfter speichern, weil ich Angst habe, dass das wieder passiert. Ich habe das Ding schon aufgeschraubt, da war alles komplett sauber eigentlich. Ich habe erwartet, dass da Katzenhaare und Staubflusen und sonst was drin sind, aber die war komplett clean drinnen und ähm ich habe dann ich glaube jetzt kommen giftige Hunter, oder? Ich habe die jetzt hochkant hingestellt statt liegend und seitdem ist das nicht mehr passiert, äh andersrum, liegend statt hochkant und seitdem ist das nicht mehr passiert, keine Ahnung ob es damit zusammenhängt, aber ich traue dem Ding noch nicht so ganz, vielleicht ist es einfach ein bisschen hinüber. Na schauen wir mal. Hey Nordic Wolf, hallo. Ich freue mich schon auf Resident Evil 1 Remastered. Ja, ich bin, ich auch schon, ich auch schon. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich freue mich tatsächlich schon auf die neueren Resident Evil Spiele, weil jetzt spielen wir schon sehr lange sehr viel klassischen Survival Horror, den ich echt gern mag, aber in so großen Mengen wird es mir jetzt fast ein bisschen langweilig. Ah, lauf Chris und ich freue mich jetzt echt schon drauf, wenn wir da quasi so ins nächste Kapitel kommen, aber gleichzeitig freue ich mich auf Zero und 1 Remake. Gut, dass ich das mitgenommen habe. Scheiß vergiftete Hunter, ey. Okay, jetzt passt auf, ich gehe jetzt hier die Leiter runter und dann bin ich auch schon quasi beim Aufzug. Sehr gut. Ich fand Code Veronica leider nicht zu gut, keine Ahnung wieso. Das ist irgendwie, das hört man oft. Also ich mochte Code Veronica total gerne und das hat auch eine Fangemeinde, die das sehr feiern und das wurde auch von der Presse relativ gut wahrgenommen zu seiner Zeit. Das wurde echt gut bewertet, aber es gibt auch viele Leute, die mögen das irgendwie gar nicht und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum, aber gibt es eine große Resident Evil-Fan-Gemeinde, die einfach nichts mit dem Spiel anfangen können oder das nicht gut finden. Ist halt einfach so. Warum auch nicht. Kannst du, kannst du erklären, warum du es nicht magst? Was stört dich denn dran? Nur aus Interesse. Und weil ich dich, weil ich dich überzeugen will, du Ketzer. Ne Quatsch, wirklich nur aus Interesse, was mich echt interessieren würde. Weil ich sehe die Kritikpunkte nicht so. Ich verstehe, wenn man sagt, dass es zu viel Backtracking gibt und dass zu viel recycelt wurde, weil es ist schon viel Backtracking. Auch wenn ich finde, dass die Chris-Passage schön neu interpretiert wurde. Aber ja, gerade am Anfang sehr viel Backtracking. Aber trotzdem, ich mag es total gerne. Wo fahren wir gleich nochmal hin? Ins mittlere Stockwerk, wenn mich nicht alles täuscht. Ich mag es auch total. Spätestens bei Teil 4 bist du wieder voll dabei. Ja, den Original-vierten Teil habe ich letztes Mal, glaube ich, vor ziemlich genau einem Jahr durchgespielt. und ich habe es nicht mehr gespielt, seit ich Resident Evil 4 Remake gespielt habe. Und ich bin gespannt drauf, wie sich das jetzt anfühlt. Nach Resident Evil 4 Remake. Ist es immer noch ein gutes Spiel oder wirkt es jetzt vielleicht doch alt? Werden wir rausfinden, wenn es soweit ist. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Ich glaube, ich werde es immer noch lieben. Aber schauen wir mal. Hey, bei dem Rätsel hier haben die doch ursprünglich auch was anderes geplant, oder? Dass man runter geht und die drei Medaillen einfach nur aus dem Pult rausnimmt und dann da einsetzt und nach und nach verschwinden die Laser. Das wirkt einfach so, als wäre das irgendwie mal ein bisschen umfangreicher geplant. Als wäre irgendwie der Untergrundbunker explodiert und die drei Teile werden über die Insel verteilt oder irgendwie so, ne? Keine Ahnung. Naja. Hat einfach nicht das Resident Evil Feeling, die Engine. Dann zu viel verschiedene Orte, nicht Dracoon City, Chris kommt aus dem Nichts, Wesker ist auf einmal ein Superheld, das stimmt. Fühlt sich komisch an. Ja, okay. Es ist ja auch tatsächlich das einzige klassische Resident Evil, das auf vorgerenderte Hintergründe verzichtet hat. Vielleicht deswegen das komische Feeling. Ja, nehmen wir das mal mit. Blaues Kraut kann man immer brauchen. Oh, du bist grün. Ne, warte mal. Da stehen mehrere Kräuter. Ich habe nur das Blaue gesehen. Okay. Nehmen wir die anderen auch mit. Das fühlt sich komisch an und die Musik wirkt nicht so gruselig. Dass das Spiel auch allgemein nicht so gruselig rüberkommt, wie jetzt zum Beispiel ein erster Teil oder so. Das kann ich auch verstehen. Auf jeden Fall. Töten oder laufen? Was sagt ihr? Kämpfen wir? Munition verschwenden oder Lebensenergie verschwenden? Das ist hier die Frage. Eins von beiden muss man hier verschwenden. Ganz ohne geht's nicht. Ist halt so ein Zwischending zu zu den neuen actionlastigen Teilen und den Klassikern. Okay. Laufen wir. Au. Nein. Du musst es schon aufheben, Chris. Sonst wird das nix. Und somit ist der Aal auch schon machtlos. Aal? Eher ein Molch oder so. Ist Molch das richtige Wort? Ich glaube, Molch stimmt. Was für eine dramatische Musik für so einen relativ lame Boss. Aber gut. Bleib du in deinem Pool. Das ist eigentlich voll okay. Weißt du, eigentlich tut der niemandem was. Der will einfach nur in seinem Pool chillen und findet es halt nicht gut, wenn man in seinem Pool kommt. Ist okay. Bleib du in deinem Pool. Chill. in deinem Pool. Ich bin cool. Ich bin cool mit deinem Pool. Let's go. Ah, ich wollte gerade sagen, kommen wir an der vorbei, wenn sie sich runterfallen lässt? Wahrscheinlich nicht. Nein, schnell. Ja, Leiter hoch. Oh Gott, oh Gott. Ekelhafte Dinger. Und die Bossspinne kommt ja erst noch. Oh Gott, oh Gott. Nee, alles gut. So schlimm ist es gar nicht. Okay, äh, und jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl nach, nee, warte. Ja. Ja, okay. Jetzt fahren wir mit dem Aufstuhl ganz nach oben und dann nehmen wir die Panzerluke wieder und dann sind wir auch schon fast durch hier. Okay, let's go, Chris. Ein Axolotl, ja, ja, könnte sein. würde von der Farbgebung her und so passen, aber da die keine Köpfe mehr haben, ist das schwer zu sagen, aber Axolotl haben auch so unglaublich niedliche Köpfe und Gesichter, ne, deswegen haben sie die, die, der Monster-Version wahrscheinlich weggenommen, weil die einfach zu knüttelig aussehen würden, weil die, die, die kann man glaube ich auch nicht gruselig machen. Halt, das ist falsch. Ja, da lang. Mich wundert es, dass die mir noch nicht mehr Gegner in den Weg gestellt haben bis jetzt. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich habe das Medaillon aufgehoben, oder? Ja, genau. Gut. Jetzt müssen wir jetzt nur noch schmelzen. Dann können wir durch die geheime Tür und dann fliegen wir mit dem Jet. Wo hat Chris eigentlich gelernt, mit dem Jet zu fliegen? Chris war beim Militär, ne, das verwechsel ich jetzt nicht mit Chill. Chris war schon auch beim Militär, aber der war doch kein Jetpilot. Jetfliegen ist glaube ich nicht leicht. Na, das kann er halt. Der hat halt Zeit Resident Evil, nein, Resident Evil 1 hat er gemerkt, okay, ich kann gar nichts. Und alle anderen können alles und ich kann gar nichts. Und dann hat er sich zwischen 1 und, und Code Veronica da ist gar nicht so viel Zeit vergangen, aber die hat er genutzt, um sich so einiges beizubringen. Ja genau, er ist Marksman, er kann schießen, das stimmt. Aber davon merkt man halt im ersten Teil auch nicht wirklich was, dass er irgendwie besser schießen könnte, als irgendwer anders. Microsoft Flugsimulator. Ich habe mal versucht, ich habe den mal eine Zeit lang gespielt, unter Anführungsstrichen. Den neuesten, der ist ja auch im Game Pass gewesen, oder ist es immer noch bestimmt. Und ich konnte nicht mal abheben. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich habe dann irgendwelche Szenarien gestartet, wo die Flugzeuge schon in der Luft sind, dann konnte ich ein bisschen rumfliegen, aber ich habe keine Ahnung, bis heute nach, immerhin, ich glaube, ich habe da schon drei, vier Stunden verbracht. Keine Ahnung, wie man, wie man den benutzt. Den Flugzeug. Chris, stell dich nicht so an und kombiniere das jetzt. So. Jetzt haben wir die kleinste Hellbade der Welt. So eine kleine Playmobil-Hellbade. Wie viel grünes Kraut haben wir eigentlich noch? Genug, ne? Dann, mach ich's mal. Achso, nee, warte mal. Yo, viel Spaß beim Lurken, Lurken, Chris. Das ist auch so ein Twitch-Ding, wo wir vorher schon bei den Emojis waren, ne? In den Lurk gehen, ist auch was. Wenn du das außerhalb von der Twitch-Internet-Bubble irgendwem sagst, der schaut dich blöd an. Ähm, okay. Hi, Michael, was geht? Ich bin bei dem Flugsimulator über meine Nachbarschaft geflogen. Kam den schon nahe? Ich hab's versucht. Ja, ne, stimmt, ich bin sogar über meine alte Heimatstadt Passau geflogen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, das war, man hat's grob wiedererkannt, aber ich würde nicht sagen, close enough. Das war knapp daneben, würde ich sagen. Knapp daneben. Aber hey, immerhin. Die haben immerhin die komplette Welt abgebildet, ne? Da kann man nicht so einen hohen Detailgrad erwarten. Halt an, Claire. Ich sehe dich. Hallo, ist der Typ. meine Stadt haben sie relativ gut getroffen. Lebst du in einer größeren Stadt? Ich kann mir vorstellen, dass die bei größeren Städten versuchen, die ein bisschen, ne, so per Hand nachzubearbeiten vielleicht. Weiß ich nicht. Nehme ich nur an. Könnte ich mir vorstellen. Aber so Kleinstädte, mittelgroße Städte, die werden halt wahrscheinlich einfach irgendwie von irgendeiner Engine, von irgendeinem Algorithmus, von Satellitenbildern, hoch 3D generiert und fertig. Ist der Delay so groß? Askar, ich hab, ich hab noch keine Notification bekommen. Aber, aber danke für deinen Sub, nehme ich an, ne? Aber ich hab nix bekommen, keine Ahnung, sorry. Ich weiß nicht, ob da irgendwas spinnt oder hängt. Vielleicht kommt's noch. Mir wird auch nix angezeigt, das ich repieten könnte. Das letzte war vor einer Stunde das Knuddel. Sorry, wenn da was nicht geklappt hat. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Chris' Bauchrena, ich hab gar nicht aufgepasst. Ich war, ich war, ich hab nur Augen für euch, Shit. So. Ne, das ist schon ein Wandel. Im ersten Teil kann er wirklich gar nix und im zweiten Teil fliegt er jetzt einfach so irgendwie Chat. Wobei, vielleicht war das so automatisiert, ne? Vielleicht tut er jetzt nur irgendwie cool, aber in Wirklichkeit ist das einfach vollständig automatisch geflogen. Der hat wahrscheinlich so einen, da war so ein großer roter Knopf, da stand, äh, zu Claire. Und da hat er drauf gedrückt. Ach, hätte ich jetzt gerne meine Pistole mitgenommen? Ey, ich bin so doof. Warum hab ich die immer in der Kiste? Ärgert mich. Ja, Großstadt. Ja, genau, kann ich mir vorstellen, wie gesagt, dass die beim Microsoft Flight Simulator Großstädte mehr berücksichtigen. Chris kann Upcode Veronica alles, ja. Ja, große Städte sind von Hand verarbeitet. Ah ja, hab ich mir schon gedacht. Prime Abo war's, wird mir echt nicht angezeigt, überhaupt nix. Schade, sorry. Harry, ihr sind aber auch schwer zu fliegen, hab ich mal gelesen. Im Sechser fliegt da auch ein Jet. Im Sechser. Ich weiß nur, dass im Sechser alles explodiert, was Leon auch nur anfasst. Und das passt sehr gut dazu, dass er schon im zweiten Teil einfach sein Polizeiauto gegen die Wand fährt. Und im vierten Teil hat er das Boot auch nicht so hundertprozentig unter Kontrolle, wenn Ada rausspringt, ne? Ich weiß ja nicht, ob das mit dem Jet Ski am Ende so gut geht. Wer weiß, ob die nicht doch dann noch per Seenotrettung irgendwie rausgefischt werden mussten. Du Tentakel, ich verschwende hier so viel Munition wegen dir. Geh weg! Ach, blöder Tentakel. Das ist kein Tentakel der Tiefe. Übrigens, der gehört nicht zur heiligen Tentakel-Familie. Das sind böse Tentakel. Vorher kamen schon so viele Abos des Twitches, keine Lust mehr. Ich glaube auch, ich glaube, die Sub-Notifications sind verbraucht für heute. Sind keine mehr übrig. Keine Ahnung. Leon kann für keine Fahrzeuge für. Nee. Das ist, das ist wahr. Ich glaube wirklich, im sechsten Teil schafft es Leon in seiner relativ kurzen Passage, ne? Ich glaube, er macht ein Polizeiauto, einen Hubschrauber und ein Flugzeug kaputt. Mindestens, ne? Wenn nicht sogar mehr. Ich weiß es nicht mehr. Naja. Meinst du, der will mich nur umarmen, der Tentakel? Bin kein Fan von Tentakel- Umarmungen. Außer, wenn es die großen Tentakel der Tiefe sind. Dann ist alles gut. Okay, das Gas hat sich scheinbar verflüchtigt. Aber dafür ist alles zu Eis geworden. Müssen wir überhaupt hin? Schauen wir mal. Werden wir gleich rausfinden. Ich kann leider kein Abo geben. Hoffe, es reicht, wenn ich hier bin. Natürlich, natürlich. Fühlt euch bitte wirklich bloß nicht verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich über jedes Abo und das ist ganz großartig. Und danke an alle, die das wollen und können. Aber wenn ihr das aus irgendeinem Grund nicht könnt, wenn irgendwie es finanziell euch nicht gut geht oder ihr auch einfach keinen Bock habt oder ihr vielleicht auch einfach den Monat lieber Geld für Netflix ausgebt, weil da irgendeine Serie gerade interessant ist, statt für mich. Es ist alles in Ordnung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass ihr am Start seid und alles. Es gibt tausend gute Gründe, warum ihr nicht irgendwie rein habt oder sonst irgendwas. Fühlt euch wirklich bloß nicht verpflichtet. Aber trotzdem danke, vielen Dank wirklich an alle, die das machen wollen und können. endlich, seit 100 Stunden warte ich drauf, dass wir hier endlich rein können. was haltet ihr denn von den Leaks, die behaupten, dass man in einem Code Veronica Remake, das angeblich kommen wird, frei zwischen den Charakteren hin und her wechseln kann und dass die Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das klingt für mich ehrlich gesagt nicht plausibel. Ich glaube, die Leaks nicht, aber wenn man einfach mal so ein bisschen träumt, was haltet ihr denn davon? Findet ihr das cool oder findet ihr das eher, klingt das für euch problematisch? Ich finde schon, dass das Potenzial hat. Yay! Holocop, vielen, vielen Dank für dein Geschenk-Sub. Da hat's wieder funktioniert, ne? Keine Ahnung, was da vorher schiefgelaufen ist. Hi, Retro Games, was geht? Willkommen. Äh, haben wir alles hier? Ja, ich glaube schon. Wenn man halt Hintergründe nicht vorrendert, so wie es Code Veronica macht, um das Thema nochmal aufzugreifen, hat man halt viel mehr Freiheit, in natürlich logischerweise der Kameraführung, ohne dass man extra nochmal neue Bilder rendern muss. Das merkt man halt ganz stark, weil Code Veronica oft in denselben Räumen, gerade jetzt in der Chris-Kampagne, die Kameraperspektiven ändert und anpasst. Und ja, da haben sie sich halt auch sehr viel Arbeit gespart. Also, ich meine das gar nicht negativ. Ich will jetzt nicht sagen, die sind super lazy, sondern das ist halt einfach vom Design her clever. Es bietet halt andere, neue Möglichkeiten. Es ist halt eine Entscheidung, die sie getroffen haben, die halt nicht allen gefällt. Oh-oh. Er ist hier. Er hat das andere geheime Chat gefunden, anscheinend. Das dritte. Halt, stopp, Chris. Halt, stopp. Okay. Ich hab schon wieder zum Glück, ey. Ja. Silent Hill hat so meine Tastenbelegung im Kopf durcheinander gebracht. Aber ist alles gut. der, den kann erst Claire öffnen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Er hat ja kein, er kriegt ja auch nie ein Schloss Knack-Set, glaube ich. Dankeschön, Moku, Bakai-Ba, freut mich sehr. Hatten sie doch in Null schon. Was meinst du? In Zero haben sie eben schon vorgerenderte Hintergründe. Deswegen sieht ja auch Zero im Vergleich zu Code Veronica so viel besser aus. Rein optisch. Es ist für mich das viel schlechtere Survival-Horror-Spiel und auch Resident-Evil-Spiel, aber es sieht halt einfach für die Zeit unglaublich gut aus. Das Remake vom ersten und Zero haben halt damals einfach wirklich Köpfe zum Platzen gebracht. wie geil das aussah. Wie schon damals, auch wenn man sich's heute nicht mehr so gut vorstellen kann, Resident-Evil 1 auf der Playstation. Das war halt damals echt der Shit. Ich kann mich noch genauer erinnern, dass ich nicht fassen konnte, wie unglaublich fotorealistisch das aussieht. Das ist wirklich so. Heute ist es irgendwie eher albern, wenn man das so sagt. Ey! 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 L-X-X-X-V-I ist jetzt ein Bird Rider. Eska! Vier Monate schon? Nice. Jetzt hat's doch noch funktioniert. Vier Monate schon. Nice. Ja, dankeschön. Freut mich sehr. War das jetzt, hast du noch mal was gemacht oder ist die Notification echt erst zu spät gekommen? Ach so, den Charakter wechseln. Ja, genau, das stimmt. So wie es die Leaks geschrieben haben, war es eher so, dass man quasi so eine zentrale Basis hat und von der Basis aus kann man dann quasi in verschiedene Areale gehen. Und das war fast so ein bisschen so Dark Souls Hub World mäßig quasi, ne? Und in deiner Safe Zone entscheidest du dich, mit welcher Figur du rausgehst. Ja, warum geht jetzt hier der Aufzug runter, wenn ich hier überhaupt nichts machen kann? Blöder Feuerlöscher, warum ist er immer leer? Hab einfach mal reloaded. Aha, interessant. Ja, cool. Dankeschön, auf jeden Fall. Blood. I hope it's not Chris's blood. Irgendwie, ich versuche immer ein bisschen Barry nachzumachen, aber wenn ich Blood sage, werde ich immer zum Vampir so ein bisschen versehentlich. Blood. Ich hoffe, es ist nicht Chris's blood. Äh, 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 äh. Vielleicht ist Barry auch ein Vampir. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist der mit Dimitrescu verwandt. Ich, ich, vielleicht auch. Vielleicht sind die, ich sehe es. Ich, ich, Barry und Dimitrescu wären gutes Pärchen. Ich finde, die passen gut zusammen. Wenn ich ein Resident Evil Pärchen schippen würde, dann wäre es ab jetzt, habe ich gerade beschlossen, Barry und Dimitrescu. Ein Traumpaar. Ich weiß nicht. Ich fühle, ich fühle den Wipe zwischen denen irgendwie. Doch. Ah, okay. Gehen wir erst da lang. Wann kommen wir denn in die, in die rekonstruierte Villa aus dem ersten Teil? Das war nämlich echt ein, ein geiler Moment, an den ich mich noch gut erinnern kann, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. dass da plötzlich Räume aus dem allerersten Teil nachempfunden sind. Das war ziemlich cool. Oh, nee, warte mal, ein bisschen dauert es noch, aber jetzt kommt ja auch bald die, äh, Kampfsequenz. Okay, das ist ein bisschen weird. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Macht das was? Naja, gehen wir. Man kann, man kann nicht genau sagen, nee, dafür, wenn das Spiel ein paar Jahre vorher noch rausgekommen wäre, so fünf Jahre vorher, dann wäre das noch eine ernst gemeinte Skybox gewesen, was man da im Hintergrund sieht. da sind wir im, im Bizarro Herrenhaus. Okay, da ist offensichtlich Claire, aber Chris reagiert noch nicht drauf. It's Claire! Sie ist bewusstlos in einem Kokon. Ich brauche irgendeine Art Werkzeug, um es zu öffnen. Ob schon, brauche ich da einfach nur mein Messer? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja. It's locked. A biohazard-Symbol. Ein Bild von Zwillingen und zwillingen, was habe ich denn das so komisch gesagt, von Zwillingen und ihrem Vater. Drei seltsame Löcher sind da zu sehen. Sie sind beim Finger des Jungen, beim Ohr des Mannes und bei der Girls Bossom. Okay. Aha! Das ist nett, dass die mir hier ein neues Messer hinlegen. So für den Fall, dass man so doof ist wie ich und das Messer nicht mitnimmt, obwohl das in Code Veronica vollmächtig ist, legen die einem hier sogar noch mal ein zweites Messer hin. Dankeschön. Das ist nett. Okay. Ein cooles Resident Evil-Paar wäre Ada und Chill. Ich mag Ada nicht. Ich glaube, wer auch immer eine Beziehung mit Ada hat, hat die Arschkarte gezogen. Das will ich Chill nicht zumuten. Und auch nicht Leon oder irgendjemand anderen. Aber dann hat ein Monster attackt uns und wir getrennt. Also das bedeutet Steve ist noch in der Basis? Ich bin sicher. Claire? Was ist falsch? Ich denke... Ich denke ich habe getrennt. Just hold on, I'll be right back. Weißt du, vielleicht ist sie nicht mal so schlimm, wie ich sie einschätze. Das ist möglich, aber man weiß es halt nicht. Man kann es nicht einschätzen. Absolut unberechenbar. Wer, 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 wer überhaupt, könnte ich gar nicht mit so jemandem zusammen leben. Du musst ja alles, was sie sagt, hinterfragen. Du weißt ja nie, ob sie gerade für sich oder für irgendeine Firma oder wirklich für dich oder die Beziehung arbeitet. Wisst ihr, was ich meine? Geht überhaupt nicht. Finde ich ganz schlimm. Ganz unangenehm. Ich finde den Charakter ganz unangenehm. So, jetzt haben wir schon drei Messer. Das Spiel will mir echt mitteilen, dass ich doch mal mehr Messer benutzen soll. Die sind wirklich gut, ey. Glaubst du uns doch mal. Nimm halt mal die Messer. Wirklich. Wir versprechen es dir. Ach, die sind gar nicht für die. Oder kann ich die erst nachfüllen, wenn die leer sind? Sind die für die? Nee, oder? Die sind doch nicht für die. Sind die für die? Nee, die sind schon für die oberen. Wahrscheinlich geht es wirklich erst, wenn die leer ist. Kann schon sein. Na, Ada denkt nicht immer nur an sich. In Resident Evil 2 Original hat sie Leon schon gesagt, dass er ohne sie entkommen soll, weil sie wusste, dass sie nicht gut für ihn ist. Und in Resident Evil 4 Original hat sie Leon von Krauser gerettet. Ja, 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 aber selbst da, selbst gerade bei Resident Evil 4, sowohl im Original als im Remake, wäre ich mir nicht sicher, ob sie das macht, weil sie Leon irgendwie wirklich mag oder ob sie einfach nur sich gedacht hat, na, der ist nützlich. Der läuft hier durchs Dorf und macht irgendwie ordentlich Krawall. Das ist ziemlich praktisch für mich, dann kann ich ein bisschen durchsneaken und bin nicht so im Zentrum der Aufmerksamkeit. Soll der mal machen. Selbst da, man weiß es nicht, ne? Das ist genau das, was ich meine. Ich weiß es nicht. Ich trau der halt kein Meter. Ähm, und, ich hab keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade mache. Äh, ich tue einfach so, als würde ich Inventar managen, aber in Wirklichkeit bin ich gerade, ich weiß gar nicht, sollen wir mal, ich mach mal die, na, nee, ah, Hilfe! Ich räume mal die Maschinenpistole da rein, damit das Inventar ein bisschen leerer wird. Und die Hellbade brauchen wir in einem Speicherraum, falls wir da nochmal hinkommen und ich es nicht schon übersehen habe. Die können wir erstmal wegpacken und jetzt speichern wir erstmal. Ja, in den Remax bin ich mir auch nicht sicher. Da mag ich Ada auch nicht mehr so. Aber im Original mag ich sie schon. Okay. Ne. Also, äh, ja. Aber ich nicht. Nö, magst du nicht. Okay, äh, hab ich noch irgendwie, hab ich noch so ne Kurbel? Haben wir nicht irgendwann mal ne Kurbel geschnitzt? Ne, die haben wir leider. Schade, haben wir nicht dabei. Überall findet Chris hier Löcher. An den Bildern, in den Wänden. Hier ist noch ein bisschen Heilkraut. Packen wir auch ein. Aber ich glaube, Ada und Jill zusammen würden mit allen Gegnern den Boden aufwischen. Das wäre ein Schlachtfest. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich glaube, ich würde, weiß ich gar nicht. Ja, du hast schon recht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob Leon, ich bin mir nicht sicher, ob Leon und Jill nicht vielleicht sogar noch das viel krassere, äh, Zermetzlungskuppel wären, wenn es um Kampfkraft geht. Also so Resident Evil 4, Leon und Resident Evil 3, äh, Jill, vor allem das Original, die würden halt einfach Biowaffen mit bloßen Fäusten in Stücke hauen. Da kann so ein Nemesis kommen. Jill alleine schubst Nemesis schon rum, als wäre ein nasses Taschentuch. Wenn dann Leon noch mit einem Roundhouse-Kick reingeht, dann, äh, ne, dann verlässt der Parasit freiwillig den Körper, glaube ich, von Nemesis. Dann sagt er, nope, ich bin raus. Und dann platzt ihm der Kopf und so ein kleines Tentakel-Ding schlubbert weg. Das glaube ich. Haben Ada und Jill sich eigentlich jemals getroffen? Ja, du hast recht, das ist, ähm, wahrscheinlich pauschal auf Anhieb, würde ich sagen, nicht, ne. Ich wüsste jetzt kein Szenario wo, wobei ich bei den CGI-Filmen nicht so deep drin bin. Da könnte es unter Umständen sein. Habe ich irgendwas übersehen oder so? Muss ich, muss ich nochmal irgendwie irgendwo hin? Wahrscheinlich muss ich nochmal irgendwo hin. Ada könnte aus einem Agenten-Film sein. Man weiß nie, ob sie die Wahrheit sagt. Ja, ne, das ist ja auch so der, der Trope, den Ada da, äh, verkörpert. Sie ist quasi so das Bond-Girl im Endeffekt. So diese Femme Fatale. So dieser alte Stereotyp. Mochte ich noch nie diese Figuren. Leon fehlt nur noch im Vollbart. Hm. Ich finde das Bärtchen, das sie ihm im sechsten Teil gegeben haben, voll unpassend. Hey, wenn, wenn seine Entscheidung ist, seine modische Entscheidung, soll er das gerne so machen. Aber ich bin kein Fan von seinem kleinen Bärtchen. Das er da bekommen hat. Das ist ein kleines Ziegenbärtchen da. Wer wäre denn, falls, also nehmen wir mal an, Resident Evil würde in gut verfilmt werden. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Sagen wir das zweite Teil von mir aus. Wer wäre denn eure Traumbesetzung für Leon? Weil aktuell könnte ich es gar nicht mehr so genau sagen. Aber früher, in meiner Jugend, was halt auch daran liegt, dass ich einfach ein Kind der 90er bin, wäre für mich Leonardo DiCaprio die perfekte Leon-Besetzung gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich das immer noch sagen würde. Aber wenn ich so drüber nachdenke, warum eigentlich nicht? Ich finde, Leonardo DiCaprio wäre ein guter Leon. Ich bleib dabei. Leonardo DiCaprio. Mit Bart wäre der Chuck Norris in Resident Evil. Ja, zumindest was die Roundhouse-Kick-Quote angeht. Dem jetzt habe ich Bock auf Resident Evil 6 bekommen. Peinlich. Hey, ich denke mir immer wieder mal, okay, vielleicht gebe ich dem Spiel nochmal eine Chance und schaue es mir nochmal an. So schlimm wird es schon nicht sein. Und dann spiele ich es. Und nach einer Stunde denke ich mir, ach so, okay, doch, ja, leider. Es stimmt. Es war doch so schlimm. Ich mag es wirklich überhaupt nicht, den sechsten Teil. Und ich mag überhaupt nicht, dass ich gerade nicht weiß, wo wir hin müssen. Ich stehe komplett wieder auf dem Schlauch. Ich gehe mal nochmal schnell in die Tür, weil ich Angst habe vor dem kleinen Roboter. Zu klein. Ich weiß nicht, wie groß Leonardo DiCaprio ist, aber Leon ist auch ziemlich klein. Ich glaube, der ist irgendwie 76 oder 78 oder sowas. 1,78. Also 1,78, nicht nur 78. Ich gehe zurück. Ich gehe nochmal, gehen wir einfach nochmal zurück. Keine Ahnung. Outbreak 1 und 2 sind wahrscheinlich die beliebtesten Resident Evil Spiele, die ich so gut wie noch nie gespielt habe in meinem Leben. Das ist ein weirder Satz, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich habe ja ein paar von den weirden Spin-offs nie selber gespielt, aber die meisten haben nicht wirklich eine Fangemeinde. Und es ist allgemeiner Konsens, dass die ignoriert werden können. Aber auf die beiden Outbreaks bin ich gespannt. Die haben mir durchaus... Die sind beliebt. Hunter, was ist denn jetzt? Also wirklich. Typisch Umbrella wieder. In dem Fall ist es ja die unbekannte Wesker-Firma, aber trotzdem. Typisch Biowaffen produzierende Firma. Die kriegen echt gar nichts gebacken. Nicht mal ihr tolles, ich verbinde hier, Hunter mit meinem Sicherheitskamera-System funktioniert. Hallo? Ich wurde hierher bestellt. Ich soll hier jemanden umbringen? Aber jetzt ist hier niemand. Bin ich jemals... Bin ich die Treppe... Hm, okay. Ich muss mal noch mal was überprüfen. Nur 78 wäre schon heftig. Ich meine, das... Dann wären auf jeden Fall auch alle anderen sehr klein so, ne? Im Resident Evil Universum. Es fällt gar nicht auf. Aber man weiß es nicht. Das Resident Evil Universum ist weird. Ich meine, die Leute infizieren sich schon seit Urzeiten mit irgendwelchen Viren und Parasiten und so weiter. Kann schon... Ist halt so ein Alternate History Universum. Da sind alle Menschen irgendwie so um die 60 Zentimeter groß. Und alles ist ein bisschen kleiner gebaut. Fällt halt nicht auf. Aber... Das ist jetzt offiziell mein Headcanon. Äh, ich glaube, ich bin nämlich gar nicht da lang gelaufen, ne? Und ich glaube, da brauche ich auch die Hellbade und so weiter. Da, da, jawohl. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Ich fand Outbreak auch super. Ja, ich bin gespannt drauf. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich mag es nicht. Ich habe es ja mal kurz angespielt für ein paar Stunden. Äh... Und ich glaube, ich mag es nicht. Ich glaube, das ist mir zu hektisch. Weil das ist ja, glaube ich, in so ziemlich allen Leveln so, ne? Dass Gegner neu spawnen, dass man immer ein Zeitlimit hat. Und dass man immer irgendwie... Puh, mag ich, glaube ich, gar nicht. Dann kommt noch die KI hinzu. Äh, Chris? Warum sind wir hier reingegangen? Wegen Granaten, die du gar nicht benutzen kannst, das ist gut. Ich sage nur Zombie-Elefant. Das ist ein Argument. Okay, das ist ein Argument. Dagegen kann ich nichts sagen. Zombie-Elefant ist ein Argument. Oskar, der Zombie-Elefant ist ziemlich großartig. Ja. Da stimme ich dir zu. Damit hast du gewonnen, würde ich sagen, die Diskussion. Sind bei Chris hier keine Motten? Oh mein Gott, ist das schön. Das hat mich total verwirrt, weil ja die Karte schon aufgedeckt ist. Ich habe da nicht mitgedacht. Aus irgendeinem Grund, ne? Weil die beiden sind Geschwister. Und wie alle wissen, die Geschwister haben, haben Geschwister eine telepathische Verbindung. Und dadurch, dass sie hier schon war und die Karte aufgedeckt hat, hat die natürlich Chris auch aufgedeckt. Insofern, da habe ich nicht mitgedacht. Logisch. Halt! Nimm die Hellbade. Danke. Welches ist das schlechteste Resident Evil Spiel für dich? Hm. Ich habe immer noch nicht alle gespielt, ne? Resident Evil Survivor 2 kommt jetzt zum Beispiel erst noch. Okay, das ist jetzt... Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil an Resident Evil Survivor oder Resident Evil Guiden hatte ich keine Erwartungen. Im Gegenteil, da waren meine Erwartungen sehr niedrig. Und deswegen war ich sogar positiv überrascht. Am meisten enttäuscht hat mich definitiv Resident Evil 6. Aber würde ich jetzt sagen, dass es wirklich das schlechteste Resident Evil Spiel ist? Wahrscheinlich unfair. Wahrscheinlich wäre das schon sowas wie Survivor oder... Vielleicht Survivor 2 warten wir mal ab oder... Oder auch Guiden. Aber ich meine, das war halt ein Gameboy Spiel. Was will man da auch erwarten? Weirdes Gameboy Spiel. Keine Ahnung. Ich sage trotzdem 6. Ich bleibe bei 6. So vom Gefühl her. Spontan vom Gefühl her sage ich, das sechste Teil ist für mich der schlechteste. Tom Holland sehe ich als Leon. Als junger Resident Evil 2-Leon, ja. Ist auch okay. Ich finde halt, weil Leonardo DiCaprio ist super mit Leon mitgealtert. Der hätte damals den Resident Evil 2-Leon spielen können in den 90ern und könnte jetzt super den Resident Evil 6 und darüber hinaus Leon spielen. Wird super. Aber Tom Holland ist es auch. Finde ich nicht schlecht. Operation Raccoon City. Ah. Das habe ich vor kurzem... Das ist halt wieder das Problem. Weil auch das Spiel hat mich wieder positiv überrascht. Weil ich halt... Meine Erwartungen waren halt, oh mein Gott, das wird jetzt das Schlimmste überhaupt. Und dann spiele ich es und denke mir so, ach, ist ja eigentlich irgendwie ganz nett. Keine Ahnung. Kann man cool nebenbei Podcast hören und da so ein bisschen vor sich hinschießen. Ähm. Deswegen war ich da auch positiv überrascht, ehrlich gesagt, von Operation Raccoon City. Aber halt auch eher... Keine Ahnung. Nicht so als ernst gemeintes Spiel, sondern als so Fingerbeschäftigung, während man eigentlich was anderes guckt oder so. Naja. Alfreds Tagebuch, 30. Januar. Es gibt einen versiegelten Raum im Flur in der antarktischen Facility-Einrichtung. Ich weiß nicht, was darin versteckt ist. Aber ich weiß, wie ich reinkomme. Warte mal, von wem ist das Tagebuch? Alfred. Der Batman-Butler. Gut. Äh. Ich kann die drei Juwelen nutzen für jedes der drei Familienmitglieder. Die sie als Beweis ihrer legitimen Erbfolge der Ashford-Familie bei sich tragen oder so ähnlich. Das einzige Problem ist, ich komme nicht in den Besitz des Beweises des Vaters. Meines Vaters. 17. Februar. Ich habe es endlich geschafft, den versiegelten Raum zu betreten. Äh. Ich hätte mir nie zu träumen gewagt, welche wahnsinnigen Geheimnisse hier existieren. In Bezug auf die Geburt von Alexia und mir. Ich hasse meinen Vater. Dieser Nah Alexander. Jetzt ist es offensichtlich, dass wir nur erschaffen wurden, um to cover my fathers Blunder. Was ist denn Blunder? Da denke ich an so eine alte Piratenpistole. So eine Blunderbüchse. Äh. Hi Arthur übrigens. Ist wahrscheinlich schon ewig her die Nachricht. Ne. Ich sehe es jetzt erst. Hallo. Ähm. Ja. Irgendwas. Will er vertuschen halt. Äh. Ich kann ihm nie wieder vertrauen. Ich muss den glorreichen Namen der Ashford-Familie mit meiner Schwester wiederherstellen. Ich habe nichts, wovor ich mich fürchten muss, solange Alexia an meiner Seite ist. Dritter März. Alexia ist tot. Ich habe Angst. Ne. Quatsch. Äh. Alexia hat Experimente an Menschen, an menschlichen Körpern durchgeführt. Über die wir geredet haben. Unser nutzloser Vater muss jetzt glücklich sein. Denn er kann nun endlich wieder Positives zur Ashford-Familie beitragen. Wir sollten nur darauf aufpassen, dass der Butler, Hermann, nicht mitbekommen, was wir so machen. 22. April. Hermann hat rausgefunden, was wir machen. Ich habe Angst. Das Experiment war ein vollständiger Fehlschlag. Unser Vater ist absolut nutzlos. Sogar schlimmer noch. Er ist in ein gefährliches Monster verwandelt worden, das komplett außer Kontrolle geraten ist. Ich muss mal kurz hier, wir blocken. Moment. Hier blockt, hier blockt der Chef noch selbst. Ähm. B-b-b-b-spern. Tschüss, Mr. Spambot. Okay. Wie auch immer. Alexia scheint der Lösung auf der Spur zu sein. Fernab aller Erwartungen wird sie jetzt Experimente an ihrem eigenen Körper durchführen. Den Bot habe ich gemeldet. Das ist immer gut. On top of that, äh, darüber hinaus, muss sie für 15 Jahre schlafen, damit ihr Experiment vervollständigt werden kann. Dank diesem Idioten kann ich meine liebe Alexa nun für 15 Jahre nicht mehr sehen. Was kann denn da jetzt der Vater dafür? Im Gegenteil, oder? Aber ist ja okay, von mir aus. Hi, Karl-Heinz. Äh, Alexia wird nun schlafen. Und ihr ganzes Vertrauen lastet auf meinen Schultern. Jetzt bin ich der Einzige, der Alexia beschützen kann. Und heute ist Alexia eine kleine Box, die mir die Uhrzeit und das Wetter sagt. So kann's gehen. Warum habe ich gerade Speicher-Tape bekommen? Was? Das war irgendwie mega weird. Ist das ein subtiler Hinweis, dass ich speichern sollte? Von mir aus, Resident Evil. Von mir aus. Das gibt mir erst den Würfel, dann lese ich die Notiz und dann plötzlich... Hier ist da noch ein bisschen Speicherband. Bitteschön. Nosferatu. Da ist er... Oh, ja genau, der ist ja tot. Klar hat ihn ja schon erschossen. Der letzte Stream ist auch schon wieder eine Woche her. Habe schon wieder alles vergessen. Ich sehe da gerade ein Schwert an der Wand. Chris, nimm das Schwert. Wann kriege ich endlich mein Resident Evil im Mittelalter? Es gibt einen Mod, eine Total Conversion zu Resident Evil 2. Ist leider noch in sehr frühem Entwicklungsstadium. Gibt bis jetzt nur eine kleine Demo. Ähm, wie heißt das gleich nochmal? Ist irgendein Wortspiel mit Mittelalter und Resident Evil? Kann mich nicht mehr erinnern. Ne, weiß ich nicht mehr. Aber das sieht spannend aus. Da habe ich Bock drauf. Im Endeffekt ist das ein Resident Evil mit Knife-only-Run. Nur, dass man ein großes Knife hat. Ne, es gibt auch ein Magiesystem tatsächlich. Aber ja. Hätte ich tatsächlich Bock drauf. Ich finde es schade, dass die wohl wahrscheinlich tatsächlich angedachten Mittelalter-Passagen aus Village gestrichen wurden. Wobei ja auch nicht klar ist, dass wenn es diese Passagen überhaupt wirklich gegeben hätte, ob die überhaupt Spielbarheiten gewesen sein sollen oder vielleicht nur so rückblenden. Aber wie dem auch sei, ich will's. Her damit. Da sagt mein Freund auch immer. Warum kämpft keiner mit einem Schwert? Das ist die beste Waffe und du hast nie Munitionsmangel. Also ich bin ja echt kein Fan von diesem Metal-Gear-Survivor, das Konami da noch gemacht hat, um die Metal-Gear-Lizenz auszuschlachten. Ganz schreckliches Spiel. Ich habe es gespielt. Ich habe gelacht. Ich habe es gehasst. Also ich habe gelacht, weil es so schlecht ist. Und weil die einfach... Kojima geht weg und die schaffen es quasi am nächsten Tag, die Metal-Gear-Lizenz ein für alle Mal zu töten. Wow. Aber gut. Okay. Auf jeden Fall muss man dem Spiel eins lassen. In der Zombie-Apokalypse-Welt haben die Zäune. Maschendrahtzäune und Speere. Und das ist einfach die beste Idee, die man haben kann. Das ist alles, was man in einer Zombie-Apokalypse braucht. Stabile Maschendrahtzäune und Speere. Und dann, ja, hast du durchgespielt. Deine Zombie-Apokalypse. Resident mit Evil. Genau. Dankeschön. Das ist es. Das ist ein netzes Wortspiel. Oh oh. It's a trap. Oh nein. Und jetzt platzen aus denen auch noch... Ich weiß nicht, was das ist. Sag mal, habe ich die Dinger in meinem absolut alle... Resident Evil Monster Video. Diese weirden, kleinen, nicht wirklich Motten-Babys. Habe ich die? Aufgelistet. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Ich war in der letzten Version des Videos, die ich hochgeladen habe. Und es ärgert mich so. Hat es mir die Tonspur ein bisschen verschoben. Und zwar die erste Stunde oder so des Videos. Komplett. Ah, es ist furchtbar. Ich überlege wirklich, ob ich es nochmal neu hochlade. Deswegen. Es ist schon echt nervig. Ich hasse es. Aber wenn ich wirklich sowas wie diesen Gegnertyp vergessen hätte, hätte ich einen Grund. Also hätte ich eine Ausrede für mich selbst, warum ich mir die Arbeit antue. Hm. Muss ich mal überprüfen. Hallöchen, Nommicrafter, der nicht Mr. Spambot. Okay, Chris. Gut gemacht. Jetzt sind wir in die Falle gegangen. Jetzt ist mal ein Kraut. Ich habe, glaube ich, tatsächlich in dem alle Resident Evil Kreaturen Monster nämlich einen Alligator, einen mutierten Alligator aus Outbreak nicht mit drin. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, ja gut, okay, aber der aus Resident Evil 2 ist drin. Kennst du einen, den riesen mutierten Kanalisations Alligator kennst du alle, ne? Das ist nicht so schlimm. Die muss man nicht unbedingt als separate Gegner auflisten. Kann man. Werde ich vielleicht in zukünftigen Versionen des Videos auch machen, aber muss finde ich nicht sein. Aber wenn der Gegner fehlen würde, dem würde ich nachreichen. So, was machen wir jetzt, Chris? Haben wir jetzt irgendwas gefunden? Haben wir irgendwas geschafft jetzt hier? Wir haben einen blühen Würfel. Aber uns fehlt noch das passende Riegelwerk für eine anständige Partie Dungeons & Dragons. Insofern können wir damit noch nicht mal was anfangen. Und ansonsten haben wir nix. Wir haben nix gefunden, Chris. Nix. Und ich weiß nicht, wo ich den Schlüsselwürfel benutze. Wir gehen jetzt zurück in die Villa. Ich glaube, wir sind hier fertig. Aber wartet mal. Jetzt muss ich noch mal kurz in den Flur gehen. Ja, Cam ist leider kaputt. Die hat den Geist aufgegeben. Ich schaue. Bis nächste Woche werde ich... Oh, was? Was ist denn hier passiert? Die vermehren sich. Bis nächste Woche habe ich entweder einen Ersatz oder sie irgendwie repariert oder so. Das ist ein bisschen lustig, weil ich bin nur da reingegangen, um mich kurz zu heilen, weil ich mal gebissen wurde. Und jetzt ist hier einfach eine ganze Armee. So. Munitionsverschwendung. Sein Vater. Oh, Pistole ist schon wieder... Hey, Pistole ist einfach immer leer. Pistole ist einfach immer leer. Hallo? Ich glaube, ich bin wieder online, oder? Ich war kurz weg. Bin ich wieder da? Ja, wir sind wieder da, oder? Bin ich auch auf YouTube wieder da? Ich hoffe es. Ja. Ja, ich bin da. Dankeschön. Gut. Ich gucke mal schnell, ob da alles klappt. Kurzer Aussetzer. Nichts passiert. Alles gut. Naja, wenn sonst nichts ist. Dann ist ja alles gut. Gut. Danke für die Empfehlung von Holy. Mega gut und immer mehr davon. Dankeschön. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ich hab auch... Ich hab aktuell gar keine neue Sorte, die ich euch vorstellen könnte. Ich kann euch aber sagen, dass neue Sorten in Arbeit sind. Auf die ich sehr gespannt bin. Ich hab sie noch nicht. Ich kann euch noch nichts darüber sagen. Aber ich freue mich wirklich drauf. Ich bin sehr gespannt. Die könnten super lecker sein. Ich kann euch glaube ich sagen, so als Insiderinformation, wenn ihr das Probierpaket noch bestellen wollt, wo alles so ein bisschen mit drin ist, so das Einsteigerpaket, wenn ihr es zum ersten Mal probieren wollt oder so, dann holt es euch jetzt am besten und wartet nicht. Das kann ich euch jetzt mal mit an die Hand geben. Ohne, dass ich irgendwas weiter drüber sage. LSBR für 5... LSBR-Code für eure erste Bestellung 5 Euro. LSBR 10% für alle Bestellungen. Nur, dass ihr es wisst. Von mir wisst ihr nix. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe einen blöden Würfel gefunden und weiß nicht, was ich damit tun soll. Und ich muss mal ganz kurz den Aktenkoffer mir anschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nur Claire den öffnen kann. Aber nicht, dass es an sowas Doofem scheitet. Ne, genau, passt schon. Resident Evil 6 Koop macht Spaß. Na, mir leider eben auch nicht. Ich habe es ja. Ich habe es ja mit einem Freund zusammengespielt. Der Freund und ich, wir haben den fünften Teil total geliebt. Und haben den durchgezockt wie blöd. Und waren vom vierten eben auch große Fans. Und... Na, wir haben den... Wir haben den... Ich werde nicht mehr fertig mit Inventarmanagement. Wir haben den sechsten einfach gekauft, ohne uns irgendwelche Tests oder irgendwas anzugucken. A no-brainer. Neues Resident Evil. What could possibly go wrong? Wir waren so enttäuscht. Hast du den Würfel untersucht? Genau. Nee, noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob... Ach so, ein Papier. Das ist kein Würfel. Das ist ein Briefbeschwerer. Ein... Ein Werkzeug, um Dokumente zu halten. Ich kann die Bedeutung der Symbole auf der Oberseite nicht entschlüsseln. Verzeihung, ich muss husten. Aber es hängt irgendwie auf mit der Umbrella Corporation zusammen. Also, wir haben ein Biohazard-Symbol. Wir haben ein Umbrella-Symbol. Wir haben A und A für die beiden Ashford-Kinder wahrscheinlich. Wir haben eine Krone und ein Herz und ein Peek, wie Pokerkarten. Und die Krone und die Ashford-A's für Alexia und... Wie heißt er? Geht er überhaupt mit A los? Alexander? Nee, das war der Vater, oder? Könnte auch für ein Ass vielleicht stehen im Kartensystem. Nein, der Würfel ergibt keinen Sinn. Ich weiß schon, den brauchen wir, glaube ich, auch nur. Irgendwo muss man die richtige Reihenfolge eingeben. Und dann muss man den Würfel aus einer... Alfred, danke schön. Und dann muss man den Würfel aus einer gewissen Perspektive betrachten. Oder irgendwie sowas. Das ist alles. Ich verstehe nicht, warum mich das Spiel hier hinten in eine Falle lockt, wenn da gar nichts ist. Vielleicht noch nicht. Vielleicht noch nicht. Aber ich glaube, hier müssen wir nie wieder hin. Schauen wir uns die nochmal kurz an. Ein Monster mag möglicherweise der Killer sein. Hey, Chris sollte echt irgendwie so ein bisschen in die halbe Sherlock Holmes hier. Nicht schlecht. Hm, 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 hm. Eine zombifizierte Leiche eingewoben in ein riesiges Kokon. Möglicherweise steckt da irgendeine Art von Monster dahinter. Aber was mit den Motten passiert? Die sind am Winterschlaf gestorben. Was? Ihr wisst schon, was ich meine. An der Kälte. Ich gehe nur nochmal... Ich laufe nochmal alles ab und klicke mich durch. Vorsichtshalber. Ich will hier nicht mehr zurückkommen. Wir, in meinem Kopf sind wir hier fertig und ich möchte nie wieder hierher kommen. Blood. I hope it's not a crisis blood. Genau so sagt das Barry. Soll ich nochmal... Ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal dahin. Ich gehe... Aber warum? Ich gehe trotzdem. Wir gehen jetzt nochmal alles ab. Chris, hoch mit dir. Wir schauen uns jetzt nochmal alles in Ruhe an. Gehen das Kletter in das Flugzeug. Los. Ne. Ne. Meint ihr eigentlich, der Tyrant im Flugzeug hat überlebt? Der mit der Kiste einfach rausgeschleudert wurde? Er könnte überlebt haben. Der ist vielleicht irgendwo in irgendeiner großen... In der Hauptstadt abgestürzt. Eingeschlagen. Und hat da irgendwie für Chaos gesorgt. Und wir werden es nie erfahren. Okay. Ich bin nochmal zurückgegangen. Hier ist nichts. Weiter geht's. Hi Stan. Ich stelle die Streams auf meinem Hauptkanal immer auf nicht gelistet. Damit die da nicht im Feed auftauchen. Als wären es irgendwelche Lore-Videos oder so. Also auf meinem Haupt-YouTube-Kanal. Aber ich lade das dann alles in bearbeiteter Version mit rausgeschnittenen Pausen und so weiter auf meinen Let's Play-Kanal hoch. Und auf Twitch, da findet ihr auch das What weiterhin. Das VOD. Und auf YouTube theoretisch auch. Ich stelle das nur auf nicht gelistet. Nicht auf privat. Wenn ihr den Link habt, dann kommt ihr da auch weiterhin hin und könnt euch das angucken. Und den Link findet ihr zum Beispiel auch auf Discord. Auf meinem Discord-Server. Also das ist nicht aus der Welt. Man kann es sich auf jeden Fall angucken. Und spätestens, wenn es dann vermutlich schon morgen, spätestens übermorgen auf meinen Let's Play-Kanal hochgeladen wird, dann ist es sowieso nochmal offiziell released und verfügbar und für die Nachwelt konserviert. Das Kulturerbe, das wir hier gerade erschaffen gemeinsam. Nimm jetzt das Rad damit, Chris. Komm. Nimm es mit. Wir brauchen das. Nein, ihr könnt es wirklich mitnehmen. Oh Gott, bin ich froh, dass wir nochmal hierher gegangen sind. Oh, ich hätte es beinahe wirklich. Es war eher ein Scherz. Wirklich. Oh, oh. Eiszombies. Die Walker. Wie heißen die in Game of Thrones? Die Eiswalker aus dem Shadow Realm. Ich käm mich aus. Chris, du hast ein Mottenbaby am Rücken. Wollen wir was dagegen tun? Dankeschön. Ich geh mal nochmal kurz da rein, auch wenn ich glaube, da ist nix. Gut. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Let's go. Wie spät ist es denn? Es ist noch nicht mal acht und ich bin schon komplett matschig in der Birne. Was ist denn los? Es fliegt noch keine zwei Stunden. Die Nacht ist noch jung. Ich habe aber auch wenig geschlafen, wenn man um 5 Uhr morgens die Katzen kotzen, wenn man von Wirk-Geräuschen geweckt wird, das ist immer nicht so schön. Das ist nicht die schönste Art aufgeweckt zu werden. Wenn man gleich mal irgendwie mit Desinfektionsmittel und Klopapier so im Halbschlaf noch irgendwie Katzenkotze aufwischt. Katzen, Knäule. Das ist immer schön. Katzen im Haus haben ist schon ein Segen. Aber hilft ja nix. Und dann habe ich mich auch nicht mehr hingelegt. Das lohnt sich auch nicht mehr. Dann, ne, wenn bis alles sauber ist, ist man wach. Schnell. Schnell, Chris. Ja, ich finde, das ist es wert, dass man ab und zu Kotze aufwischen muss. Aber das muss man mögen. Kann ich nicht uneingeschränkt allen empfehlen. Man muss wissen, auf was man sich einlässt. Du hast eine Katze, die noch nie gekotzt hat? Du lügst doch. Kann doch gar nicht sein. Ich glaube, im Durchschnitt kotzt so eine Katze einmal die Woche oder so. Aber es kommt auch darauf an. Es kommt auch darauf an. Wir haben unseren Katzen früher immer relativ viel Paste gegeben. Malzpaste. Das ist erstens total gesund und zweitens hilft das bei der Verdauung. Und dann können die die ganzen Haare, die sie sich beim Putzen aufnehmen, können wir nicht benutzen, können die dann ausscheiden. Einfach normal. Dann kotzen die sehr viel weniger. Aber da unser jüngster Kater, der gerne eine starke Lebensmittelallergie hat, der darf nur sehr spezielles Futter essen, gibt es auch keine Leckerlis und auch keine Malzpaste mehr. Und dann, naja. So ist das eben. Okay, to clean the tank, to exchange the water. Ein Square Handle. Da haben wir das Problem. Ein Square. Und wir haben das Rad zugeschnitten. Oder? Das ist kein Square mehr. Das war mal ein Square. Na ja. So, was machen wir jetzt, Chris? Wo führt der Aufzug eigentlich hin? Auf jeden Fall nehmen wir den jetzt. Du hast die Kotze bloß noch nicht gefunden, wahrscheinlich. Seit Jahren hat die Katze irgendwo unter einem Regal den Geheimkotzplatz. Du hast ihn bloß noch nicht gesehen. Vermutlich. Der Kotztresor. Okay. Irgendwo hier war noch ein Kurbelloch. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich glaube, es war eher so in der Villa. Der geheime Kotzplatz. Wer kennt ihn nicht? Ja eben. Niemand. Das ist ja das. Niemand kennt ihn. Jeder kennt ihn nicht. Das ist ja das Gemeine und Geheime dran. So, einmal kurz im Kreis laufen. Eher für die, das war jetzt eher für die Ausdauer, damit Chris nicht irgendwie hier rostet. Wir müssen ja auch auf den Kanon achten, ne? Chris wird ja bis zum fünften Teil ein riesen Bodybuilder und der muss deswegen hier jetzt schon ein bisschen trainieren. Deswegen drehe ich ein paar extra Runden, damit er nicht irgendwie hier schlapp wird. Wer rastet, der rostet. So. Dann gehe ich woanders hin. Eben, er muss später noch Steine verprügeln. Wer Steineverprügler werden will, muss früh joggen anfangen. Aus irgendeinem Grund. Aha. Hier. Ein Oktakon. Oktagon. Loch. Kurbel Chris. Kurbel um dein Leben. Resident Evil 5. Chris hätte den Generator einfach so lange verprügelt. Bis er aus Angst Strom generiert. I can switch the supply. Was? Wir machen halt. It's an electric... Connection device. I can switch the supply of electric power. Ja. Aber. Ah, jetzt. Plupp. Und jetzt haben wir jetzt Strom, oder? Hä? Ändert sich was? Ich erwarte irgendwie ein Geräusch, oder so, aber... Ich... Ne. Wird der Raum heller? Bilde ich mir das ein? Ich bilde es mir ein, oder? Ich glaube schon. Soll ich den nochmal benutzen? Ich benutze es mal nochmal. Ne. Geht gar nicht mehr. Okay. Dann wird es schon passen. Dann haben wir jetzt Strom. Boom. So. Ich würde sagen, wir speichern jetzt. Es ist so lustig, ey. Ich habe mit Claire fast nicht gespeichert, ne. Und mit Chris wird jetzt rausgeballert. Wir haben noch 23 Speicherbänder. Die müssen verbraucht werden, bis wir es durchspielen. Nichts verkomme ich lasse. Ach, in Resident Evil 5 hat Chris auch noch Kurbel... Äh, gekurbelt und gedreht. Das stimmt. Ein Resident Evil Spiel ohne kurbeln, ne, ist einfach kein Resident Evil Spiel. Ja, ich meine, früher habe ich die Resident Evil Spiele wirklich so gespielt, wie du schreibst, äh, äh, Nomi Crafter. Im Grunde habe ich halt einfach ununterbrochen gespeichert. Mir sind auch wirklich die Speicherbänder knapp geworden, weil ich hatte halt auch tierisch Angst, ne. Ich hatte halt auch tierisch Angst. Und deswegen habe ich halt einfach mir... Habe ich halt einen Raum im Grunde durchsucht. Und habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da waren zwei Zombies und ich habe einen Schlüssel gefunden. Speichern. Und das war, ne, so ging es. Ja, genau. Eine Frau... Zeichnet Wasser. In dem Fall trägt sie es oder so wahrscheinlich. Wie übersetzt man denn Drawing in dem Kontext? Äh, aus dem... Aus dem Fluss raus... Schöp... Schöpfen. Schöpfen ist gut. Schöpfen ist gut. Äh, können wir... Können wir auf das Regal steigen? Können wir irgendwo draufsteigen? Weil ich kann die... Die Statue verschieben. Aber ich weiß nicht, wohin ich sie schieben muss. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass man... Das ist so ein bisschen der... Der... Der Kniff, ne. Man möchte intuitiv das Kästchen verschieben. Weil man kennt ja aus dem ersten Teil. Aber in dem Fall muss man die Statue verschieben. Aber ich weiß nicht, wohin. Hier ist nichts Seltsames. Okay. Dieses Bild hat eine wunderschöne Landschaft. Eine shabby Frau. Einen dunklen Eindruck gibt dieses Bild ab. Aber sonst nichts Seltsames. Ein Beautiful Oil Painting. Na dann ist es gut. Ich bin erst mit Resident Evil 2 Remake eingestiegen. Für mich war Rezzy mein Leben lang diese mysteriöse Spielreihe. Aha. Ja, ich bin mit Original 2 eingestiegen in die Reihe. Und das hat mich schon sehr geflasht damals. Im Positiven. So. Das ist jetzt ein mega weirdes Rätsel irgendwie. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, komm, das war doch früher anders geplant, oder? Das war doch nicht so geplant ursprünglich. Das ist so komisch. Dass da der Tiger ist, genau wie im ersten Teil. Aber der hat schon seine Augen. Und man nimmt die raus, damit man Items kriegt. Es ist irgendwie so komisch. Naja. Anscheinend funktioniert das mit elektrischem Strom. Und dann nehmen wir den Juwel zurück. Ich hab mich als erwachsener Mann vor Mr. X eingeschossen. Äh, schissen. Ja. Glaub ich. Okay. Magnum Bullets. Ich mein, das Rätsel ist ja offensichtlich, dass wir den Strom abschalten müssen. Und dann kommen wir über einen Umweg wieder hierher und nehmen ihm die Augen ganz weg. Bla, bla, bla. Aber es ist ein weirdes Rätsel. So, Socket. Was bist du eigentlich? Ich verstehe das nicht. Ganz sieht aus wie ein Türgriff. Aber... Ah! Der Kurbel. Der Kurbeltransformator. Okay, alles klar. Kurbeltransformator. Hallo, Tok Tok. Was geht? Was geht? Okay. Immer fest desinfizieren, Chris. Das ist wichtig. Vor allem, wenn man mit Zombieviren zu tun hat. Oh. Äh. Okay. Ähm. Gut. Okay. Okay. Der Zombie-Ameisen-Bau. Äh. Aber ich sollte vielleicht echt kurz zurück in den Safe-Room eigentlich, weil ich echt... Mein Inventar ist so voll, ey. Ja, komm. Drehen wir nochmal, bevor wir weitergehen. Drehen wir kurz um. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Das macht ja auch keinen Sinn. Safe-Room ist ja gleich um die Ecke. Ah. Das ist ein... Okay. Warte mal. Zur kaputten Bodenplatte schieben. Ja, okay. Keine Ahnung. Ist es... Ist es in einem Versuch wert? Ich weiß es eben auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Man kriegt ja auch nur die Karte. Es ist ja nicht existenziell wichtig. Aber das macht Sinn, ne? Und dann bricht sie ein und dann kann man sie einfach rausnehmen oder irgendwie so. Ja. Kommen wir bekannt vor. Dankeschön. Cool. Okay, cool. Dann haben wir jetzt eine Karte. Und die Karte sagt uns, dass da hinten irgendwas gelb blinkt und wichtig ist. Hä? Habe ich was übersehen? Ach so. Ja, klar. Ne. Der Tiger. Den habe ich nicht übersehen. Ähm. Speicherraum einfach nur. Ah, ne. Das sind die Kameras, ne? Ah, ich hasse die Dinger. Die gehen mir schon ein bisschen auf die Nerven. Ne. Das ist gar nicht der Kameragang. Ich habe mich vertan. Das ist der Eisgang. Das ist gut. Hallo, Gunther Plus. Ich bin mit Resident Evil 7 eingestiegen. Ah. In meinem gesamten Freundeskreis hat keinen die Reihe interessiert. Seitdem ist Resident Evil meine Lieblings-Franchise. Möglicherweise ist Chill auch daran schuld. Das siebte ist aber auch ein interessanter Einstiegspunkt. Weil das hier quasi so die Wiedergeburt der Reihe war so ein bisschen. Und ist auch ein sehr eigener Teil. Der interessanterweise so ein bisschen das ist, was ganz ursprünglich mit Resident Evil geplant war. Dieses langsame Doom quasi. Dieses langsame Horror-Doom von, von, also, wie es ursprünglich so konzipiert war, aber wo die Leistung der Playstation nicht mitgespielt hat. Ähm, jetzt haben wir die Kurbel. Soll ich erst nochmal zurückgehen und kurbeln? Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und kurbeln. Ich glaube, ich nehme die da wieder mit. Und ich glaube, den Würfel packe ich mal kurz hier rein. Wo war denn gleich nochmal das mit der Kurbel? Oh nein! Achso, nee, warte. Doch, doch. Hä? Ah, die Kurbel. Wo war das? Ah, da war's. Ja, okay. Gut. Let's go. Eben, Rezi 7 ist für mich kein Rezi, weil es gefühlt nichts mit Rezi zu tun hat. Da hilft dieser komische Chris am Schluss nicht. Ja, ich hab da kein, ich hab kein Problem mit 7. Ich find's auch voll, also ich find 7 total gut, ne? Insofern hab ich überhaupt kein Problem damit, dass die Reihe da versucht hat, sich nochmal zu wandeln. Nach dem 6. Nach dem 6. Teil. Ich bin auch kein Fan von der First Person. Aber das ist halt ne Designentscheidung. Mein Gott. Ich find das schon in Ordnung. Ich find den neuen Ansatz schon ganz cool. Mutig. Und hätte er auch super schief gehen können. Hätte er auch super schief gehen können. Hätte die Franchise auch komplett killen können. Für immer. Deswegen, deswegen echt ein mutiger Versuch, das Ganze zu retten. Der zum Glück funktioniert hat, weil sonst hätten wir jetzt einige sehr großartige Spiele nicht. Was glaubst du, was im nächsten Teil von Resident Evil, abgesehen von Remakes, passieren wird? Ja, da haben wir schon öfter im Stream drüber geredet. Und basically kann ich nur immer wieder sagen, absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Zu Zeiten von Village, als Peter Fabiano noch bei Capcom war, hätte ich noch Prognosen abgeben können. Aber jetzt werden einfach alle Karten, sind jetzt komplett neu gemischt. Und der 9. Teil kann alles sein. Der 9. Teil kann absolut alles werden. Das kann ein 4-Spieler-competitive-asynchroner Multiplayer werden. Genauso gut wie das absolut krasseste Horrorspiel ever. Oder ein komplett bescheuertes Actionspiel. Ich halte alles für möglich jetzt. Aber ich glaube keine First Person mehr. Ich glaube nicht mehr an eine First Person. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mich traue als Prognose über Resident Evil 9 abzugeben. Es wird keine First Person geben. Wahrscheinlich wird es genau das eintreffen. Kann auch möglich sein. Ich glaube es aber nicht. Ah, mit dem ersten Teil eingestiegen. Ein wahrer OG. Kranschlüssel. Ja, ich verstehe. Okay, okay, okay. Kranschlüssel. Kommt jetzt schon die Spinne, wenn ich jetzt den Kran benutze? Ich glaube, da kommt jetzt schon die Spinne. Ich muss nicht gegen die Spinne kämpfen, ne? Vielleicht, ich habe, ich habe, es ist noch nicht so lange her, dass ich gespeichert habe. Machen wir einfach. Resident Evil mit Open World. Ich halte dich für unwahrscheinlich tatsächlich. Aber auch das würde ich jetzt gar nicht generell prinzipiell ausschließen tatsächlich. Also ich glaube jetzt nicht an so eine richtige Open World, was wir unter einer Open World verstehen. Aber so ein bisschen dieses Village-Konzept mit dem Hauptplatz, der in verschiedene Richtungen geht, ein bisschen weiter gedacht. Sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Hey, Desert Railgun. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du mit dabei bist. Ein Open World Raccoon City Resident Evil würde ich ehrlich gesagt voll feiern. Und das aber einfach nur aus so einer nerdigen, oh mein Gott, ich kann endlich Raccoon City mir so richtig anschauen und erkunden und so weiter Perspektive. Das kann auch ein schlechtes Spiel werden und so, keine Ahnung. Aber ich hätte voll Bock, einfach Raccoon City zu erkunden. Darum geht es mir in erster Linie. Ich mochte die Stadtbereiche im zweiten Teil und auch im dritten Teil immer schon am liebsten tatsächlich. Ah, jetzt wurde ich Spinne aus dem Eis. Es hat Wesker seine kleinen Suchrobote abgezogen. Das ist nett. Nur in Raccoon City wäre geil, aber so eine ewig große offene Welt wäre Mist. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das gut funktionieren würde in so einem Survival Horror Setting. Glaube ich auch nicht. Nee, und auch, dass der neunte Teil First Person hat wegen Trilogie und so weiter, das sind ja quasi auch alte Informationen. Mittlerweile hat sich das ja quasi erledigt mit dieser 789 Trilogie. So sehen die Spinnen bei mir im Keller aus, wenn ich das Licht einschalte. Ja, ja. Als wir hier, äh, das Haus, in dem wir hier wohnen. Hey! Der T-Dog ist jetzt ein Bird Rider. Der T-Dog, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich riesig. Schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön. Äh, äh, das Haus, in das wir hier gezogen sind, stand ein paar Jahre leer, bevor wir eingezogen sind. Und holy shit. Holy shit, waren da Spinnen unterwegs. Das war unangenehm. Mittlerweile haben wir das in den Griff bekommen. Beziehungsweise stehen jetzt so viele Möbel rum, dass wir sie vielleicht einfach nicht mehr sehen. Aber ist okay. Koexistenz und so. Wir stören uns gegenseitig zumindest nicht mehr. Hi, Krawall, Bruder. Eine Open World kann eine Stadt, Land oder was anderes sein. Ja. Ja, klar, grundsätzlich schon. Resident Evil Code Veronica Dreamcast Hammer mit dem Dreamcast Display. Ach, meinst du diese, diese Speicherkarte da auf dem Controller, die ein Display hatte? Ich weiß gar nicht, was hat denn das für ein Feature genutzt? Weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Nee, 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 nee. Das sind alte Informationen. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob das jemals offizielle Informationen waren oder nur Gerüchte. Ich bin mir nicht sicher. Aber spätestens nach Village, nach dem DLC von Village, wurde jetzt wirklich ganz offiziell bestätigt, dass die Wintersaga mit dem DLC endet. Das ist jetzt vorbei. Wie gesagt, Peter Fabiano war jemand, der hat da maßgeblich an Sieben und Village mitgearbeitet. Und der hat Capcom jetzt verlassen. Der ist jetzt bei Benji oder? Ich weiß gar nicht mehr. Der ist irgendwo anders hingegangen auf jeden Fall. Und die Machtstrukturen bei Capcom haben sich verändert. Ganz neue Leute mit ganz neuen Ideen gehen jetzt an den neunten Teil. Deswegen sind Prognosen auch so schwer. Und alles, was man glaubte zu wissen oder so, ist quasi ein alter Hut. Kann man, kann man nicht mehr. Kann man nicht mehr. Kann man nicht mehr. Kann man nicht mehr. Irgendwie auch gut, um ehrlich zu sein. Ich, ja. Ist mir ehrlich gesagt fast ein bisschen egal. Ich würde jetzt jeder sagen, Gott sei Dank sind wir die Winters los. Noch würde ich sagen, oh nein. Diese armen Winters. Ich hätte gern mehr von denen gesehen. Ist mir wirklich relativ wurscht. Ich bin schon immer eher der Gameplay-Guy gewesen. Solange das Spiel gut ist, ist mir eigentlich das Setting und die Charaktere und so weiter erstmal egal. Es gibt natürlich Charaktere, die mag ich lieber und die mag ich weniger gern. Aber ist egal. Spiel gut, ich gut. Oder so ähnlich. Spiel glücklich, ich glücklich. Äh, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt, ich habe jetzt, wartet mal. Ich habe jetzt zumindest den Stein des Vaters. Das bringt uns zwar noch nix, aber den könnten wir zumindest schon mal einsetzen. Ich brauche den Umbrella-Schlüssel, sonst kommen wir nicht weiter. Ja, und ich weiß gerade nicht, wo ich den herkriege. Egal, mit Tendenz zu gut so. Shadow of Rose ist schon ein ziemlich geiler und sehr umfangreicher DLC, genau wie Separate Ways. Mochte ich auch gerne. Ich finde, der hat viele coole Passagen, viele coole Ideen eingeführt. Dadurch, dass die quasi in diese Mold-Welt gegangen sind, in diese Mega-Mycet-Welt, konnten die auch super viel übernatürlichen Shit machen. Finde ich auch cool. Ach ja, wir haben ja irgendeinen Schlüssel gefunden, ne? Habe ich den in die Box gepackt. Ich darf nicht immer so viel reden und lesen, aber wisst ihr, was scheiß drauf? Natürlich rede ich und lese ich viel. Haben wir den Schlüssel schon irgendwo benutzt? Bin ich irgendwie bescheuert? Weil das ist der andere Schlüssel. Wo habe ich denn den hingepackt? Spinnig. Da ist der Würfel. Habe ich den Schlüssel irgendwo benutzt und abgeworfen und kann mich nicht mehr erinnern? Ach, das war der Kranschlüssel! Das war der Kranschlüssel! Ja, natürlich! Alles gut! Okay! Mann, ich bin verwirrt! Gut! Wir können jetzt auf jeden Fall da unten bei den Kriechtieren noch weiter machen. Da gehen wir jetzt wieder hin. Okay! Dann rüste ich mich dafür mal aus. Ich weiß nicht mehr, ob die vergiften, aber ich nehme mal eine Antidote mit. Und den Stein packe ich erstmal in die Kiste. Dann habe ich zwei freie Inventarplätze. Ah, ich habe viel zu viel Heilung dabei. Meine Güte. Da können wir noch ein bisschen reduzieren, würde ich sagen. Ich glaube, da tun es auch zwei. Okay, let's go! Was soll ich? Ich speichere schnell. Scheiß drauf. Immer fest speichern, hat schon meine Oma immer gesagt. Immer fest speichern, Buur. Hat sie nicht wirklich. Obviously. Wahrscheinlich wird Teil 9 der Bruder von Reverse. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte echt Hoffnung in Reverse. Aber ein Multiplayer Resident Evil ist immer so gut wie Capcoms End... End... Endszenen... Einfallreich. Sonnenaufgang. Ach so meinst du. Ja, ja, ich verstehe. Äh, ich weiß wirklich nicht. Ich verstehe es auch wirklich nicht, was da bei Capcom los ist. Ich verstehe das wirklich nicht. Scheinbar will irgendjemand in einer verantwortungsvollen Position unbedingt einen Resident Evil Multiplayer pushen. Unbedingt. Immer wieder. Aber so verantwortungsvoll kann der nicht sein. Oder so mächtig innerhalb der Firma kann er nicht sein. Weil das Budget dafür oder der Umfang oder woran es auch immer scheitert, das ist scheinbar nie dafür da irgendwie. Es ist einfach... Es sind dann immer so halbherzige Versuche. Es sind oft so Konzepte, wo man sich denkt, oh ja, könnte ja ganz nett sein. Und dann ist es das vielleicht auch für ein, zwei Stunden, aber dann ist es halt irgendwie vorbei. Keine Ahnung. Ich hätte sogar Bock. Ich hätte sogar Bock auf ein richtig gutes Resident Evil Multiplayer Spiel. Wenn die das endlich mal hinkriegen würden. Ich hätte überhaupt nichts dagegen. Also so Multiplayer im Sinne von eben der Raid-Modus aus Resident Evil 4 und 5 ist großartig. Der, wie heißt er gleich nochmal, Modus aus den beiden Revelations-Teilen ist super. So was in der Richtung könnte man tatsächlich zu einem vollwertigen, coolen Spiel bauen. Wenn man es ernst meinen würde. Und wenn man dann auch ein bisschen Budget in die Hand nimmt. Aber immer diese komischen, weirden, halbherzigen Versuche, ich verstehe es gar nicht. Ich finde es gut, dass sie es versuchen. Wenn eins mal nicht gut wäre, hätte ich mega Bock. Ey, wenn eins mal gut wäre, hätte ich mega Bock. Aber leider sind die nie länger als 10 Minuten gut. Ja, eben, genau. Das ist ja das Problem. Ehrlich gesagt versuche ich gerade verschwenderischerweise nur die Dinger leer zu schießen, weil ich wissen will, ob ich sie dann nachladen kann. Dabei sollte ich Zombies echt mit dem Messer töten. Aber naja, okay. Forschungsreport an der Ameisenkönigin. Nachdem ich die Überreste eines antiken Virus in den Genen einer Königinameise gefunden habe, werde ich mich auf die Forschung an diesen Ameisen konzentrieren. Das Ökosystem dieser Ameisen scheint ideal für mich, er scheint mir ideal zu sein. Es gibt eine Königin auf jedem Ameisenhügel und ihre Soldaten- und Arbeiterameisen. Die, die Sklaven der Königin sind. Sie widmen der Königin ihr Leben. Der Tod der Königin bedeutet das Ende des gesamten Ameisenhügels. Aber die Soldaten- und Arbeiterameisen können einfach ersetzt werden, solange die Königin noch am Leben ist. Das ist genau das, dieselbe Beziehung zwischen mir und den anderen ignoranten Massen. Ich habe es geschafft, den idealen Virus zu erschaffen. Nee, warte mal. I succeeded in creating... Doch, genau. Ein ideal Virus. Indem ich das Ameisenkönigins-Gen in den Mutter-Virus von Spencer integriert habe. Ich habe meinen anderweitig nutzlosen Vater als Testsubjekt benutzt. Aber, wie ich erwartet habe, hat der Virus zu schnelle... Verzeihung. Zu schnelle Veränderungen in seinen Zellen verursacht und die komplette Zerstörung seines Gehirns, Zellen und Körperfleisch verursacht. Und des Weiteren wurde ein spezielles Gas in seinen Körper generiert, auf das das blaue Kraut keinen Effekt hat. Oder gegen das das blaue Kraut keinen Effekt hat. Deswegen habe ich ein Antidot im Falle des Notfalls entwickelt und es in dem Weapon Chemical Warehouse auf dem 2B-Stockwerk gelagert. Ich werde diesen Virus mit unvorstellbarem Potenzial den T-Veronica-Virus nennen. Wenn ich herausfinde, wie ich die Macht dieses wundervollen Virus nutzen kann, wird meine größte Forschung endlich komplett sein. Alexia Ashford Bip Genau, der Raid. Ja, ich bin nicht so der PvP-Spieler, aber das könnte man ja auch wunderbar integrieren. Aber ich finde auch einfach die Vorstellung cool, dass man im Vierspieler-Koop diesen Raid-Modus gemeinsam spielt. Mit eben ganz viel Waffen und Figuren und Waffen-Mods, die man freischalten kann. Und das soll überhaupt nicht in Canon sein, das Spiel, in meinem Kopf zumindest, meine Idealvorstellung. Sondern wirklich so ein Fan-Spiel, weißt du, so ein Fan-Blödel-Spiel. Zum Figuren sammeln, zum gemeinsam irgendwie abchillen und Spaß haben. Und wie gesagt, ein kompetitiver Modus wäre jetzt nichts, was ich mir wünschen würde, aber könnte man hier super gut auch mit einbauen. Ich habe es geschafft, es ist leer. Ich hätte wirklich ein Messer oder die Pistole mitnehmen sollen. Mir tut das schon ein bisschen in der Munitions-Auf-Sparungs-Looter-Siele weh. Deswegen kicke ich den jetzt hier auch tot. Ah, das war aber nicht geplant. Liegen bleiben. Hey! Liegen bleiben! Hey! Du kannst nicht ernsthaft drei Pumpkern-Schüsse einstecken, Zombie. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen unverschämt war das jetzt schon von dem. Ich muss echt die Pistole mitnehmen für so Zombies. Ich meine mal so, naja, es kommen eh nur noch Hunter. Es gibt ja eh nur noch Hunter ab der Stelle. Und dann, ja. Die Ameisenkönigin ist tot. Lang lebe die Ameisenkönigin. Der Hügel ist verschwunden. Ein Supercomputer. Achso, ich habe hier drin jetzt im Grunde nur den Tipp bekommen, wo ich hin muss. Ne, sonst nix. Auch ein bisschen lame. Aber gut. Also so ähnlich wie Call of Duty Zombie-Modus funktioniert, ganz lustig für Spieler gegen NPCs. Den kenne ich jetzt nicht, aber möglich. Aber halt mit natürlich ganz viel freischaltbaren Zeug. Und weißt du, ich stelle mir das halt so vor, dass es dann Maps gibt, die in Raccoon City spielen, wo man gegen Zombies und Licker kämpft und Maps aus der Original Resident Evil Villa mit Crimson Zombies und Maps aus dem vierten Teil und Maps aus den verschiedensten Teilen mit auch den passenden Gegnern. Und dann kann man das Ganze vielleicht ein bisschen interessant durchwürfeln. Dann kann man halt vielleicht irgendwie so Bonus Maps machen, wo plötzlich Plagger und Zombies kombiniert vorkommen oder irgendwie, ne, sowas. Da sehe ich so viel Potenzial drin, einfach ein richtig spaßiges Multiplayerspiel zu machen. Ganz viel Nostalgie, ganz viel Fansupport, Fanservice, ganz viel Quatsch, aber im Kern halt ein gutes Spiel. Das muss es halt sein. Es muss halt im Kern einfach ein gutes Spiel sein. Das ist halt logischerweise das A und O. Ich bin gespannt, ob dann Chris im Remake, wie die Babyface-Version von 7 aussieht. Ne, die haben ja die 7-Version schon mit Village wieder zurückgenommen. Wobei interessanterweise das Gesichtsmodel das gleiche ist. Von Village und 7-Chris. Nur der Bart ist anders und ein bisschen breiter haben sie ihn halt gemacht, ne. Und er guckt böser. Aber es ist die gleiche Person dahinter. Hier steht was. Als Zwillinge Alexia und ich sind zwei Seiten der gleichen Münze. Ein Design ist unter dem Namen von Alexia eingraviert. Aha, das muss ich mir kurz irgendwo aufschreiben. Moment. Ich habe ja hier noch meinen Umbrella-Notizblock und meinen Umbrella-Kugelschleiber. Umbrella-Kugelschleiber. Wie Operation Raccoon City nur in gut. Und viel umfangreicher. In gut und umfangreicher. Okay, wartet mal kurz. Und ein bisschen anders. Also, ich male ein Herzchen. Ich male ein Blättchen. Wusstet ihr, dass wahrscheinlich, nimmt man zumindest an, die Herzform in Wirklichkeit quasi eine Person ist, wahrscheinlich eine Frau eher, die sich nach vorne bückt. Das ist quasi so der Arsch. So ist wahrscheinlich diese Herzform entstanden. Das ist kein Scherz jetzt. Das ist wirklich. Das wird angenommen, dass im Mittelalter die Herzform so entstanden ist. Das ist im Grunde ein Arsch einer sich bückenden Frau. Das heißt, wenn man irgendjemandem im Chat kleine Herzchen schickt, dann kriegt man der in Wirklichkeit wahrscheinlich kleine Ärsche. Und ich finde das wunderschön. Also, Arsch, Blatt, Doppel-A-Krone. Okay. Hört auf, Ärsche in den Chat zu posten. Ich bann euch. Kann man nicht machen. Okay, da ist ein Knopf. Den drücken wir. Soll ich jetzt einfach nur... Soll ich jetzt einfach nur da rein nach eingeben, was da stand? Das wäre ein bisschen zu leicht, oder? Arsch, Blatt, Doppel-A-Krone. Keine Response. Jetzt wäre es halt echt cool, wenn wir den blöden Würfel dabei hätten. Chris, warum hast du wieder nicht an den Würfel gedacht? Alles muss man selber machen. Oh Gott, oh Gott. Das ist gerade, ich hatte gerade so eine Vision, das wäre mein absoluter Horror, meine Horror-Vorstellung. Weil ich dachte mir gerade, wenn das ein Ubisoft-Spiel wäre, wenn Resident Evil von Ubisoft gemacht wurde, dann würde Chris beim Verlassen des Speicherraums sowas sagen wie, hm, ich sollte vielleicht lieber den Würfel mitnehmen und die Kamera würde nochmal auf die Kiste fahren und sowas. Virus-Erforschungs-Report. Die Arbeit am T-Veronica-Virus wird fortgesetzt. Den ich von der Königin extrahiert habe. Je mehr ich daran forsche, desto mehr bin ich vom Potenzial beeinflusst. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich so husten muss. Äh, bla, ich habe endlich den Virus in meinen Körper eingepflanzt und herausgefunden, wie ich seine Macht voll ausschöpfen kann. Ich werde nicht den Fehler machen, den ich bei meinem Vater gemacht habe. Ich werde die Aktivität des Virus unterdrücken, und zwar unter ultraniedrigen Temperaturen, so dass meine Zellen sich langsam verändern. Meine Kalkulationen deuten darauf hin, dass es 15 Jahre dauern wird, bevor mein Körper Immunität gegen den Virus erreicht und in der Lage sein wird, mit ihm zu koexistieren. Erste Symptome des T-Virus, ganz genau. Ich habe mich allein durchs Lesen der Dokumente angesteckt. Bald bin ich eure Ameisenkönigin. Äh, aber bis dahin habe ich... Aber erst in 15 Jahren. Ich gehe jetzt in den Kühlschrank. Ich lege mich in die Gefriertruhe so lang. Äh, aber bis dahin habe ich keine Wahl, als mich in eine Kapsel zu legen, äh, die von meinen treuen Soldatenameisen, von meiner treuen Soldatenameise, die mein Bruder ist, bewacht wird. Damit ich die ultimative Power erreiche, muss ich eben einige Risiken in Kauf nehmen. Wenn ich erwache, werde ich die Königin sein. Und der T-Veronica-Virus wird freigesetzt über die gesamte Welt von meinen Kindern. Jede einzige Kreatur auf dem Planeten wird nur noch existieren, um mir zu dienen. Wenn es soweit ist, wird die Welt zu einem perfekten Ökosystem. Genau wie ein Ameisenhügel. Aber ein viel größerer. Okay. Da hat sie schon... Man merkt, dass sie sehr genial ist, ne? Ameisenhügel klein, Welt groß. Du bist unsere Tintenfischkönigin. Genau. Machen die eigentlich Schaden? Ich würde fast gern... Ich würde fast gern speichern und einfach mal das Experiment da drin 100 Stunden rumlaufen, um zu gucken, ob die überhaupt Schaden machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt Schaden machen. Ähm, ja. Ach, Quatsch. Ubisoft lässt halt auch ein Nicht-Selbst-die-Welt erforschen. Sie nehmen Spieler immer in der Hand, anstatt dass man sich selber Zeit dafür nimmt. Mich nervt sowas auch bei Ubisoft-Spielen. Ich finde, das war tatsächlich aber schon mal schlimmer. Ich finde, mit der neueren Assassin's Creed-Formel, die jetzt die letzten beiden oder die letzten drei gehabt haben, also jetzt das Neueste nicht mitgerechnet, dass sie wieder sehr retro war, da haben die das wieder ein bisschen zurückgenommen und man konnte wieder ein bisschen mehr erkunden. Aber ich bin auch kein Fan davon, wenn man einfach die ganze Zeit nur irgendwelchen Markierungen nachläuft. Ich merke das auch so stark, dass ich mich in Maps, wo ich selber navigieren muss, so ein bisschen, kenne ich mich halt nach einer gewissen Zeit super aus und ich erkenne Orte wieder und habe irgendwie eine andere Beziehung zu den Plätzen. Und bei, ähm, so einem Assassin's Creed, wo ich die ganze Zeit nur mit Markierungen nachlaufe, erkenne ich auch nach 50 Stunden immer noch keine... Hä, ich verstehe es nicht, warum ich... Warum kann ich das nicht? Ach, ah, die ist für die Kalaschnikow. Jetzt wird mir alles klar. Na gut, Chris, dann haben wir das umsonst leer geschossen. Selber schuld, du Arsch. Danke für nix. Na gut, mach dir nix. Zur Not haben wir noch vier Sprengpfeile immerhin. Gar nicht so schlecht. Äh, okay, wo ist der Würfel? Da ist der Würfel. Jetzt wartet mal kurz. Jetzt lasst mich mal den Würfel schnell anschauen. Also. Wenn ich den... Herz. Blatt. A. Krone. Das sind die vier Seiten von dem Würfel. Hier ist ein Umbrella-Zeichen. Und hier ist das Bio-Hazard-Zeichen. Ne, ich verstehe das Rätsel nicht. Ha. Es hat was mit dem Würfel zu tun. Ich gehe mal nochmal zurück an den Schalter und dann schauen wir uns das an. Hi, Eric. Ich kann mich an das mit dem Würfel überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist komplett aus meiner Erinnerung gelöscht. Bin gespannt, ob wir das schon lösen können. Oder fehlt uns noch eine Information? Ich weiß es nicht. Erst für ein späteres Rätsel. Wirklich? Ja, man kann nicht auf die Felder drücken. Da kommt nur immer die gleiche Beschreibung. Hallo, Latengo. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob wir es heute noch durchspielen. Ich brauche ein bisschen länger, als ich dachte. Ich dachte so, okay, jetzt sind wir mit Chris in der Antarktis, sind wir in zwei Stunden durch. Drei Stunden später laufe ich mit einem Würfel in der Tasche durch die Gegend und habe keine Ahnung, was los ist. Aber vielleicht, vielleicht müssen wir, glaube ich, irgendwas anderes machen, damit Alexi aufwacht oder so. Und dann ist das irgendwie erst wichtig oder irgendwie sowas. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mich gerade eben schon wieder verlaufen habe, oder? Verdammt. Ich wollte, glaube ich, woanders hin. Würfel doch einfach mal, Chris. Das Gute an dem Würfel ist, du kannst keine Eins würfeln und somit keinen kritischen Fehlschlag. Insofern bestehen wir jeden Check. Blatt. Also, ich schaue mich hier drin jetzt nochmal ganz genau um, vorsichtshalber. Wir haben hier einen flackernden Bildschirm, mit dem ich nicht interagieren kann. Das ist auch alles nix. Das ist auch alles nix. Also, ich habe lange nicht mit diesem Teil gezockt. Nee, ich eben auch schon länger nicht mehr. Aber ich mag den schon immer noch. Also, ich bin immer noch sehr positiv dem Spiel gegenüber eingestellt. Ich finde es immer noch sehr gut. Aber ich kann mich wirklich an vieles nicht mehr erinnern. Ihr habt ja gemerkt, so die erste Hälfte konnte ich noch recht gut, aber danach nicht mehr so. Okay, schauen wir nochmal. Als Zwillinge sind Alexia und ich zwei Seiten der gleichen Medaille. Aha. Aha! Aha! Zwei Seiten derselben Medaille. Also, was ist, wenn ich immer das Gegenüberliegende nehme? Das Gegenüberliegende! Jetzt erwartet mal. Okay. Gegenüber von Herz, ich meine natürlich Hintern, ist Doppel A. Gegenüber von Blatt ist Krone. Gegenüber von Doppel A ist dann logischerweise Arsch. und Gegenüber von Krone müsste logischerweise Blatt sein. Schade, dass die Kamera nicht funktioniert. Ihr müsst jetzt sehen, wie schön ich das Blatt gezeichnet habe, das letzte. Es ist großartig. Okay. Also, wir haben ein Doppel A. Habe ich jetzt, habe ich mich jetzt verdrückt? Vielleicht. Krone, Arsch, Blatt. Hier sollte ich wohl irgendwas reinlegen. Na toll. Ja, und zwar im Würfel. Es ist ein würfelförmiges Gefäß. Hi, Finch. Oh, oh. Der Pro ist Doppel A. Zufall. Das verstehe ich nicht. Was hat denn Doppel A mit einem Hintern zu tun? Den, den check ich nicht. Code Veronica eines meiner liebsten Ressi-Spiele. Ja, ich mag es auch sehr gerne. Ich finde es auch sehr gut. Hi, Scorpion Dragon. Ich stock nur gerade und gucke, weil ich glaube, der tolle Multi-Chat hier funktioniert schon wieder nicht mehr. Ich habe zum Glück die anderen Chats, beide Chats auch noch mal klein offen, weil ich mir schon gedacht habe, dass der nicht sehr zuverlässig ist, leider. Naja, was willst du machen? So, somit habe ich die Juwelen von Vater und Sohn. Ah, ah, Babysprache für Stuhlgang. Aha, ja, okay. Leider kann ich nicht so lange, dass ich bald in die Nachtschicht muss. Okay, dann gute Nachtschicht schon mal. Hi, Genwin. Okay. Alfred, Juwel. Let's go. Wisst ihr was, ich mache es jetzt. Ich laufe jetzt da ein bisschen durch und dann gucken wir, ob wir irgendwann mal auf Cautions kommen. Ah, tatsächlich, ist schon passiert, guck. Na, wunderbar, jetzt wissen wir es. Die machen zwar extrem wenig Schaden, aber sie können tatsächlich Schaden anrichten, ob man es glaubt oder nicht. Nee, die Magnum habe ich nicht. Aber ich glaube, die kann ich noch nicht holen. Ich glaube, ich brauche irgendwie erst den Umbrella-Schlüssel für diese eine blöde Tür. Sonst kann ich den Strom nicht ausschalten, also beziehungsweise komme ich, wenn ich den Strom ausschalte, nicht mehr zum Tigerkopf. Und ich glaube, damit hängt es zusammen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir werden es sehen. Wir werden schon sehen. Jetzt gehe ich mal kurz in den Speicherraum und speicher. und heil uns und schau mal ein bisschen, was wir noch so im Inventar haben. Ich wollte jetzt nämlich die gute Heilung für unser kleines Ameisenexperiment nicht verschwenden. Da tut es ein kleines Heilkraut. Rauchst dir rein, Chris. Den Edelstein legen. Ups, legen wir erstmal in die Kiste. Ansonsten passt es erstmal so weit. Achso, beziehungsweise haben wir wieder viel zu viel Heilung dabei. Achso, Moment. Wie oft ich immer, wie oft ich jedes Mal ins Inventar wieder rausgehe. Wo ist das Schreibmaschinenpapier? Haben wir doch schon alles verwendet. Ja, wir können nur noch 21 Mal speichern, Leute. Also, muss man jetzt echt sparsam umgehen, würde ich sagen. Was für ein Holy Energy würdest du empfehlen? Ich muss mal ganz kurz gucken, Moment. Ich schau mal ganz schnell, ich mach mal schnell einen Browser nebenbei auf, weil ich nur schnell spicken muss, welche aktuell verfügbar sind, weil ich weiß, dass es ein paar nur kurzzeitig gab, die ich aber sehr lecker finde. Da schau ich schnell, ob es die gibt, bevor ich irgendwie Blödsinn erzähle. Holy Energy, was haben sie denn da aktuell? Ah, es gibt noch Peacock Punch. Peacock Punch ist jetzt neu, der ist sehr lecker, der ist fruchtig, so leichter Kokosnuss Geschmack und ansonsten sehr Zitrus fruchtig, aber der ist sehr lecker auf jeden Fall, den kann ich empfehlen. Es gibt auch noch Woodroof Wolf, das ist so eine grüne Verpackung mit einem Wolf drauf, das hat Waldmeister Geschmack, also wenn man Waldmeister mag, dann ist das ein No-Brainer und die finde ich auf jeden Fall sehr gut. Hier Kaktus Kamel finde ich auch lecker. Da sind viele ziemlich gut. Ah ja, aber der aus dem Adventskalender, den Blauwal, den haben sie leider gerade nicht, weil der schmeckt nach Wassermelone. Den mag ich auch wirklich sehr gerne. Und der Kaugummi Geschmack war auch eine Aktion, die gibt es leider auch nicht mehr. Ich glaube von denen, die es aktuell jetzt hier gibt, würde ich entweder den Woodroof Wolf, den Waldmeister Geschmack oder eben den Peacock's Punch empfehlen. Die mag ich schon sehr gerne. Aber Fruity Frog ist auch gut. Ich finde alle gut. Ich glaube, was vielleicht leichter ist, ich persönlich mag am wenigsten Cherry Cheetah. Der ist mir ein bisschen zu mild irgendwie. Der schmeckt nicht intensiv nach Kirsche. Da bin ich kein großer Fan davon. Cherry Cheetah mag ich tatsächlich nicht so gerne. Aber alle anderen haben eigentlich tatsächlich was. Da könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Ja. Okay. Mein Favorit ist immer Strawberry Hydration Trink. Energy ist ja nochmal was anderes. Du meinst jetzt schon explizit Energy Drink Sorten. Nicht die Eistees und die Hydration Sachen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz ob wir zur Tiger Statue kommen wenn ich den Strom ausstelle. Ich bin mir gar nicht sicher. ich glaube nicht weil dann diese Schiebetür genau ja Energy ja genau nee Es gibt nämlich bei Eistee und Hydration paar echt auch geile Geschmacksrichtungen die aber eben leider wiederum nicht als Energy verfügbar sind und andersrum Manchmal würde ich wünschen die hätten einfach so alle Geschmacksrichtungen auf ihrer Startseite und man kann dann einfach ein Häkchen machen ob man die mit oder ohne Koffein will das wäre eigentlich perfekt ich muss das muss ich denen mal vorschlagen ich weiß nicht ob das technisch für die umsetzbar ist aber das wäre genial weil es gibt so viele leckere Energy Sorten die ich echt gern mehr trinken würde wenn ich so viel Koffein drin wäre weil ich eigentlich nicht so viel Koffein trinken will deswegen beschränke ich mich auf einen pro Tag aber als Eistee würde ich mir die sowas von permanent rein pfeifen ich glaube bis heute noch dass das Wunderkraut von Resident Evil nicht gegessen sondern geraucht wird ja ja sag ich ja ich auch ich habe sogar mal ein ganzes Video dazu gemacht wo es nur darum geht im Grunde um den Drogen Konsum in Resident Evil aha was blinkt denn da was blinkt denn da plötzlich warum blinkt das da plötzlich das hat früher nicht geblinkt weil jetzt der Strom an ist und aus irgendeinem Grund wurde dadurch ein Libellenflügel aus dem Karussell geschleudert vielleicht sehe ich es jetzt auch nur weil das Licht an ist gleich noch ein Libellenflügel da blinkt zwar nichts aber ich doch such mal schnell die Gitter na gut dann halt nicht du meinst koffein frei und mit koffein genau genau alle Geschmacksrichtungen mit und ohne koffein optional das wäre für mich total genial Hi Steffi ich muss irgendwas mit mein Tisch machen ich habe mir selber so einen großen Schreibtisch zusammengebaut einfach mit so Beinen und Holzbrett und so weiter ich will da auch noch so eine Platte drüber machen also so eine dickere Folien Schicht quasi so aber man hört leider den Tisch manchmal knarzen im Mikrofon hier ich mache es jetzt absichtlich laut aber okay ich muss aufhören das ist jetzt graziell laut glaube ich aber das ist blöd das möchte ich nicht das möchte ich bitte nicht das Karussell hat eine Libelle Gehaxel Gehaxelt ja ich glaube auch ich habe auch das Gefühl es wirkt ein bisschen so als wäre da einfach eine Libelle Vollgas gegen gegen das Karussell geflogen und explodiert okay leider bewirken die beiden nix Claire leider bin ich zu doof um den Schlüssel zu finden den wir brauchen damit es weiter geht ups oh Gott ich dachte schon das Spiel hat sich abgestürzt hat sich verabschiedet okay wir müssen hier hin ja wir müssen hier einfach weiter ich muss irgendwie aber es reicht nicht wenn ich einfach nur ein Auge vom Tiger hole oder ich habe das schon richtig in Erinnerung dass ich irgendwie erst den Strom abstellen muss und beide Tiger Augen brauche ich kann ja mal einfach das gelbe Tiger Auge holen und dann setze ich das mal da oben ein und dann gucken wir mal ich weiß es nicht eine Portion sind 500 Milliliter ja ein halber Liter pro Portion mach eine Konter Verstrebung hinten rechts und links meinst du so eine x-förmige Geschichte ich habe schon quasi in der Mitte des Tisches noch mal ein zusätzliches Bein angebracht dass das alles ein bisschen stabilisiert aber ich habe eh vor aktuell sind das quasi ich habe so einen Eckschreibtisch gemacht aber der ist noch nicht zusammengeschraubt ich will das Ganze vielleicht sogar noch an die Wand schrauben und dann eben noch mal so eine dicke Folie aber ich meine eigentlich eher so aber aktuell ist es ein bisschen doof ist es ein bisschen laut unter Umständen wenn ich mich falsch bewege ich darf mich einfach nicht bewegen da passt schon das stimmt das sind die alten Insider die kennen die neuen hier gar nicht mehr früher war das so ein bisschen Running Gag weil ich hatte so einen Sessel so einen Ikea Sessel den gibt es immer noch aber mittlerweile haben den die Katzen für sich beschlagnahmt und der war schon ein bisschen älter und hat angefangen super laut zu knarzen und immer wenn ich auf dem saß dann hat man das auch immer voll gehört wenn ich mich bewegt habe weil der super laut war der alte knarzi was wollte ich machen ich wollte zum Tiger ich wollte gucken sagt nicht die sind nämlich auch nur halb das sind nur halbe juwelen das stimmt nicht ich glaube ich brauche beide aber wie bin ich vielleicht zu doof nee nee ich komm nicht ran ich brauche irgend so einen blöden umbrella schlüssel vorher hast du die beine durch nut und feder verbunden oder mit lamellos oder einfach nur verschraubt verschraubt ich weiß nicht was das andere was du da geschrieben hast bedeutet ich hab sie einfach nur verschraubt okay wenn ich hier oben den strom ausschalte ich brauche offensichtlich muss ich irgendwie die tür öffnen und ich kann die tür nicht öffnen weil da ist ein bio hazard symbol eingraviert aber ich habe keinen bio hazard schlüssel was hat mir das eigentlich gebracht ach so ja nee okay ich bin ich hm lasst mich nochmal kurz die karte studieren vielleicht habe ich einfach nur irgendwas übersehen vielleicht habe ich einfach nur irgendwo irgendwas liegen lassen das kann natürlich immer passieren und ist dann mega frustrierend wollen wir uns schnell gemeinsam ich mache euch ein bildschirm an das es nicht so langweilig ist schauen wir uns schnell gemeinsam einen kurzen walkthrough an es gibt zu der szene wo ich gerade nicht weiter komme weil sonst kann das lang dauern bis ich hier weiter komme ist ja auch nervig code veronica longplay äh nicht longplay na longplay geht im grunde auch aber machen wir lieber einen walkthrough so wartet mal schnell ok schauen wir mal ich bin wahrscheinlich irgendwo hier ich bin sogar ein Stückchen weiter so ich skippe mal hier ein bisschen durch ok hier finden wir Claire moment mal da ist Claire schon gerettet ne spoiler alarm ok Chris was haben wir gemacht um Claire zu retten magnum haben wir auch schon da muss ich noch mal ein bisschen zurück skippen machen wir mal ach so aber hier hat er gerade jetzt gucken wir mal ok libellenflügel Claire rausschneiden haben wir check weglaufen ha anscheinend könnten wir die magnum schon haben die habe ich schon mal irgendwo übersehen anscheinend naja ok ja hier waren wir auch haben den schlüssel geholt gut wir nähern uns warte mal kurz wo sind wir jetzt hin was ist das für ein aufzug genau und den aufzug kann ich mich erinnern mit dem bin ich schon mal gefahren aber was war da gleich nochmal und warum fährt der jetzt erst zombies hä und dann fährt er wieder hoch der schießt die zombies ah das Feuer unten ach shit ja warte mal ein sehr rum da unten was hey radio raccoon tv dankeschön für den raid mit 22 wundervollen menschen schön dass ihr da seid ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen stream bei mir kommt gerade in einem verwirrenden moment meine kamera ist kaputt und ich komme nicht mehr weiter in code veronica deswegen gucke ich gerade ein walkthrough um zu gucken was ich übersehen habe und wo ich verstehe es gerade nicht wo ich hängen geblieben bin aber ich bin mir sicher einige von euch haben das spiel wahrscheinlich gerade erst gespielt gestern erst vielleicht könnt ihr mir auch weiter helfen aber jetzt gucke ich gerade noch mal schnell ich suche irgendwo den einen Hinweis wisst ihr so dieses eine was ich nicht gemacht habe wo ich irgendwas liegen lassen habe wo ich offensichtlich was übersehen habe das haben wir natürlich gemacht moment mit was warte mal vielleicht bin ich einfach nur doof und hab wirklich was übersehen achtung okay wartet mal könnte es sein dass ich einfach nur das Serum brauche dass ich da wirklich übersehen und liegen lassen habe das ist immer ein bisschen blöd ne bei so älteren survival horror spielen wenn man da hängen bleibt dann kann man halt dann geht halt die sucherei los äh nein füge einfach beide diamanten was sollte hier sein code veronica experte das ist schon mal gut können wir brauchen wahrscheinlich okay dann knarzt der tisch weil das holz aneinander schabt mein tipp wäre die schrauben nochmal zu lösen und bei jeder verbindung ein dünnes filzstückchen zwischen zu schieben okay also zwischen bein und tischplatte das werde ich versuchen das kann ja nicht schaden danke für den tipp das schon mal gut weil es ist schon ich muss halt echt aufpassen es ist schon ein bisschen nervig dass ihr hört es ja jedes mal wenn ich mich ein bisschen auf den tisch lasse dass dadurch dass es halt holz ist und auch das mikrofon am tisch befestigt ist geht halt der sound super stark die vibration super stark ins mikrofon über das ist jetzt nicht super schlimm oder so aber ja bisschen nervig okay dann passt auf dann muss ich jetzt äh nee dahin und da fahre ich mit dem aufzug glaube ich let's go ich habe einen anhaltspunkt gefunden vielleicht kommen wir dann weiter das überseherum ja ich habe auch die die magnum habe ich ich weiß nicht ob ich die noch kriegen kann ich glaube die habe ich verplant aber soll's yolo so moment okay weiter geht's ja das stimmt ich darf einfach keinen kontakt zum tisch herstellen das funktioniert auch hi fiorel okay gucken wir mal ich bin immerhin richtig habe ich eigentlich eine waffe ausgerüstet ja habe ich und was habt ihr so gemacht heute bei euch im stream okay gegner das ist schon mal gut gegner sind ein gutes zeichen what er hat mich einfach mal schnell vom aufzug gezerrt das ist neu und wegen dem vorfall hat chris zu trainieren angefangen das passiert ihm nicht nochmal dass er sich hier von so einem zombie durch den halben raum ich war schon mal hier aber wisst ihr was könnte das sein könnte das sein dass das serum hier noch nicht liegt oder zumindest vielleicht nicht blinkt wenn man die notiz noch nicht gelesen hat dass es hier sein soll ist 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 gar nicht aufgefallen und jetzt ist es gerade so markant hier aufgeblindelt heute gibt es Spaghetti Yolonese apropos kontakterstellen ich bin stark dafür dass wir mal wieder was zusammen aufnehmen bei uns gab es heute Resident Evil 4 OG Ah das steht mir auch noch bevor und ja können wir können wir gerne mal wieder machen ich bin irgendwie immer weiß ich nicht so ein Muffel was so Kontaktaufnahme angeht ich bin einfach ein Eigenbrödler aber ja konnte nicht so lange stream bin ein bisschen angeschlagen ja okay gute gute Besserung auf jeden Fall okay ich glaube dann haben wir es das war es das war das was uns gefehlt hat deswegen sind wir hängen geblieben es war dieses blöde kleine päckchen da unten okay es ist schon nach neun jetzt wäre eigentlich schon Silent Hill Zeit aber wie gesagt versuchen wir dass wir heute Code Veronica noch beenden und dafür gibt es dann nächste Woche mehr Silent Hill there I'll take care feeling better thanks to you just like a big brother huh you're always looking out for your little sister it's Alexia Alexia there really is an Alexia it is almost time you genetically inferior siblings after her she might know where Steve let's go let's go ja ich würde jetzt auch nicht unterbrechen wollen ja aber wirklich ich weiß nicht ob wir heute fertig werden ich dachte sechs stunden easy aber ich stelle mich so doof an dass wir vielleicht ein bisschen länger brauchen juhu juhu jetzt kommt die stelle wo wir gespoilt wurden aber es war nichts wichtiges im spoiler jetzt jetzt retten jetzt retten wir steve ich bin mir sicher dem geht gut what could possibly go wrong alles gut wie wir wissen ist steve zu einem beliebten charakter in zukünftigen resident evil teilen geworden der immer wieder auftritte hat und somit kann dem überhaupt nichts passieren hier moment mal so das heilen wir uns erstmal ist jetzt eigentlich chrises chrises blood und sein restliches inventar ist alles hier drin eigentlich in der box weil wenn nicht hätte ich das gern vorher gewusst mensch ich hätte echt schwören können aber es ist halt schon länger her aber ich hätte schwören können dass ähm dass der Kampf gegen Alexia im Haus mit Wesker und so weiter dass das vor der zweiten Klärpassage kommt aber ja ne bringt alles durcheinander ich glaube fest daran ich glaube jedes mal wieder dass wir Steve diesmal retten können irgendwann klappt es bestimmt kennt ihr die diese total weirde aber auch irgendwie lustige Theorie so eine creepypasta dass Nintendo bei der Entwicklung von Mario 64 eine experimentelle KI benutzt hat deswegen hat das Spiel damals jedem Spaß gemacht weil so ein KI Algorithmus in Mario 64 das Spiel so verändert hat dass jede Person immer den maximalen Spaß damit hat aber bei manchen Personen hat diese KI zu super weirden Passagen und Effekten geführt die die schwer traumatisiert haben und so weiter so eine total bescheuerte creepypasta ist aber total populär geworden hat voll um sich gegriffen ist eine super bekannte Story und so ist es glaube ich und ich hoffe immer dass es bei Code Veronica auch so ist ich hoffe irgendwann mal wird diese geheime KI im Inneren wird mir die Möglichkeit geben dass ich sie rette irgendwann wird es passieren jetzt haben wir überhaupt keine Chris Shotgun die ich da hinhängen kann alles doof warte mal lag da noch Munition auf dem Tisch ne nur ein rotes Kästchen im Buch a rotes Büchlein ok dann gehen wir weiter da ist Löschmittel im Raum ok in diesem Raum hier in dem Raum hier ist Löschmittel wirklich ich finde keins nein Magnum holen was hätte Bethesda so eine KI in Starfield benutzt aber so bleibt das Spiel halt nur Mittelmaß leider ne ich hatte so große Hoffnungen in das Spiel und so große Pläne mit dem Spiel aber leider hat sich's dann eher so als naja naja rausgespielt äh rausgestellt ach habt ihr die Emotes mit äh hier äh Kanalpunkten freigeschaltet sehr schön jo mach's gut Scorfin Dragon schöne Nachtschicht wenn man das so sagen kann hoffentlich nicht zu anstrengend oder oder was auch immer ne angenehme Nachtschicht auf jeden Fall tentakuläre Kräfte wow habt ihr gesehen ich hab schon meine ganze Munition verschossen aber habt ihr gesehen wie das Tentakelblut noch an die Wand gespritzt ist das sah richtig gut aus finde ich für damalige Verhältnisse so bin begeistert ach ich hätte echt die Armbrust mitnehmen sollen wisst ihr was ich geh zurück weil das stimmt wirklich da hat das Spiel absolut recht das Spiel hat absolut recht ich sollte auf die Tentakel mit der Armbrust schießen weil die Pfeile sind eh nutzlos das ist perfekt mehr Emotes da hast du recht das Knuddel bin ich auch dafür ich bin auch dafür wir brauchen mehr Emotes ich muss mich ein bisschen mehr grundsätzlich um Twitch kümmern abgesehen von einmal in der Woche Stream mache ich hier halt so gut wie nix aber ich finde auch da sollten wir mal ein bisschen was ein bisschen mehr mich kümmern okay let's go achso falsche Tür na gut von mir aus Claire dann gehen wir halt die Fretten wenn du unbedingt weinst ich meine es stimmt wirklich hätte hätte Claire wäre Claire einfach im Gefängnis geblieben nee wartet mal es stimmt gar nicht Leute es stimmt gar nicht wenn Claire einfach im Gefängnis geblieben wäre wäre Chris nie gekommen weil sie hätte ja Leon nicht kontaktieren können wenn sie nicht ausgebrochen wäre oder ja ich glaube schon insofern stimmt das leider nicht ganz aber ja gut die Grafik von Code Veronica ist besser als die von neun Ubisoft Games das ist ein gewagter Take muss ich sagen aber gut ich glaube ich würde es nicht unterschreiben bei aller Abneigung für Ubisoft ich habe gehofft dass wir dann Fallout 4 und Skyrim 2.0 ja ich glaube das haben wir alle gehofft dass dass Starfield ein würdiger Fallout 4 Nachfolger werden könnte und es hat ja auch so viel Potenzial ne so ist es ja nicht es hat ja wirklich viel Potenzial aber irgendwie ist es einfach ein bisschen langweilig leider ich habe mich halt aufs Planeten erkunden gefreut und Bethesda hat im Vorfeld ja die Erwartungen schon ein bisschen selbst reguliert und hat gesagt so hey Leute Weltall ist in Wirklichkeit aber langweilig und unser Weltall wird auch langweilig sein das haben sie ja im Grunde schon im Vorfeld so gesagt aber ich habe mir gedacht na gut wie langweilig kann es schon wirklich sein die Antwort ist sehr langweilig leider es kann sehr langweilig sein Vorsicht Platte von oben okay ich weiß nicht genau was das bedeutet aber ich behalte im Hinterkopf erstmal zieh Pfeil ins Herz geschossen achso ne warte mal Security Pfeil das wichtigste Geheimnis der Ashford Familie wird im Labor gehütet als eine Sicherheitsvorkehrung habe ich einen Selbstzerstörungsmechanismus im Kontrollraum eingebaut und habe den Aktivierungscode in den Computer eingegeben sobald initiiert oder eingegeben werden sich alle Türen verriegeln ne ne werden sich alle Türen entriegeln sodass man leicht auf die Fluchtrouten kann wenn man den Aufzug benutzt der den Hangar verbindet was by using the elevator that the dialect deconnect achso wenn man den Aufzug direkt zum Hangar benutzt sollte man in der Lage sein aus dem Labor ziemlich leicht zu entkommen bitte erinnert euch dass ich den Namen meiner wunderschönen Vorfahren für den Aktivierungscode benutzt habe oh mein Gott Alexander Ashford du bist der dümmste Mensch überhaupt du hast den Selbstzerstörungscode deiner ganzen Forschungsanlage wo auch deine Zwillingsschwester 15 Jahre lang im Kryoschlaf schläft hast du einfach nur nach deiner Vorfahren genannt was jeder weiß und schreibst es auch noch in so ein Dokument was ist mit dir los immer diese diese Sicherheitsmaßnahmen also diese nicht vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen dieser bösen Firmen ganz egal ob Dino Crisis oder Resident Evil ob Umbrella oder hier irgendwelche so Adligen die sind alle irgendwie ein bisschen bescheuert Passwörter werden einfach irgendwo auf Zettel geschrieben selbst für den Selbstzerstörungsmechanismus und macht spannend okay ich hab ne ich hab ich ich weiß was zu tun ist wir spielen ne runde Super Monkey Ball ich hab ein bisschen Angst was triggert denn diese Platte werde ich jetzt zerquetscht wenn ich da drunter gehe ich warte mal kurz ob die von alleine kommt ansonsten hab ich einen Plan okay ich tu's der durchschnittliche Umbrella Mitarbeiter perfekt nach Handbuch ja das stimmt wahrscheinlich Passwörter sollten immer Familienmitglieder oder Haustiere beinhalten ist wahrscheinlich so ein Umbrella Einführungskurs Oh das war klapp ich laufe noch schnell in die Zelle soll ich noch schnell in die Zelle laufen aha mehr Pfeile gut gut ich hatte schon Angst dass mir die ausgehen gut dass mir das Spiel hier einfach nochmal 60 Pfeile gibt ich hab nämlich nur noch 500 Glück gehabt vor allem laden wir einfach alle 500 Pfeile direkt in unsere Armbrust weil warum nicht so ich hab Angst vor der ich glaub kann man überhaupt sterben hier wahrscheinlich nicht es wäre super gemein wenn das Permadeath wäre finde deine Superhelden Theorie im YouTube Video echt klasse und nachvollziehbar ja also ich so Super Heldentheorie oder Vergleiche mal dahingestellt aber ich halte wirklich für nicht unplausibel dass unsere Resident Evil Figuren alle irgendwie in irgendeiner Form besondere Kräfte entwickelt haben nicht nur die von denen wir sie ja tatsächlich in der Lore wissen sondern auch alle anderen weil letztendlich waren alle irgendwann mal mit irgendwas infiziert wie oft die schon mit irgendwelchen starken mutagenen oder deren gegen mittel und so weiter infiziert waren und zwar alle miteinander oder irgendwelche komischen weirden zombie gifte und so was und ich meine schon alleine chris und chill und so weiter haben einfach in raccoon city gelebt und haben da das verseuchte wasser mit dem t-virus getrunken das ist schon alles kann man halt nicht einfach ignorieren so ne jo mach's gut leatherface ciao oh wartet mal wartet mal wartet mal wartet mal wartet mal ich hab zwei heilsprays dabei reicht uns das soll ich nochmal zurück gehen weil ich vielleicht bin ich einfach nur echt blöd und schaff die stelle einfach nicht weil ich es echt nicht drauf hab ich geh nochmal schnell zurück aber ich glaub wirklich man in der stelle muss man einfach genug heilung dabei haben sonst kann man das nicht schaffen oder ich glaub da geht es nur drum dass man sich rechtzeitig heilt klares superkraft ist 2000 bolzen in 800 granat genau ohne es zu wissen wahrscheinlich kann sie das rauben zeit kontinuum krümmen räume krümmen so kleine pocket dimensions erstellen aber nur für munition im lauf von irgendwelchen waffen macht sie ganz unterbewusst apropos wo ist eigentlich unser superkraut ist das unser superkraut ist das verschwunden wurde uns unser superkraut gestohlen nicht dass wir das unbedingt brauchen würden aber ich bin jetzt schon ein bisschen gemein naja ok jetzt haben wir genug heilung das schaffen wir schon und sie kann pistolenkraut herstellen genau mit aber nur einem schuss ich meine es gibt ja auch die relativ plausible fan theorie dass tatsächlich lion auch während er mit dem plugger infiziert ist auch durch diesen verstärkt wird oder zumindest ähnlich wenig schmerz empfindet und sehr schadensresistent ist wie die anderen plugger und das erklärt warum im original ihm ada einfach mit einem messer ins bein sticht und er rennt danach weiter wie ein olympia teilnehmer ohne probleme und ähnliche verletzungen und im sechsten teil halte sich durch tic tacs genau steve clare clare Nein, ich kann es nicht machen. Wer hat das zu dir gemacht? Die verrückte Frau meinte, dass sie das gleiche Experiment auf mich gemacht hat, wie sie auf ihrem eigenen Vater gemacht hat. Sie ist komplett... Insane. Was ist falsch? Claire, ich kann nicht aufhören. Claire, ich helfe. Im Grunde ist er einfach nur der Hike. Wenn er nicht so blöd sterben würde, wäre er glaube ich ein total krasser Superheld. Da sind wir wieder bei der Superheld-Geschichte. Nein, warte! Oh, ich bin so dumm. Nein, ich bin der Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon nach dem zweiten Treffer sterben. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, immerhin dürfen wir hier wieder anfangen. Was ich trotzdem nicht schön finde. Okay, aber da sind wir gleich wieder an der Stelle. Aber ich glaube wirklich, man kann das nicht schaffen, ohne getroffen zu werden, oder? Ich glaube, man muss da einfach wirklich viel Heilung mitnehmen und... Herr, aber wisst ihr was? Für den Fall, nämlich, was glaube ich wirklich so ist, dass wir danach Klärger nicht mehr lange spielen, packe ich jetzt auch mal alles in die Kiste. Bis auf Heilung und Armbrust. Den Rest soll Christian nehmen, wenn es so weit ist. Ich glaube, das ist gar keine blöde Idee. Wir sparen jetzt nicht mit Heilung. Wir ballern uns jetzt zu mit dem Zeug. Wir sprühen... Quasi während des Laufens sprüht sie sich permanent jetzt einfach das Zeug ins Gesicht. So machen wir es. Wo ist die Armbrust? Das gibt es ja nicht. Ah, da ist sie. Ist auch ein bisschen gemein, dass die einem hier keine Schreibmaschine hinstellen, oder? Die könnten einem hier ruhig eine Schreibmaschine hinstellen. Aber gut, okay, es ist ja gleich erledigt. Wir gehen in den Gefängnistrakt. Wir holen die Karte. Wir... Erschießen... Wir laufen vor Hulk weg. Und dann... Einer der Söhne von Hulk. Hulk Junior. Hat Hulk wirklich Söhne? Ich meine, in den Marvel Comics ist wahrscheinlich alles passiert, was passieren kann. Also warum nicht? Gibt bestimmt Hulk Junior. Es gibt bestimmt ein Parallel-Universum im Marvel-Universum, im Marvel-Multiversum, wo irgendwie ein Mobs oder so zu Hulk geworden ist. Oder irgendein anderes niedliches Tierchen. Ein Hamster. Ich sehe einen Hulk-Hamster. Ein kleiner, grüner, super starker Hamster. Das fühle ich. Was ist das? Das fühle ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich mochte die Zweierarmbrust zu viel lieber, muss ich schon sagen. Die Dreifachschussarmbrust. Die hat auch ordentlich Wumms gehabt, finde ich. Hulk ist der Bruder von Green Lantern. Ähm. Okay. Weil die beide grün sind, oder? Kanarienvogel. Ein Hulk-Kanarienvogel. So, genau. Die meiste Zeit haben wir eben mit dem Übersetzen dieses Dokument hier verbracht. Aber durch was jetzt das Abstürzen dieses Dings ausgelöst wird, habe ich irgendwie immer noch nicht verstanden. Scheiße. Oh mein Gott. Habt ihr es gesehen? Es ist... Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum wir jetzt noch leben. Ich weiß nicht, warum wir noch leben. Oh mein Gott. Das Ding hat sich gelöst von der Decke. Und plötzlich war es aber wieder oben. Das Spiel hat mir noch mal eine zweite Chance gegeben. Nachdem man die Karte aufhebt, ist das anscheinend deaktiviert. Hier muss ich gar nicht hoch. Ja, ich dachte auch. Ich dachte, sobald wir das Menü verlassen, sind wir tot. Und wir müssen das nochmal machen. Okay, alles gut. Nichts passiert. Und ich verstehe immer noch nicht, warum eigentlich. Hi Dreadlags. Wahrscheinlich, ähm... Wenn ich... Ich glaube, wenn ich sprinte. Kann das sein? Naja. Okay, ab jetzt nach jedem Treffer von Steve. Nach jedem einzelnen Pups. Wenn er uns nur blöd anguckt. Hauen wir uns ein Heilspray rein. Ganz egal. Hulk hat viele Söhne im Comic. Quasi eine ganze Incest-Hillbilly-Familie nach der Apokalypse. Okay, nice. Können wir die Cutscene absprechen? Absprechen? Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Doch, es geht. Okay, Claire. Sofort. Oh mein Gott. Okay. Ein Claire-Sandwich. Beinahe wären wir ein Claire-Sandwich geworden. Ja. Komm schon, Steve. Diesmal überlebst du. Ich weiß es. Die geheime, experimentelle KI, die Capcom beim Erstellen von Code Veronica benutzt hat. Wird ihn diesmal retten. Wir müssen nur an das Herz der Karten glauben, oder so. Claire-Sandwich. 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 Er stirbt auch ein bisschen lame, oder? Dass er von so einem abgehackten Tentakel ein bisschen angestupst wird. Also, wenn die ein Remake machen, dann müssen die seine Sterbeszene deutlich besser machen. Und den ganzen Charakter auch. Aber das haben die bei Luis schon so gut gemacht, ich mache mir gar keine Sagen. Ich glaube, nach einem Code Veronica Remake werden wir Steve alle lieben. Und sein Tod wird super tragisch. Steve. Du musst da hängen. Okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your... Brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I... 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 I love you. Claire... Claire... The Green Giant. Klingt wie ein Reinigungsmittel. Ja, die Katzen haben schon Abendessen bekommen. Und für dich ist Essen im Kühlschrank. Ja, ne, dass Steve sich überhaupt zurückverwandeln kann, ey, wenn der überlebt hätte, der wäre so mächtig. Wenn der irgendwann lernt, das zu kontrollieren, er ist wie der Hulk halt, wie der Hulk. Das kann sonst keiner. Meistens sind unsere Verwandlungen permanent. Also wissen wir ehrlich gesagt nicht, weil die leben nach ihrer Verwandlung meistens nicht lange genug, aber... Ja. Jetzt verwandelt sie sich in ihre Super Saiyajin Stufe 2 Form. Du bist mit mir gekommen. Ein bisschen lustig ist die Kampfsequenz aus heutiger Perspektive schon auch, ne? Ein Lego Resident Evil. Ja, warum nicht? Chris, since you're one of my best men, I'll let you handle this. Welche Waffen habe ich Chris noch ins Inventar gegeben, bevor wir gewechselt haben? Keine sehr guten, ausgezeichnet. Na dann, dann besiegen wir die mal mit 7 Schuss Pumpkern und 18 Schuss Pistole und ich habe nicht mal ein Messer dabei. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das reicht, ohne Witz. Naja, let's go. Oh nein. Super. Das war ein kurzer Kampf. Bitte sagen wir, das hat irgendwie ein Quick Save. Oh Gott, danke. Da kann man sich tatsächlich in ne total miese Sackgasse spielen, ne? Schon gemein. Lauf, lauf doch, Chris. Lauf doch. Um Gottes Willen. Warum lauft er denn nicht? Wo laufen sie denn? Ich drück immer, immer die falsche Taste, ey. Jetzt sind wir tot. Scheiße. Checkbacker aus Teil 7 hat sich eigentlich auch zurück verwandelt. Im DLC war er zwar ein Sumpfmonster. Ja, ja, wie ein Ja. Okay, stimmt. Also ich meine, ja, nee. Aber ja, er hat sich irgendwie anders noch verwandelt. Er hat zumindest wieder an Masse eingebüßt oder so. Keine Ahnung, wie man das am besten sagt. Warum spuckt sie jetzt plötzlich Gift? Das ist neu. Das ist gerade so der schlechteste Moment, um nachzuladen, Chris. Das ist unglaublich. Komm, ich war nicht mehr im Feuer. Ich finde, das ist Cheaten hier. Okay. Okay. Shit, ey. Ich weiß nicht, ob wir das an der Stelle schaffen können. Ich weiß nicht, ob ich es quasi vermasselt habe. Chris hat vielleicht zu wenig Bewaffnung dabei. Wirklich gemein, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem Spiel, dass das geht an der Stelle. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, was wir da haben. Danke. Sie hat mich gelöscht. Das ist nett. Jetzt bin ich hier aber schon wieder voll in der Sackgasse. Selbst wenn ich noch ins Menü gekommen wäre. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Endbosse in Resident Evil müssen immer riesig sein. Das stimmt. Manchmal eskaliert es ein bisschen zu sehr. Finde ich. Und man braucht am Schluss auch immer einen Selbstzerstörungsmechanismus. Natürlich, ne? Auch ganz wichtig. Das war gerade echt nicht gut von mir. Okay, aber wir nähern uns der Sache schön langsam. Ich kriege das schon hin. Macht euch keine Sorgen. Alles wird gut. Das gemeine ist nur, wir können jetzt nicht speichern. Wir haben nur diesen Quick Save Punkt. Also das muss jetzt geschafft werden. Okay. Okay. Yes. Okay. Nee, 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 nee. Du bleibst liegen. Danke. alles gut, Leute alles gut Situation unter Kontrolle, alles normal oder so ähnlich so na schaut, war doch gar nicht so schlimm es wäre interessant, ob Jack jetzt wirklich todtod ist aber ich setze auch den Aluhut auf und sage, dass Ethan noch lebt, es ist definitiv möglich, alles was jemals mit dem Pilz infiziert war, könnte alles überleben, zumindest in Form von Erinnerungen die neue einen neuen Körper quasi einnehmen, annehmen können, ne, wisst ihr was ich meine? ja ja, ne, die letzte Runde hat jetzt gut funktioniert, doch, ich muss mich ein bisschen einspielen, aber passt schon alles gut oh oh ich geh mal hier rein in der Hoffnung, dass da eine Kiste für uns ist oder so ach Resident Evil Code Veronica du bist grad schon ein bisschen gemein gib mir mal wieder eine Schreibmaschine Code Veronica Report nach vielen langen Jahren der Forschung habe ich endlich den das inhärente Element des Administers der Intelligenz des Menschen identifiziert was ich habe die den absoluten Wert der Intelligenz künstlich beeinflusst indem ich die Basis Elemente der Elemente verändert hat oder so und dann habe ich die Gene unserer größten Vorfahren Proben davon genommen und diese Elemente manipuliert und dann habe ich sie in ein unverifiziertes Ei äh einer Leihmutter einjiziert einjiziert womit ich nicht gerechnet hätte Zwillinge ein Junge und ein Mädchen wurden geboren warte mal warte mal das geht überhaupt nicht das geht überhaupt nicht wenn der nur ein Ei befruchtet hat können da nur ein Eigengezwillinge dabei rauskommen und ein Eigengezwillinge können nicht können nicht ein Boy und ein Girl sein eigentlich so also zumindest so rein genetisch betrachtet aber gut The Boy had higher der Junge hatte höhere Intelligenz als normal und aber nicht hoch genug um ihn als Genie zu bezeichnen aber das Mädchen hatte unvergleichbare Intelligenz das ihr leicht ermöglichen würde sie als genial zu klassifizieren Hallo Seepferdchen äh sie ist genau nach das wonach ich gesucht habe die Wiedererweckung unserer großen Vorfahren ich habe ihren Namen bereits festgelegt das Mädchen soll Alexia heißen und der junge Alfred ich bin mir sicher dass Alexia den Namen der Ashford-Familie wieder zu altem Ruhm aufzugen wird äh hoch hoch machen wird gezeichnet Alexander Ashford hoch machen genau wohin fährt der Aufzug ich nehme ihn mal wow nutzlosester Aufzug ever ich kann das nicht mit meinen Händen öffnen da ist ein Knopf drücken ja aha ein weiterer Libellenflügel natürlich da hat jemand an Pistolen Munition auch ein bisschen geforscht nebenbei in einem in einem Reagenzglas oder wie man diese großen Teströhren da nennt Reagenz Großgläser sonst wartet mal das ist eine Tür die geht nur in eine Richtung auf wenn ich da jetzt durchgehe komme ich zwar zu einer Kiste aber letztendlich glaube ich will ich das gar nicht ich glaube ich sollte nochmal zurückgehen meine Güte was ist denn mit dem was ist denn das für einer der ist schon ein bisschen sehr krass gewesen kameraperspektive auch gerade gemein da fliegt der Hut dass die ihre Mützen verlieren können wenn man sie umschubst ist schon auch lustig das war jetzt gerade auch echt gemein dass ich den nicht mit umgeschubst habe das haben die sich doch so wisst ihr was ich glaube ich habe versehentlich die Tür geöffnet das wollte ich gar nicht ich wollte nur an dem vorbeilaufen so gucken wir mal da schnell rein ja danke danach habe ich gesucht eine schreibmaschine endlich mal wieder einen hard safe machen ich habe euch erzählt dass die xbox letztens abgestürzt ist seitdem habe ich immer angst dass das wieder passieren könnte wenn das jetzt passiert wäre hätte es mich wirklich geärgert ist aber nicht passiert alles gut aber jetzt kann ich wieder beruhigt sein der sterilraumschlüssel ein porträt einer wunderschönen frau der master die meisterin der ashford-familie veronica ok moment ja gut wartet mal aber hier sitzt nur eine schreibmaschine und keine kiste das spiel ist gerade echt ein bisschen gemein zu mir muss ich schon sagen wow ah er ist tot er ist tot jim ok mike wird main charakter in resident evil 9 und rettet chill mike und chill das traumpaar mike der hubschrauberpilot oder welcher mike dafür brauchen wir den tiger augenstein ja ok mike gegen den mutierten hunk ich habe zu lange nicht mehr in den chat geguckt ich weiß nicht mehr was da vor sich geht ich habe die kontrolle über euch verloren so ja ich verstehe nicht gut da müssen wir später offensichtlich nochmal hin wie sieht es bei uns munitionstechnisch schon so aus nicht überragend aber könnte schlimmer sein auch gott die sind zu zweit ok ok dann gehe ich jetzt wirklich da lang zur kiste anscheinend ist das gar nicht ein weg in nur eine richtung das habe ich falsch interpretiert sondern die tür kann nur von der seite geöffnet werden aber dann bleibt sie glaube ich geöffnet und ich kann auch wieder zurück gehen ja genau sie ist jetzt unlocked habe ich falsch verstanden fanfic ja ich habe es mir schon gedacht dass ihr gerade eure fanfiction story macht so jetzt passt auf jetzt mache ich was was ich schon vor langer zeit hätte tun sollen meint ihr das Resident Evil 4 Remake war jetzt der Höhepunkt und ab jetzt geht es wieder bergab und dann wird Resident Evil wieder scheiße ich habe ein bisschen Angst davor ehrlich gesagt irgendwie wäre das so der natürliche Lauf der Resident Evil Reihe so vom Höhepunkt dann wieder zum Tiefpunkt wieder zum neuen Höhepunkt und so so eine ewige Berg- und Talfahrt vielleicht muss das so sein gucken ich bin gespannt wo ist denn ich habe doch noch oder wir hatten doch schon einen libellenflügel wir haben doch schon vier ja wir haben auch schon Magnum Munition und das bricht mein Herz weil wir die Magnum nicht kriegen ich werde es auch ohne Magnum jetzt durchspielen denke ich hilft ja nix quatsch wollte ich nicht das macht den letzten Bosskampf ein bisschen schwerer aber das kriegen wir schon hin ich war munitionstechnisch echt ein bisschen zu großzügig verdammt nochmal ich habe echt ein bisschen zu viel Munition rausgeballert aber das schaffen wir noch oder wir kriegen das schon hin oder alles wird gut 50 50 ich bin gespannt also es würde mich nicht wundern wenn Resident Evil 9 plötzlich aus irgendeinem Grund total scheiße wird es würde mich nicht wundern ehrlich aber ich hoffe es ich hoffe es dass es nicht so ist ja ähm ich überlege mir fällt gerade der Name nicht ein ich habe die ganze aber warte mal nee ah wie heißt denn Umbrella Corpse ja vorher wurde ich doch gefragt was das schlechteste Resident Evil Teil ist und ich konnte es nicht so richtig beantworten Umbrella Corpse definitiv für mich Umbrella Corpse weil Umbrella Corpse ist äh ein Spiel von dem ich nichts erwartet habe und das mich trotzdem noch enttäuscht habe meine Güte das ist für mich definitiv das schlechteste sogar noch viel schlechter als als alle alle anderen Teile so ja für was ist jetzt der Schlüssel den wir da gefunden haben für die Tür da unten aha endlich jetzt kann ich den Strom ausschalten alles klar aber wie komme ich zurück wie komme ich wirklich zurück kann ich irgendwie muss ich mal gucken kann ich da irgendwie runterspringen vielleicht oder so die machen als nächstes ein Remake vom Sechser mit noch mehr Action und noch weniger Sinn und vor allem einer noch komplexeren politischen Story da gibt es dann stundenlange Sequenzen wo irgendwie nur der Außenminister mit irgendwelchen anderen Behörden sich unterhält und so weiter das wird großartig aber ohne Witz das sechste Teil ist definitiv ein Teil der ein Remake vertragen könnte und der durch ein Remake auch richtig gut werden könnte weil es ist ja nicht so dass der sechste kein Potenzial hat finde ich im Gegenteil da wäre schon ziemlich viel Potenzial in dem Spiel und wenn man dem einfach nur spaßiges Gameplay gibt dass es einfach mehr Spaß macht und nicht irgendwie dass man sich durch so Kanonenfutter durchprügelt und es fühlt sich einfach nicht gut an dann wird das gut dann könnte das gut werden und dann kriegen wir ein super umfangreiches riesiges cooles Spiel oh ja schauen wir mal riskierst die Treppe runter hör jetzt auf mit dem Blödsinn und geh jetzt einfach die Treppe runter ich hab deine Faxen dicke oh Gott oh Gott hi Marco ich hab's vorher schon gesagt alles wird wie immer auf den Let's Play Kanal hochgeladen und kann nachgeholt werden kein Problem ach so wartet ich muss erst den Strom ausschalten sonst macht das keinen Sinn und am besten genau das ist jetzt wieder so nerviges jetzt versperre ich mir den einen Weg und muss irgendwie dann hintenrum den anderen Weg gehen und sowas hasse ich immer aber passt schon wenigstens kommen wir jetzt mal in den anständigen Speicherraum mit Kiste und Schreibmaschine wird aber auch mal Zeit Mensch ich speicher gleich nochmal ja ne der der die 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 Resident Evil 1 Easter Eggs hier sind schon toll mag ich auch gerne okay dann machen wir es jetzt dann schalten wir jetzt mal den Strom aus und jetzt muss ich auf die Karte gucken ach so ach so ist voll easy okay ich dachte ich muss jetzt irgendwie voll den Umweg laufen und Stockwerke wechseln und was weiß ich was aber in Wirklichkeit muss ich nur einmal kurz hier ums Eck durch den Hof laufen oder bin ich noch richtig ja genau passt schon ein Remake von Gaiden also ich muss echt sagen man kann ja über Gaiden sagen was man will aber die Story von Gaiden ist eigentlich echt cool und wenn Resident Evil eher so auf dem Story Niveau weitergemacht hätte und nicht versucht hätte wie in Revelations 1 und 2 oder vor allem Revelations 1 und 6 so geopolitische Szenarien aufzugreifen die niemanden interessieren das hätte mir gut gefallen ich meine dass Barry quasi irgendwie zum Doppel Dreifach Agent wird und das U-Boot in Wirklichkeit für Umbrella arbeitet aber dann doch nicht und Barry in Wirklichkeit wieder ein Verräter ist aber dann doch nicht und dann ist das Mädchen die formwandelnde Superwaffe und dann wieder nicht und am Schluss scheint alles gerettet zu sein aber dann revealed sich dass Leon Grün blutet und offensichtlich ist er die formwandelnde Bio-Waffe das ist das ist so ein Plottwist und das ist so Story auf einem Resident Evil Niveau die ich großartig finde so muss das sein das mag ich gerne das ist super das rechne ich dem Spiel wirklich an auch okay jetzt müssen wir nur wieder in die nachgebildeten Schlafzimmer okay ich hasse dich geh weg ich habe gerade aus Reflex den letzten Schobblindenschuss an dem verschwendet und dann beißt er mich auch noch dafür anstatt dass er dankbar ist dass ihm die Ehre zuteil wurde ich bin hier gar nicht richtig außerdem ärgerlich raus mit uns Chris wo sind wir wieder hingelaufen willst du noch die Magnum haben vielleicht wäre es schon gut sag mal hier sind aber wieder mehr Zombies jetzt und ich habe nichts mehr mit dem ich die ich will nicht Granaten auf Zombies nein man soll nicht mit Granaten auf Zombies schießen das alte Sprichwort hätte ich hätte ich die Libellenflügel gleich mitnehmen sollen die vier vielleicht schauen wir mal bin mir nicht mehr sicher die Musikbox ist offen Granaten sind für liebende Dinge ja stimmt zumindest die Säuregranaten so nehmen wir die Platte in den Aquariumraum mit Sprengkapsel und Feuerlöscher Aquariumraum das musst du mir nochmal kurz erklären welchen du meinst ich weiß nicht welcher der Aquariumraum ist der einzige Raum der mir bei Aquariumraum einfällt ist der in der Unterwasserbasis die längste Leiter der Welt so Pistolenmunition der Bald-Libellenschlüssel Bilder Oh guck mal das ist ein nettes kleines Environmental Storytelling das Bild vom Vater der beiden ist so durchgeschnitten das ist so ein bisschen wie ein Resident Evil 4 das im Thronsaal von Salazar bei dem Gemälde von seinem Vater ein Dolch drin steckt den man auch wirklich looten kann das ist schön gemacht da wo der Hunter durchs Fenster sprang kann ich mich leider auch nicht mehr erinnern wo der Hunter durchs Fenster sprang weiß ich weiß ich wirklich nicht mehr da sind sie gleich zu zweit meine Güte haben die den Raum vollgeparkt so wo der Hunter durchs Fenster sprang Aquarium da ist der Fahrstuhl runter in dem Waffenraum wo das Serum war für Claire ja ok das weiß ich ok ja dann machen wir das noch wenn das noch geht machen wir das noch jetzt gehen wir mal auf jeden Fall zurück in den Speicherraum weil den letzten Bosskampf den machen wir uns deutlich leichter mit dem Magnum und dann muss ich jetzt nicht so sparen mit den Granaten dann wird alles was wir jetzt treffen weggrenadiert auch nicht schlecht oh Gott die Riesenspinne die lebt noch muss ich an der vorbei da bin ich nicht begeistert I'm not amused das gefällt mir nicht so ich mach jetzt mal den Strom wieder an ich glaub da spricht nichts mehr dagegen jetzt dann haben wir wieder ein bisschen mehr Türen durch die wir gehen können und ich brauch die Flügel auf jeden Fall tadaa wenn ich jetzt auf den Knopf drücke fallen sie wieder aus sag doch nicht Riesenspinne versteh immer noch nicht dass man bei Resi 2 und Resi 3 die Spinnen gecuttet hat die ja ich find find ich auch schade stimme ich dir zu bin ich auch kein Fan von der Entscheidung bin ich auch kein Fan davon ok speichern wir noch mal kurz hallo Michael oh ja ist eigentlich wurscht ok ok jetzt passt auf wir versuchen uns die Magnum noch zu holen das ist es wert ah ich hab vergessen mit Claire den Koffer zu öffnen da wär Magnum Munition oder Sprengpfeile drin gewesen eins von beidem äh Feuerlöscher yay Gungrave 2888 ist jetzt ein Bird Rider Gungrave vielen Dank für deinen Primes Up freut mich sehr super nett von dir so da Lärchen äh ok jetzt lass mich kurz gucken wie wir da hinkommen ich fahr mit aber wir könnten jetzt schon zum Ende ne wir könnten es jetzt schon durchspielen also ich bin hier mit dem einen Aufzug komm ich da runter da wollen wir nicht hin also nehm ich wahrscheinlich den anderen Aufzug wo mich der rausbringt weiß ich nicht muss ich jetzt einfach mal gucken oder ne ich bin grad sehr verwirrt ich muss einfach mal schauen ich hab mal ne theoretische Frage ich hab eine aktuelle Xbox und einen Controller wer für eine zweite Xbox registriert ist ich möchte jetzt den Controller für die du musst einfach nur an der Xbox hinten da wo man das Kabel ansteckt ist ein kleiner weißer Knopf und an deiner Xbox ist ein kleiner schwarzer Knopf über dem USB Port und die drückst du relativ zeitgleich und dann verbinden die sich dann passt das alle Emojis mit Punkten eingelöst na das ist doch nice hehehe sehr schön dieses regenbogenfarbige Unendlichkeitszeichen ist übrigens das Zeichen für Neurodiversität ne so von wegen weil wir vorher bei ADHS und und so weiter waren das ist quasi unsere Flag das einzige Resi was ich nicht kenne und ich verpasse den halben Stream ja wie schon gesagt ne es ist nix aus der Welt kann alles nachgeholt werden so jetzt lass mich mal gucken wo ich jetzt bin ich hab nämlich keine Ahnung wo uns der Aufzug hinbringt aha ok wartet mal wartet mal wartet mal wartet mal wartet mal ich weiß es ok gut ja ok 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 ist eh gleich hier ums Eck so hier ne hier sind wir oder das meinen wir dieser blinkende Schalter oh Gott ich dachte immer der gehört zum Aufzug ich dachte der Schalter gehört zum Aufzug jetzt macht nämlich hier einiges viel mehr Sinn oh man theoretisch kann das funktioniert haben das ist gut das sollte es auch in dem Raum in dem Raum hängt dein Fass genau wie gesagt ne das ist nur daran gescheitert dass ich nicht gecheckt hab dass der Knopf nicht zum Aufzug gehört wie ich brauch das nicht wie nah muss ich denn ans Feuer gehen bis wir uns verbrennen Chris super danke da haben wir sie und für was brauche ich jetzt die Sprengbolzen warum habe ich die dabei ah c4 hä soll ich jetzt noch drauf schießen oder so das ist wahrscheinlich keine gute Idee wie zünde ich das denn jetzt oh Gott ich hab Angst nee weder noch das ist weder Emulator noch Gamecube Version das ist auf der Xbox Series S spiele ich das da kann man das Spiel noch kaufen und runterladen wahrscheinlich auch auf der PS5 nehme ich an aber ich bin mir gerade gar nicht sicher ich schätze dass es emuliert Feuerzeug verwenden ah danke daran habe ich witzigerweise jetzt überhaupt nicht gedacht aber es kommt mir auch nicht wie die klügste Idee vor ehrlich gesagt haben wir da eine Zündschnur achso wo macht er das er geht automatisch in Deckung dann ist gut PS5 gibt es auch ja genau hätte mich auch gewundert wenn nicht aha ein bisschen Pistolenmunition na gut nehmen wir auch mit ich glaube das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr aber wurscht packen wir ein ok cool freut mich jetzt echt dass wir die noch mitgenommen haben hätte ich schade gefunden ein Resident Evil ohne ohne Magnum durchzuspielen ist wie äh ein Resident Evil ohne Selbstzerstörungsmechanismus am Ende oder wie Silent Hill ohne Nebel oder wie weiß ich nicht weiß ich nicht ja so reicht genug Beispiele ja dankeschön Erik ah der Knopf gehört nicht zum Aufzug wenn es weißt du wenn es an so Kleinigkeiten scheitert dann ärgert es mich immer ganz besonders Silent Hill ohne Asche selbst heute wo wir nicht Silent Hill spielen schafft ihr es wieder das in die Diskussion zu bringen schnasche der unendlich Rocket Launcher fehlt nein gibt es ja erst im Nugent Plus traditionell ein Landsquid ohne Bird Rider das stimmt erst mal in einem ich hab's mir auch gedacht ne ich find das auch ich find das auch mutig wenn nicht sogar dumm von Chris dass in einem Raum voller Raketen und Sprengfässern zündet der mit dem Feuerzeug irgendwie so eine C4 Vorrichtung an die er gefunden hat mir kommt das auch absolut vernünftig vor absolut in Ordnung Chris ich seh überhaupt kein Problem alles gut speichern wir zum 50. Mal innerhalb von 10 Minuten let's go ne oder ne ich glaube ich hab mein Handy unten liegen lassen ok jetzt passt mal auf ich hab die magnum ich hab die kalaschnikow ich hab granatenwerfer mit ganz viel granaten ich hab den schlüssel ich pack jetzt noch ein bisschen Heilung ein und dann let's go hab ich tatsächlich keine Heilsprays mehr die haben wir jetzt doch noch alle verbraucht aber wir haben viel Kraut das gemeine ist jetzt nur dass ich Kraut gar nicht so viel mischen kann da muss ich halt wieder ein bisschen was in die Kiste legen dann geht schon mischen wir uns noch ein paar super Krauts so okay ach so warte mal stimmt ich sollte noch Platz im Inventar lassen dann nehmen wir vielleicht nicht alle Granaten mit das brauchen wir eh nicht das E-Overkill weil wir haben glaube ich wenigstens noch ein weiteres Magnum Magazin das würde ich vorsichtshalber mal noch einstecken yo und wartet mal dann lade ich mal die Granaten gegen lebende Dinge mit den Standard Granaten die kommen weg Feuer Granaten rein ich weiß nicht ob das im Spiel abgebildet wird aber rein logisch dürften Feuer Granaten gegen Alexia nicht besonders effektiv sein und wisst ihr was weil das jetzt so viel Inventar Management war speicher ich nochmal kurz ich habe gesagt ich würde gern noch die restlichen Farbbänder verbrauchen bevor wir durchspielen das schaffen wir nicht mehr ganz aber hey ich tue mein bestes hier hallo hast du mit dem Controller hinbekommen gut ja so dann sind wir ready glaube ich oder let's go treffen wir jetzt noch irgendwelche anderen Gegner eigentlich wir müssen nochmal kurz durch den Zombie Raum ja wahrscheinlich treffen wir noch andere Gegner ich weiß es nicht los geht's okay äh ich bin grad verwirrt genau passt schon können wir beide Wege gehen ist ganz egal okay Moment mal. Jetzt ist auch schon wurscht. Ähm. Was wollte ich gerade sagen? Äh. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Achso, ich glaube ganz so Endboss ist noch gar nicht. Wir müssen noch irgendwie die Selbstgestörungssequenz auf jeden Fall aktivieren, ne? Ein bisschen was haben wir noch kurz vor uns. Es ist noch nicht Ende Ende. Es ist nur so Ende. Aber es eh fehlt noch oder so. Ich wäre wirklich bei so Spielen, ich wäre ganz oft am Schluss total ungeduldig. Das ist dann immer so, dass ich mir denke, so jetzt reicht's aber auch. Jetzt ist aber auch mal Schluss hier. Jetzt ist aber auch mal durchgespielt. Verdammt. Wenn er doch nur seine Muskeln schon hätte, könnte er sie verhauen, die Tür. Ich glaube, ich muss sie wegnehmen. Ich bitte, ich gucke. Wir müssen jetzt raus und weg. Wir müssen sie weg aus demánieren. Kannst du das durch die Straße entfernen? verdammt na wunderbar wisst ihr was ich jetzt mache schweren Herzens verschwende ich jetzt ein Heilmittel oh das tut weh ok let's go das hat richtig im Herzen weh getan dieses Heilmittel zu nehmen ok die Musik ist schon so heldenhaft ne ist lustig dass das Ding nicht mal richtig reinpasst in die Fassform naja ich kann mir immer noch nicht vorstellen dass die krasse Claire die so viel durchgemacht hat plötzlich heult wie ein kleines Mädchen ich mein Ding sie ist halt grad gestorben ne das ist halt wahrscheinlich echt blöd hier Steve ich mein die kannte Steve seit 5 Minuten und so keine Ahnung aber ich interpretiere das jetzt nicht so dass die Weinwerde da eingesperrt ist oder weil alles so schlimm ist oder Zombies oder was weiß ich was ich hab das ich seh das also ich hab das eher so interpretiert dass es da einfach nur drum geht dass halt Steve gestorben ist was ich muss immer noch durchlesen was da steht ein Terminal self-destruct system security card security files ah ok good immer mit ihren komischen hier äh desktop icons hier bei Umbrella ne warning ist so ein so ein Umbrella special force Kerl drauf und bei Sample irgendwie so ein Hunter Gesicht in Nahaufnahme was ist los mit denen ah gut ok please enter the security code wie Ron I K hätte er wenigstens Veronika 5 oder so gemacht ne irgendwas krass ah ok so ist das mit der mit der security in solchen Firmen das letzte Rätsel im Spiel ist auch besonders schwer ich mein wenn man das eine Dokument nicht wirklich gelesen hat ne was ja durchaus nix ungewöhnliches ist dass man nicht immer alles liest oder vielleicht auch mal durchskippt dann ist es vielleicht tatsächlich aber selbst dann kommt man drauf mit ein bisschen rumprobieren oh oh es ist Cell aus Dragon Ball Z der hier geboren wird oder fast ja ne ja ne der benennt das ganze Spiel nach seinem Passwort wie du bist das eigentlich das Spiel heißt wortwörtlich Code Doppelpunkt Veronika die Lösung steht auf der Verpackung Doppelt 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 Die Charger ist hier. Komplett. Ich werde sie beobachten. Geh auf den Schleuch-Elevator. Chris, aber... Ich kann das alles beobachten. Geh einfach. Du musst es machen. Du musst mich nicht sterben. Du musst mich sterben. Oder ich werde dich töten. Oh, ich soll vielleicht was machen. Ich dachte, das ist noch eine Cutscene. Welchen Holy-Geschmack gibt es beim Zocken? Ich habe heute tatsächlich den Kaugummi-Holy-Geschmack, aber den gibt es gar nicht mehr. Den habe ich noch hier, aber den gab es nur an Halloween als Special-Aktion. Ich hoffe, der kommt mal wieder. Aber ansonsten wurde ich vorher schon gefragt, der Waldmeister-Geschmack. Den kann ich sehr empfehlen, der ist sehr lecker. Aber ich finde eigentlich fast alle ziemlich lecker. Die Ashworts sind doch deutsch, weil sie alle blond sind. Frühe Konzeptzeichnungen zeigen einige Charaktere und auch die Ashworts in anderen Klamotten, die sehr, sehr stark, sehr, sehr stark nach Nazi-Uniform aussehen. Das war, glaube ich, tatsächlich so ziemlich ein frühes Konzept. Die frühe Idee dahinter war das tatsächlich. Aber haben sie dann nochmal geändert. Bubblegum ist geil. Ja, ich finde den auch super. Okay, let's go. Ich glaube, ich bin Game Over. Meine Güte, da muss man aber echt schnell reagieren. Das ist ja gemein. Oh Mann, ey. Und wisst ihr, was das Gemeinste überhaupt ist? Jetzt muss ich Veronika wieder eintippen. Muss ich jetzt jedes Mal machen, wenn Claire wieder übers Geländer geslappt wird. Aber ich finde sie als echt nett, dass das Spiel Rücksatzpunkte hat. Wenn ich noch öfter sterbe, dann stecke ich mir die Tastatur an. Mal gucken. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ja ziemlich cool. Oh, ich kann's nicht mal skippen. Ist das grausam. Das ist die Bestrafung dafür jetzt, dass man beim letzten Mal stirbt. Irgendwie müssen sie ja mehr bestrafen. Hier hast du jetzt eine Cutscene, die du nicht abbrechen kannst. Und außerdem bist du verwirrt und findest die Leiter nach unten nicht mehr. Ich hätte jetzt schon die Magnum ausrüsten sollen. Verdammt. Game over. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Keine Sorge. Endwurst hat mehrere Phasen. Oh, geht schon noch. Geht schon noch, Chris. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Geht eigentlich immer noch. Komm, kleines Kraut und fertig. Au. Geht schon noch. Meine Güte, die hat meine ganze Magnum gefressen. Jetzt gibt's hier Waffen gegen tödliche, äh, lebendige Todeswaffen. Autsch. Oh nein, ich bin vergiftet. Ich hab kein Anti-Gift-Zeugs dabei. Ah. Die kleinen Dinge sehen aus wie bei Dead Space. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Sollte eigentlich Libellen-Virus heißen. Ja, man hat ja die Ameisen gesehen, an denen sie rumexperimentiert haben. Die sahen alle so ein bisschen weird aus und hatten so Flügel und so. Also, wenn sie, wenn sie jetzt nicht bald stirbt, weiß ich's aber auch nicht mehr. Jetzt haben wir schon langsam ein Problem. Feuer, tatsächlich. Weil logischerweise sollte Feuer genau das Schlechteste gegen sie sein, weil ihr Blut brennt. Aber ich hab ihnen nicht mehr sehr viel mehr Optionen. Na, Gott sei Dank. Da kommt ihre Ameisen-Armee. Die einfach wie Wespen aussehen oder so. Mutierte Wespen. So, endlos Raketenwerfer. So. Wenn die nicht immer so super-experimentelle, super-geheim-Ultra-Waffen entwickeln würden, die Resident Evil-Hauptfiguren hätten kaum ne Chance. Na gut, im zweiten Teil schon, aber... Im dritten und Code Veronica sähe's schlecht aus. Ach, das ginge. Warum rennen wir nicht schon die ganze Zeit Vollgas einfach durch alles durch, Chris? Kannst du mir das mal erklären? Chris! Well done, Chris. Es ist so, dass Alexias Arbeit nicht viel von allem. Also, jetzt, die einzige, was left ist, ist Revenge. Lass sie weg, Wesker! Du willst nicht sie. Okay. Okay. Heute ist ein guter Tag. Ich bin für Alexia. Aber zu töten Sie ist noch besser. Sorry, dass du dich nicht verweigst. Aber Alexia ist weg. Das ist nicht mehr ein Worte für mich. Ich habe Steve zu arbeiten. Was? Steve. Wir sind übrigens immer noch vergiftet. Wahrscheinlich bricht Chris jetzt in der Cutscene zusammen. Verdammt. Ich bitte zurück. Ich komme zurück, da ich wie ich. Und werde ich noch wieder. Du verrückst! Ich kann ihn nicht nicht! Ich bin lynlet, am liebsten. Aber mein Mann hat mich bereits entstanden. Sie sind weg. Vielleicht. Aber wie ist denn... Als ein starkes doesierter angst, ich muss er спасибо. Ich bin ja... Ich bin ja. Ich bin ja. Ich werde das einmal und für immer wiederholen. Ich sage Hallo zu meinen Comrades, die Sie verletzten. Ich weiß nicht, wo Sie Ihre Aufmerksamkeit bekommen, Chris. Ah! Ah! Ja, im fünften Teil geht ja dann Wesker so richtig Matrix-Style. Ich finde, in Veronica geht's eigentlich noch. Im fünften finde ich ihn auch schon eher lächerlich, was ich sage. Aber hier ist er, finde ich, schon noch in Ordnung. Ich finde, das Aufeinandertreffen von Chris und Wesker in Code Veronica ist eigentlich so der Höhepunkt. Der, des Battles zwischen den beiden. Ja, look at the power I gained. Ich kann richtig fest zuhauen jetzt nämlich. Hohohoho! Ah! Magnificent! Don't you think? Nach Code Veronica Nach Code Veronica kommt jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, Survivor 2. Aber das wird eine kurze Geschichte. Das wird schnell abgefrühstückt. Hätte doch Chris nur diesen super unendlich Elektro-Blitz-Raketenwerfer mitgenommen, ne? Das wäre jetzt vielleicht ganz cool. Das war's. Ein guter Versuch. Wesker. Heute ist dein Glück. Als nächstes Mal wir uns treffen, nicht auf einen anderen. Next. Until we meet again. Leichte, oberflächliche Gesichtsverbrennungen gehen Wesker dann doch zu weit. Da ist dann doch zu viel für ihn. Äh, ich glaube, mit Steve passiert nicht mehr wirklich was, ne. Chris, wo bist du? Würde mich wundern, wenn wir von dem noch mal irgendwas hören oder sehen. In Survivor 2 kommt Nemesis vor. Ich dachte, Survivor 2 ist ein Albtraum von Claire nach Code Veronica. Claire hat doch überhaupt nichts mit Nemesis am Hut. Aber gut, ich bin gespannt. Chris! Hey, du weißt, dass ich immer meine Wunschung behalten. Ja, ich glaube, die Haare von Wesker sind Teil seiner Mutation. Das sind in Wirklichkeit Kopf-Tentakel. Ich finde der gerenderte Chrissy so bescheuert aus. Die Haare. Aber was für ein Ende. Ich finde es großartig. Und jetzt fliegt er mit seinem Chat los und sprengt jedes einzelne Umbrella-Lager und jede Apotheke mit Umbrella-Medikamenten mit seinen Raketen in die Luft. Wie wir, wie wir ja im fünften Teil sehen oder so. Ja, cool, Leute. Das war Resident Evil Code Veronica. Nice. Es freut mich, dass wir das dann noch durchgespielt haben heute. Ich habe gehofft und habe mir gedacht, dass wir das heute schaffen, aber sicher war ich mir nicht. Aber wir sind sogar eine Stunde früher fertig geworden. Cool. Ich schaue jetzt mal den Abspann noch an und gucke, ob eine spannende Post-Credit-Team kommt. Das Knuddel, Dankeschön. Dankeschön für die 500 Bits und für die Glückwünsche. Super nett von dir, freut mich sehr. Es gibt im Survivor 2 einen Countdown, der runterläuft. Ah, wenn auf 0, das, das, ja, 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 das weiß ich sogar, das kenne ich genau. Was absolut keinen Sinn macht, wenn das Chills-Albtraum wäre, meinetwegen. Aber in Klairs-Albtraum Nemesis macht überhaupt keinen Sinn. Aber ja, gut. Das, das, ja, 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 ja. Das, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, okay, genau, ich hab mir das noch mal kurz angeguckt, find ich cool. Hey, aber dann machen wir jetzt danach Schluss für heute, oder? Jetzt warten wir natürlich noch ab und gucken noch, aber dann fangen wir jetzt nicht mehr mit Silent Hill an, das lohnt sich jetzt, find ich, auch nicht mehr und ich hab auch keinen Bock mehr, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber nächste Woche ist dann großer... Also nächste Woche spielen wir dann Survivor 2, weil das wird wahrscheinlich zügig vorbei sein und der restliche Abend gehört dann Silent Hill. Vielleicht schaffen wir das auch, ziemlich wahrscheinlich sogar, oder möglich. Und dann startet übernächste Woche quasi eine ganz neue Generation wieder von Spielen oder so. Die nächsten Bonusspiele stehen ja schon fest. Der vielleicht unverschämteste und schlechteste Resident Evil-Klon da draußen, den wir uns wahrscheinlich nur kurz anschauen werden. Ich will nur sehen, wie schlimm er wirklich ist. Und Eternal Darkness als Bonusspiel, neueres Survival-Horrorspiel, also neuer unter Anführungsstrichen für so Survival-Horrorspiele, mehr oder weniger klassische, das ich sehr gerne mag. Das nächste Bonusziel habe ich schon im Hinterkopf, aber jetzt beenden wir erstmal Silent Hill. Ja, ursprünglich war der Plan bis Mitternacht, aber jetzt passt es mit dem Ende gerade so schön. Ich will jetzt nichts Neues mehr anfangen. Ich glaube, dass Jill Claire vom Nemesis erzählt hat, deswegen weiß sie, wie er aussieht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob Jill und Claire sich kennen. Jill ist irgendwie eine Kollegin von Chris und scheinbar hat sie ja Dean schon lange nicht mehr gesehen, ne? Nee, ich glaube, Code Veronica hat gar keinen Bonus-Modus, oder? Sehen wir vielleicht gleich. Ich finde das Ende von Code Veronica schon sehr cool, ich mag das. Wenn dann Chris und Wesker gegen einander kämpfen und beide sind total im Arsch und so, ne? So ein Kampf der Giganten auf Augenhöhe, total krasser Shit und dann hat Chris noch sein One-Liner, dass jetzt Umbrella ein für allemal vernichtet wird und dann fliegt er mit seinem Jet vor der explodierenden Insel weg. Riesendruckwelle, es ist schon einfach super, ich finde das wirklich großartig, gefällt mir gut. Und dann gehen die zwei in einer Welt voller verschwommener Wesen bummeln. Wer kennt's nicht? Sehr gut, ich bin bestimmt unter den Top 1 Million. Ach, Battle Game gibt's doch. Ha, wusste ich gar nicht. Oh nein! Achso, ist egal. Ich habe nur versehentlich auf Load gedruckt. Will ich nicht. Dann schauen wir uns doch das Battle Game noch schnell an. Wenn, ne, so viel Zeit muss sein. Ach, guck mal, ich wusste gar nicht, dass das, dass es das gibt. Dass Code Veronica auch so einen Modus hat. Nehmen wir doch mal Christoph, Christian. First Person oder Third Person. Battle Game in the First Person. Let's go! Unendlich Munition für die Magnum. Okay. Wow, die Steuerung, ey. Aus der Hölle, aber gut. Nice. Das ist ja irgendwie lustig, oder? Dass ich das nicht wusste, ohne Witz. Oh oh, ich weiß nicht, ob wir da drauf schießen wollen, Chris. Nein! Ich habe doch gesagt, da wollen wir nicht drauf schießen. AutoAim hat mich verraten. Ey, aber dass man das Spiel in der First Person spielen kann, äh, deutet für mich drauf hin, dass das in der, in der Überlegung zumindest war. Was, ich muss erst die Monster besiegen? Sind die noch nicht tot? Aha, Verräter. So. Okay. Äh, genau. Deutet für mich an, dass das zumindest mal in der Planung war. Und das würde auch sehr stark erklären, warum die ursprünglich, äh, nicht mit vorgerinnerten Hintergründen gearbeitet haben. Das macht total Sinn. Interessant. Finde ich wirklich interessant. Das war vorher, ich weiß gar nicht, das war ein, ein Quadruppelkill, oder? Ja. Moment mal. Die Räume machen überhaupt keinen Sinn. Aber gut, okay. Ich meine, die Steuerung ist wirklich, äh, oh Gott, oh Gott, aber es funktioniert auch relativ gut als First Person Shooter. Ist natürlich ein komplett anderes Spiel und voll actionlastig. Und wow, dass ich unendlich viel Magnum Munition habe, ist eine Unverschämtheit. Aber gut. Aber schön, dass das nach unten zielen immer noch so, äh, Resident Evil mäßig funktioniert, ne? Ich kann nämlich nur entweder Vollgas nach unten oder nicht nach unten. Aber das klappt schon. Okay. Ich höre noch irgendwie ein Grunzen. Guren, Stöhnen, wie auch immer. So, ich muss die nicht mal nachladen. Das ist der Hammer. Das Battle Game ist praktisch Survivor 2. Ja, ich hab's mir auch gedacht, ne? Im Grunde ist das, äh, Survivor 1.5 irgendwie. Voll. Ach, Quatsch. Check. Ja, ich möchte mir das Kraut genauer anschauen. Spiel, exakt. Oh wow, das Ding hat nicht mal ne Hitbox. Ich kann da voll durchlaufen. Wo gehen wir denn jetzt hin, Chris? Hast du ne Idee? Ich nicht. Ich auch nicht. Von da sind wir gekommen, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Keine Orientierung mehr. Arsch. Schauen wir mal, ob wir vergiftet wurden. Ja, wurden wir tatsächlich. Gemeinheit. Okay. Wie die Räume miteinander verbunden sind, ist super weird, oder? Wir teleportieren uns hier zwischen Antarktis und wo auch immer Rockford Island eigentlich ist. Hin und her. Ich hab zwar, oh, wie es lief, voll daneben geschossen. Habt ihr das gesehen? Die Kugel ist neben dem Zombie an der Tür abgeprallt, aber er ist trotzdem tot. Cool. Offensichtlich faket er. Also. Es ist. Es ist schon irgendwie nett, ne? Aber ich würde jetzt. Ich glaub damals was cooler. Die Steuerung ist halt weird für so ein First-Person. Vielleicht hätte ich's auch in der Third-Person spielen sollen. Es ist irgendwie cool, das ganze Spiel aus der First-Person zu sehen. Das macht mir echt Spaß. Aber die Shooter-Steuerung ist halt echt nicht toll. Ihr müsst euch vorstellen, ich steuere die Figur mit dem Steuerkreuz quasi. Ich kann nicht strafen und nix, sondern ich kann die nur um 180 Grad drehen. Und dann gibt's halt den Laufknopf und dann muss ich auf Zielen bleiben und so weiter. Es ist schon alles sehr weird. Aber fühlt sich komisch an. Aber es ist schon cool, das aus der First-Person zu sehen tatsächlich. Das macht mir schon Spaß. Magnum cheatet einfach so krass. Ich schieße definitiv irgendwie an deren Köpfe vorbei an die Wand. Und die fallen um. Aber ich finde es eh gut. War das gerade ein zensierter Headshot-Platzer? Das Geräusch war nämlich definitiv ein platzender Kopf. Die giftigen Hande haben eine andere Farbe. Ja, ja, genau. Die sind so rötlich irgendwie. So, haben so Adern am Körper. Während die grünen ungiftig sind. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau, warum sie einem im Battle-Modus unendlich viel Munition geben. Das kommt mir fast ein bisschen krass überpowered vor. Aber darum geht's gar nicht. Das ist ja so ein Highscore-Ding, ne? Wahrscheinlich sollte ich in zwei Minuten schon durch sein. Aber ich bin da irgendwie... Ich weiß nicht, so Time-Challenges mag ich selten. Und das stresst mich zu sehr. Resident Evil 4 auf S-Plus-Rang auf Profi durchzuspielen war schon sehr stressig für mich. Aber war schon auch cool. Aber ich mag keinen Zeitdruck. Jawohl, decken wir uns mit Kraut ein. Ich glaub, eins könnten wir sogar mal nehmen. Genau. Hallo. Kaltblütig von hinten erschossen. Chris kennt einfach keine Gnade. Oh! Hunter sind so kleine irgendwie aus der First Person. Die übersieht man total. Gemeinheit. Mini-Hunter. Wenn die, ich muss schon sagen, die Animation, wenn die Zombies so an die Wand klatschen, die gefällt mir schon sehr gut. Das ist schon sehr cool. Gerade auch für die Zeit auch. Das ist irgendwie nett. Mit der Kettenreaktion. Das lockt. Das lockt. Schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Aufzug vielleicht? Ne. Zeitdruck finde ich auch blöd. Und unendlich Muni... Oh. Zielt doch bitte auf den anderen. Naja, okay, gut. Ist egal. Und unendlich Muni ist halt eigentlich das Gegenteil von dem, was ein Resident Evil ausmacht. Viel Zeit, aber begrenzte Ressourcen. Ja, da hast du recht. Das ist eine schöne Beobachtung. Der Modus ist quasi die Antithese zum Hauptspiel. Wobei man hat ja hier nicht wirklich eine Zeitbegrenzung. Ich bin mir sicher, dass bestimmt nur die Score, die man am Ende kriegt. Die Zeit läuft ja vorwärts und nicht rückwärts. Halt! Das ist ein Erste-Hilfe-Spray, oder? Das nehmen wir mit. Oder habe ich falsch gesehen? Nee, da ist schon eins. Ich komme nur nicht ran. Ach. Okay. Naja, darauf habe ich schon gewartet. Oh, okay. Was? Sind wir irgendwie unsterblich geworden? was für ein Kampf ok ich bin mir leider echt nicht sicher ob ich sie jetzt treffe oder ob ich nach oben ziehen muss oder Raketenwerfer gibt es nicht, ne? ne ist jetzt blöd in der First Person muss ich sagen da ich wirklich nicht weiß wie ich am besten gegen sie kämpfe es gibt halt, ah, oder? ne, ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung, ich hoffe ich treffe sie irgendwie ich bin mir echt nicht sicher meiner Meinung nach treffe ich sie manchmal ein bisschen unten an ihrem komischen Schweifding aber vielleicht auch nicht und vielleicht sterben wir jetzt aber dann ist es auch ok ok ich hab keine Ahnung oder muss ich vielleicht näher ran und nach oben ich hab das Gefühl egal was ich mache also Trefferfeedback kriege ich keins, ne? ne, keine Ahnung ha ich kann höchstens mal auf die Schrubflinte wechseln die streut wahrscheinlich ein bisschen mehr aber keine Ahnung näher ran und hoch ja, hab ich schon versucht aber hat auch nicht wirklich ah, guck mal ich glaube jetzt mit der Schrubflinte sehe ich tatsächlich Blut ja das hab ich jetzt ah, ich wollte gerade sagen das hab ich jetzt aber zu spät entdeckt aber hat noch gepasst ja was ok war das ganze jetzt ne Metapher fürs Angeln oh Rang E ich mein, wenn das Alphabet bis Z geht dann ist E E E ziemlich gut muss man schon sagen Wesker is available oh ok ok ich wollte schon aufhören aber wenn jetzt Wesker oh knife only meine Güte gucken wir mal wie weit wir kommen mit Wesker ok Wesker ja, ich glaub das wird ein kurzer Run mach ich auch jetzt nur noch aus blödel Zwecken hier warum ist Wesker knife only? warum hab ich keine Superkräfte? das funktioniert auch in der First Person nicht super mit dem Messer die Kamera ist ein bisschen bekloppt ok ok let's go ich heile uns jetzt auch gar nicht mehr komm ich hab jetzt auch gar keinen Bock mehr ich wollte mir nur Wesker mal anschauen ich mach das jetzt so weiter bis wir sterben Tofu Tofu ja das wär gut Tofu wär auch noch ein guter Bonuscharakter Auto-Aim du bist nicht mein Freund du bist echt nicht mein Verbündeter an der Stelle jetzt gerade wir können mit dem Messer nicht den Sprengtank sprengen das wär ziemlich unverantwortlich verantwortlich die 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 sind jetzt alle tot oder lebt noch einer? du da oder? damit ich hau glaube ich irgendwo gegen die Wand und check's gar nicht in Resident Evil Zero kann man auch als Wesker spielen im HD Remake ok ok so Wesker wie viele Zombie Bisse halten wir noch durch bis wir von irgendeinem random Zombie zerbissen werden ah wahrscheinlich sind's die die uns töten werden aber zwei von denen mit dem Messer ist auch gemein zwei von denen mit dem Messer einer mit dem Messer geht tatsächlich gut aber zwei sind wirklich gemein Wesker ist tot und so wurde Wesker von einem von einem von einem weirden hey aber jetzt will ich von einem weirden gescheiterten Tyrant Experiment getötet jetzt will ich noch ganz kurz ich spiel's nicht mehr ernsthaft aber ich will noch ganz kurz die Armbrust in der First Person sehen oh es ist die Sprengarmbrust wow ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber die normale Armbrust gesehen tatsächlich aber meine Güte Sprengarmbrust mit unendlich Munition ist ja mal überpowered ich finde das ist glaube ich sogar noch krasser als die Magnum schon allein wegen der Schussfrequenz ich meine guckt euch das mal an das ist einfach komplett bekloppt die da unten haben wir auch noch umgebracht ja das ist schon ziemlich cool muss ich sagen ach der ums Eck ist auch schon gestorben meine Güte okay die Armbrust macht jetzt schon ziemlich Spaß muss ich sagen warum geben einem die überhaupt eine Pistole mit wenn man eine Armbrust mit unendlich Munition kriegt ich versteh den ich versteh die Logik von diesem Modus nicht ganz hier wir geben dir eine unglaublich mächtige Waffe und eine sehr schlechte Waffe du darfst beide so oft benutzen wie du willst such's dir aus okay weirde, weirde Wahl der Rambo 2 Modus es ist wirklich so aber Rambo Rambo seine Mutter ist das das ist schon echt lustig muss man schon sagen das ist einfach echt lustig wie sie einfach den Raum betritt und plötzlich explodiert einfach alles alles steht in Flammen überall nur noch Körperteile die rumfliegen das macht schon Spaß das ist bis jetzt meine Lieblingswaffe und mein Lieblingsmodus hier ja okay das ist jetzt ein bisschen blöd mit den Huntern die sind zu klein die Hunter sind zu klein für die Armbrust das ist ein bisschen schade ja genau so kennen wir Claire die Hunter sind halt Cheater ne viel zu kleine viel zu kleine Cheater das ist wie die damals in ähm wie heißt denn dieser James Bond Bösewicht dieser kleine asiatische Mann mit dem Hut äh den gab's in in GoldenEye Multiplayer auch als spielbaren Charakter und der war verboten laut Ehrenkodex weil der eben sehr klein ist ungefähr nur so hüft hoch Opjob ja den durfte niemand benutzen natürlich weil der war Cheaten weil man hat halt einfach standardmäßig über den drüber geschossen man ist ums Eck gegangen ne und hat irgendwie einen Gegner gesehen und hat halt einfach über seinen Kopf geschossen während der halt das war halt super gemein der konnte halt auch einfach im Nahkampf einen umkreisen und man hatte basically keine Chance und so ein bisschen ist das mit den Huntern hier gerade odd odd Job dadurch dass man auch nicht wirklich ein bisschen nach unten sehen kann sondern nur geradeaus oder voll auf dem Boden ist das einfach voll gemein also da muss ich mich beschweren ich werde einen bösen Brief an Umbrella schicken die müssen gefälligst ihren ihre Hunter mindestens 50% größer machen weil so geht das nicht aber naja gut ich spiel mal noch ein bisschen weiter aber ich habe eigentlich nicht vor alles jetzt mit Claire durchzuspielen kriegen wir dann noch mehr Charaktere kriegen wir dann noch irgendwie die Alexia Ashford oder sowas wahrscheinlich nicht der Pfeil ist gerade der erste Pfeil den ich geschossen habe war gerade so ein kleiner Cheetah Pfeil der ist voll ums Eck geflogen habt ihr das gesehen? oh Nosferatu in dem Modus ja das stimmt das wäre auch interessant ok weiter gehts das sind offensichtlich zielsuchende äh Pfeile die Claire hier hat Wärmesuchend oder so ok ich glaube er ist tot Claire ich glaube er ist tot wir haben es geschafft alles gut durchatmen und ich glaube er ist tot ok und sind wir vergiftet? nein wir sind fein gut stimmt eigentlich stimmt eigentlich die könnten einem schon auch diesen endlos Elektro-Raketenwerfer geben oder sowas ne hey warum fliegen denn die Pfeile so weird? lebt da noch einer oder so? die Pfeile sind komplett unberechenbar komplett ich sehe schon ich erkenne schon die schon langsam erkenne ich die Speedrun Strats die man hier fahren kann es gibt es gibt manchmal so Sprengzombies und Sprengfallen und äh hilft auch wenn man weiß achso da lebt noch einer ich bin gespannt ob wir die Flugform von von Alexia mit dem mit dem Ding besiegen können hey kann ich die da wegwerfen? ne achso ich habe eh noch einen Inventar Platz frei alles gut na dann so haben wir es jetzt gleich geschafft ist es noch sehr weit oh Nosferatu ohne Witz es gibt verschiedene Endbosse gerade reden wir noch drüber ne witzig die 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein Outfit. Eh. Das war schon wieder nicht sehr gut. Wie schnell muss man denn sein? Ich finde, ich war schnell genug. Ah, ein neues Claire-Kostüm freigeschaltet. Okay. Wo, wie? Wo kann ich das Claire-Kostüm jetzt ausrüsten? Das würde mich jetzt schon interessieren. Wartet mal, starte ich kurz ein neues Spiel. Mal gucken, ob ich gefragt werde. Was wäre Resident Evil ohne alternative Kostüme, oder? Wahrscheinlich nur im Battle-Modus. Habe ich mir auch gedacht. Könnte auch sein. Hier habe ich es jetzt tatsächlich anscheinend nicht. Aber es wäre komisch, wenn ich es nur im Battle-Modus freigeschaltet hätte. Vielleicht weiß ich wirklich nur nicht, wie ich es aktiviere. Vielleicht gibt es auch irgendwo wieder einen komischen Change-Room oder so. Weiß man jetzt nicht. Ähm... 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 Gucke ich mal kurz. Wenn ich Claire jetzt hier im Third-Person-Modus auswähle. Darf ich aber auch kein anderes Kostüm wählen. Nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich das Kostüm finden kann. Aber so wichtig ist es mir jetzt auch wieder nicht. Komisch, ne? Ich finde auch, dass ich nicht gefragt werde und nix. Und auch keinen Schlüssel für irgendeinen vorher verschlossenen Raum krieg. Oder wie das halt so ist. Ich kann das mal nochmal kurz googeln. Nur schnell aus Interesse. Äh... Code Veronica Alternate Customs. Okay, da sind irgendwelche Cheats. Action-Replay-Codes. Die wollte ich eigentlich nicht. Aber ich kann euch mal kurz noch sagen, was wir im Battle-Game theoretisch freischalten könnten. Blablabla. Ein alternatives Kostüm für Claire. Ach so. Wartet mal. Kann das sein? Ah. Alternative Claire. Ein... Das ist nicht nur ein Kostüm. Äh, ich nehme den First-Person-Modus. Ich bin auch ein Trottel. Das ist nicht nur ein Kostüm. Das ist, äh... Eine eigene Figur im Battle-Modus. Du hast jetzt zweimal Claire im Battle-Modus. Genau, habe ich auch gerade verstanden. Aha, man würde tatsächlich, glaube ich, auch noch Wesker nochmal mit dem, äh... Unendlich-Raketenwerfer freischalten. Und es gibt einen Unendlich-Raketenwerfer. Aber das ist, das ist es dann, basically. So, nehmen wir die nochmal im Third-Person-Modus, dass wir nochmal das alternative Claire-Kostüm uns anschauen können. Okay. Das erinnert an... Rebecca. Was haben wir denn noch so? Wir könnten auch unendlich viel granaten. Aber ehrlich gesagt, ist mir die Kalaschnikow, glaube ich, sogar lieber als unendlich Granaten. Eine Mischung aus Ada und Rebecca. Re-Re-Re-Beida. So spielt man Resident Evil. Hehehehe. Na gut. Schön finde ich die Kleinigkeit, dass wirklich alle Figuren ihr eigenes Logo haben. Und sogar jetzt hier alternative Claire hat einfach einen Umbrella im Umbrella-Logo-Design. Warum auch immer. Aber gut. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute wirklich Schluss. Schön war's. Gut, dass wir uns das nochmal angeguckt haben. Haben wir das auch gesehen. Interessant. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es den Battle-Modus gibt in Code Veronica. Und, ähm... Finde ihn nutzlos. Aber nett. Vor allem der First-Person-Modus ist interessant. Hey, schön, dass ihr mit dabei wart. Hab mich wirklich gefreut. Und vielen, vielen Dank für die Bits und für die Satze und für die Abos und fürs Dabeisein und für alles. Hat mich sehr gefreut. Nächste Woche wird Silent Hill lastig. Und... Vielleicht hoffentlich wieder mit Kamera. Mach's gut. Bis dann. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020